Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Leute hier auf rpghaven.de zu einem Sprite-Sing-Retro-Let's Play mit Castlevania Harmony of Dissonance, im Mittleren der drei Game Boy Advance Castlevanias im Jahr 2021 als Collection nochmal rausgekommen, die wir in dieser Version jetzt auch spielen werden. Ich hatte mal wieder Bock, so ein Retro-Castlevania-Let's Play zu machen. Ich habe geschaut, welchen Titel habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Und tatsächlich, Harmony of Dissonance, seit dem Release, wo ich es damals durchgespielt hatte auf dem GBA, hatte ich es nicht mehr gezockt. Und da habe ich gesagt, ey, komm, wenn ich Bock habe, es zu spielen, lass uns das doch mal gemeinsam machen. Hm, ich werde mal kurz ein neues Spiel anfangen. Und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen, während das Intro hier läuft. So, damit wir nicht durcheinander kommen, lass uns das hier Greg nennen. Also im Hintergrund wird die Geschichte jetzt hier gerade erzählt. Ich werde die ein bisschen kurz für euch zusammenfassen, aber ihr könnt gerne auch mitlesen. Ansonsten möchte ich ein bisschen was über Castlevania Harmony of Dissonance erzählen. Wie erwähnt, das mittlere Game der drei Game Boy Advance Castlevanias hatte damals vor allem eine ziemlich hohe Spielgeschwindigkeit. Dafür aber so ein bisschen Problemchen mit dem Sound. In dieser Version jetzt hier auf dem Game Boy Advance, mit dem, ich meine also, auf der Version, die wir hier in der Collection hier haben. Merkwürdigerweise, ich meine, dass ich das Spiel damals auch auf Deutsch gespielt habe. Aber jetzt sehen wir die Texte in Englisch, wo es darum geht, dass wir den Charakter Just Belmont spielen, ein Nachfahren der Belmont-Familie. Und der von seinem guten Freund Maxim besucht wird, der seit mehreren Jahren unterwegs gewesen ist. Der ist voller Wunden und hat Amnesie. Und erzählt von der Jugendfreundin der beiden, Lüdi, glaube ich, also genau da steht das. Ja, die gefangen genommen wird und die beiden gehen jetzt in das Schloss, wo ihre Jugendfreundin gefangen wird. Und Maxim hat auch noch Amnesie. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Ja, ich meine, auf dem Game Boy Advance war es in Deutsch, obwohl man die europäische Version hier in der Collection auswählen kann, leider nicht in Deutsch. Deshalb werde ich für ein Andersrum Texte auftreten, die dann für euch so gut es geht übersetzen. Jetzt bei dem Intro war das schwieriger möglich, weil es Autoscrolling hat. Und auf die Schnelle, so schnell bin ich dann wieder auch nicht. Obwohl, so langsam bin ich nicht, aber nicht so schnell, letzten Endes. Und ja, bei dem Rest werde ich mich gleich nochmal ein bisschen auslassen, denn hier in der Collection-Version haben wir noch ein paar zusätzliche Support-Geschichten bekommen und ein paar kleinere Updates. Also, du glaubst also, dass Lüdi hier zu diesem Schloss gebracht wurde? Ja, meine Erinnerung trügt, könnte mich trügen, aber das scheint der Ort zu sein. Glaubst du mir nicht? Ich weiß besser als jeder andere, dass du nicht der Typ bist, zu lügen. Just, ah, mein Kopf. Geht's dir gut? Ich bin in Ordnung. Es ist Lüdi, über die du dir Sorgen machen müsstest, nicht über mich. Geh schon los, ich bin direkt hinter dir. Du hast mein Wort, okay? Dann sehe ich dich da drin. Also, ich bin hier mit Just Belmond unterwegs. Ihr seht irgendwie, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, wahrscheinlich um den Charakter ein bisschen mehr abzuheben. Der hat eine weiße Outline. Wenn ich mich ein bisschen wegbewege übrigens. Wo der Kollege jetzt hin ist, der ist wohl ein bisschen an mir vorbeigelaufen gerade, ne? Der hat diese komische blaue Outline hier, der Charakter, das Sprite. Anscheinend, um ihn besser vom Hintergrund abzuheben. Das war das einzige Spiel, was auch diese komische Outline gemacht hat. Ich weiß nicht, warum sie es dann unbedingt getan haben. Es stört zwar nicht zu sehr, aber es fällt dann schon auf. Und ihr habt gesehen, ein weiteres Merkmal. Ich habe sowohl einen Front- als auch einen Backslide, der tatsächlich hier sehr, sehr schnell auszuführen ist, verglichen mit anderen Games. Ja, also das konnte man ja auch schon seit Symphony of the Night machen. Aber hier ist der tatsächlich noch mal ein bisschen schneller. Ansonsten springen, peitschen. Und ich habe das Equipment-Menü so, wie es bei Symphony of the Night gewesen ist. Und ja, wir hier sehen die Collection-Version. Ich spiele es auf dem PC jetzt hier gerade. Ist aber natürlich auch für viele andere Plattformen ausgekommen. Wieder von M2 gemacht. Also dem Entwicklerstudio, das... Ich mache hier den Moonwalk die ganze Zeit. Das ist am einfachsten, ohne jetzt richtig laufen zu müssen. Die auch sowieso etliche Retro-Collections gemacht haben. Als auch die erste Castlevania-Collection ohne die Advance-Spiele. Bei denen die 8- und 16-Bit-Sachen hauptsächlich dabei gewesen sind. Sollte man sich auch gerne mal angucken. Und wir steigen gleich in das Schloss ein. Ich zeige euch kurz ein bisschen was hier von den Settings, die man hier einstellen kann. Ich habe das Bild, da der Game Boy Advance ja eine unterschiedliche Aspect-Ratio ist. Das ist jetzt so 16 zu 9 Monitore oder 4 zu 3 Fernseher, die sonst ein bisschen breiter sind. Ich habe es auf Pixel Perfect gestellt, damit wir möglichst weiches Scrolling haben. Anstatt, dass das Bild hier nochmal reingezoomt ist. Deshalb haben wir ganz leichte Balken unten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass das Scrolling weich ist. Und das Spiel ist ja auch nicht ganz 16 zu 9. Das voll lohnt sich nicht. Und ich habe ein möglichst dezentes Wallpaper noch eingestellt, damit wir es dann nicht zu schwarz hier haben. Ich habe mir die Steuerung ein bisschen eingestellt. Ich könnte Quick-Saves machen. Und ich habe noch die Option, das kann ich euch hier mal zeigen, wenn ich, glaube ich, die, was, die R2-Taste gedrückt halte? Und genau. Wenn ich die R2-Taste gedrückt halte, kann ich tatsächlich bis zu einem gewissen Part nochmal zurückspulen. Müssen wir mal gucken, wie und wo wir das einsetzen. Ich will das jetzt nicht als so Gefängnis-Freikarte dann verwenden. Oh, Endboss kurz verloren und kurz mal im Endboss-Kampf zurückspulen, dann nochmal. Aber wenn es vielleicht darum geht, am Anfang des Endbosses dann zu sein, ohne dass man vom Safe-Raum nochmal hinlaufen muss. Ich glaube, dann würde ich dann sowas einsetzen, dass es uns dann nochmal helfen sollte. Quick-Saves funktionieren, wie gesagt, auch. Und allgemein, ey, ich kann mich eben noch gut erinnern, dass ich das wirklich da auch, wie alle, Castlevania, sehr ausführlich gespielt habe. Und mein Game Boy Advance dann auch schön ordentlich eingesetzt habe dabei. Ihr hört es im Hintergrund auch. Ich habe es jetzt ein bisschen runtergemischt natürlich, damit es nicht zu weit im Vordergrund steht und mich auch noch versteht. Aber zu leise soll es auch nicht sein. Der Name ist so ein bisschen Programm bei dem Spiel. Harmony of Dissonance. Die haben ein bisschen was Spezielleres mit dem Sound versucht und die Komposition. Die sind eigentlich ganz interessant. Allerdings sind sie von der Musik her auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob sie zu komplex für den Game Boy Advance Soundchip sind, der eigentlich, ja, leider ein bisschen untermotorisiert ist. Okay, und hier können wir noch nicht dran vorbei. Deshalb kann das ab und zu mal wirklich wie eine Dissonanz klingen. So ein bisschen knazig und alles andere. Und dafür gibt es aber immerhin hier in dieser Collection eine Spezialfunktion, die so eine Art Smoothing Filter nochmal reinpackt. Also das hat sich schon auf dem richtigen Game Boy Advance noch knarziger angehört. Das macht jetzt zwar keinen orchestralen Sound raus, also so wie wir es hier hören, aber es klingt tatsächlich nochmal einen kleinen Tacken besser, als es das vorher getan hat. Das ist auch einer der Vorteile. Man kann leider keine weiteren Filter, so Scanline und andere Sachen nochmal drüber packen, wenn man das denn möchte. Kommen wir hier schon vorbein an. Aber ansonsten, ja, wir sehen es jetzt hier gerade, das Pixel Perfect ist immerhin auch die Bewegung. In den meisten Fällen sieht es ja noch einigermaßen smooth aus. Ich habe auch die Framerate nochmal dazu gepackt. Ja, wahrscheinlich, was einige jetzt sagen, Gregor, du bist ja noch nicht ins Menü gegangen, du hast so eine Rüstung aufgenommen. Ich weiß, aber ich wollte natürlich erstmal hier kurz die Sachen dann erklären. Ich habe ein bisschen Casualware aufgenommen, die mir ein Defense mehr bringt und 5 Intelligenz. Okay, ich weiß gar nicht mal, wofür Intelligenz hier war. War das, nee, Lackes fürs Item aufnehmen. Intelligenz ist, glaube ich, für Magie oder Specials, die man dann aufwenden kann. Und, oh, wo kann ich gleich die Boots einziehen, ne? Die Boots are made for walking. Zwei Defense noch und, ja, nur zwei Defense, okay. Und der andere Whip habe ich hier jetzt noch nicht im Moment. Ich habe natürlich auch meine Sub-Weapons nach oben und peitsche. Kann ich damit ausdrücken? Obwohl ich die ganze Zeit hier natürlich schon mit L&R rumgelaufen bin, wollte ich gerade auf die... Oh, das haben wir. Okay, wir haben also die Faust. Nee, auch nicht schlecht. Habe ich gerade Double Tap versucht. Oh, die Seelen können wir jetzt einsammeln, damit ich damit schneller laufen kann. Aber das müssen wir uns natürlich merken, dass das so funktioniert. Also, ähm, jetzt wo wir diesen Orb haben, werdet ihr sehen, ich glaube, das war bei diesem Spiel auch hier so, dass, äh, bestimmte Gegnertypen, also nicht nur bestimmte, sondern ich denke, es sind sogar ziemlich alle, aber man muss sie dann, äh, man muss entsprechend Glück haben, dann, äh, beim Einsammeln hier, dass die, glaube ich, Seelen fallen lassen, wenn das bei diesem Spiel hier auch so war. Checken wir mal kurz bei den Relics. Soul Orb allows user to recognize... Ah, okay, das war's noch nicht. Dann habe ich mich vertan. Soul Orb bedeutet hier nur, ich kann tatsächlich sehen, wie viel Schaden ich den Gegnern verursache. Ja, typisch wie so ein Metroidvania. Ah, ich wollte das mal behalten. Typisch wie so ein Metroidvania werde ich natürlich lauter Eitems dazu holen. Okay. Zwölf, zwölf, also, okay, ja, das ist doch ganz praktisch. So, wir haben den Soul Orb, aber... Was bedeutet das jetzt? Ich bin unten nicht weitergekommen, ich bin rechts nicht weitergekommen. Ah, da gab's auf der Seite noch, glaube ich, eine Möglichkeit, hier konnte ich noch hoch, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, guck mal, Leather Armor. Aber so eine haben wir schon, ne? Ne, wir haben Casualware. Oh, die Leather Armor ist aber besser, aber die Intelligenz geht runter. Na gut, bei Leder, was wir mal machen, ne? Intelligenter Mensch von heute, der trägt kein Leder mehr. Aber hier müsste es, glaube ich, auch mit den Seelen zumindest sein. Ah, ja, vielleicht vertue ich mich auch und das war nur bei Aria of Sorrow, wenn so. Was der danach erschienene Teil ist und für mich auch immer noch eines der besten. Castlevania ist unabhängig von Handheld oder nicht. Oh. Okay, jetzt haben wir die auch gekillt. Hat dafür aber wieder Aria of Sorrow nicht diese ganz hohe Spielgeschwindigkeit. Da könnt ihr auch gerne auch bei Gelegenheit nochmal einen Speedrun angucken von dem Game hier. Dann seht ihr, was man damit alles anstellen kann. Ey, und war echt schön, dass wirklich Konami tatsächlich nochmal auch die Teile als Collection rausgebracht hat, weil die sind wirklich mittlerweile eher selten. Ich bin, wie gesagt, ganz froh, dass ich meine damals zum Launch der jeweiligen Spiele geholt habe. Und mein Aria of Sorrow ist, glaube ich, seit zwölf Jahren bei Ede. Kollege Etienne. Das muss er irgendwann mal wieder geben. Bis dahin kann ich es aber dann natürlich hier in der Collection spielen. Ah, jetzt hätte ich das Messer gebrauchen können. Aber, oh, war doch gehalten. Noch ein bisschen idyll, wie es funktioniert. Und so, ich komme nur langsam wieder rein, muss ich sagen. Mal gucken, wie der Schwierigkeitsgrad hier ist und wie das Magiesystem war. Oh, und ihr seht natürlich jetzt hier dadurch, dass wir hier natürlich ein 16 zu 9 Bild haben mit einem entsprechenden Rahmen auf der rechten Seite, wird auch der Soul Orb als Item mir angezeigt. Das ist eine Option, die sie da lassen. Das kann ich auch ausschalten, dass dieser Item ist bei der Seite angezeigt. Okay, dann nehme ich das Weihwasser hier einmal. Aber es ist ganz hilfreich, warum nicht den näheren Raum da nutzen. So, oben hätte ich auch noch hingehen können. Ja, komm, geh mal. So, komm mal rein. Komm mal du her. Was? Das hat nicht gereicht? Critical, aber ich glaube, hier bin ich vielleicht schon ein bisschen zu früh. Ja, zu bis zweimal reitschereicht. Also da hinten. Oh! Halt! Die Farbe deiner Seele. Du musst ein Belmont sein. Da ist es korrekt. Diese überbordende Kraft. Tod? Jawohl, ich bin's. Ibins. Das bedeutet also, dass das tatsächlich Dracula Schloss sein muss. Das könnte wahr sein. Aber die Kraft, die hier ist, ist nicht die meines Lords. Was meinst du damit? Ich muss jetzt gehen. Natürlich bin ich kritischer als der Tod. Ja, wir werden uns wiedersehen, Sohn von Belmont. Ja, er ist entkommen. Es muss froh sein, dass du dem Tod entkommen bist. Oh, wir haben, ah, wir haben die halbe Castle Map jetzt endlich. Jetzt können wir mal schauen, wo man da hinten muss. Ja, ich möchte eigentlich jetzt mal den Part erstmal exploring, den wir da verpasst haben, bevor ich hier runtergehe. Ich gehe erstmal zurück noch einmal, weil ihr seht, der andere Part, wo ich jetzt nicht hochgegangen war, der war nicht in der Map markiert und ein Level Up haben wir auch bekommen. Das funktioniert sehr ähnlich wie bei Symfony und den vergleichbaren Metroidvania Castlevanias. Sozusagen, da kommt es ja auch daher, weil diese Spiele wie Metroid waren, deshalb nannte man die hier früher Metroidvanias, wo es dann ein allgemeiner Genrebegriff geworden ist in den letzten Jahrzehnten. So, das müsste es sein. Ups. Ach, guck mal, Spellbook hier, ne? Select Spellbook. Okay. Da war es vielleicht doch nicht mit den Seelen hier, aber wir werden sehen, was das noch genau gewesen ist. Oh, ein kleiner Life Heart Max Up. Können wir mehr Herzen tragen für die Special Waffen. Hi, brauchen die. Schön nochmal reinrutschen. Gehen wir wieder hoch. Hier kommen wir nicht hoch, ne? War so viel später gedacht, wenn wir mal mehr Items haben. Sag mal, Leute, also ich stell das mal jetzt hier einfach nur mal, schmeiß das mal so mitten rein, aber so ein Gedanke, den ich natürlich auch schon als Let's Player, der gerne aus solcher alten Schinken dann spielt, dann nochmal so hatte. Also ich hab in der Vergangenheit natürlich mehr, weil die Gelegenheit und die Zeit da war und wie auch die ganz großen Spiele nochmal gezeigt haben. Wir haben auch sehr, sehr lange Let's Plays gemacht, ne? Dann so ein komplettes Chrono Trigger, was insgesamt 40 Stunden gedauert hat und solche Geschichten. Aber die sind natürlich dann aufgeteilt in verschiedene Teile. Ich bin so ein bisschen übergegangen in den letzten Jahren. Ich mach eigentlich ganz gerne so One Shots, ne? Also das, was ich jetzt hier aufnehme, will ich auch durchspielen. Werde ich, denke ich mal, auch durchspielen, aber ich hab hier zum Glück mit meinem Recording-Setup die Möglichkeit, zwischendurch Pause für mich zu machen. Aber für euch vergeht dann keine Sekunde, weil ich kann dann Pause machen und einen Tag später wieder dran gehen und weiter aufnehmen. Ähm, aber dass ich die euch als One-File dann zur Verfügung stelle, ne? Wenn das jetzt hier in vier oder fünf Stunden, ähm, Playthrough wird, dann ist es eben so. Ach, die Medusa-Köpfe jetzt schon, ey. Schieht sich immer noch ganz schick aus. Aber, äh, dann habt ihr auch die Gelegenheit, selber zu entscheiden. Hey, wann möchte ich's zu Ende gucken? Und ist es zumindest von direkt für euch da? Ja, und ich find's auch eigentlich für die Uploads ganz praktischer, ne? Also, äh, diese Praktiken wie früher, von wegen, das war ja auch früher eine Limitation, dass du, äh, bei YouTube vor vielen, vielen Jahren, ähm, so standardmäßig nur zehn Minuten, grob zehn Minuten lange Videos hochladen kannst. Und das Ding ist, äh, das haben viele beibehalten, um quasi ihre, ja, okay, ich hab keinen, keinen Slide hier. Das haben viele beibehalten, äh, weil es dann, äh, auch umso mehr Views geben kann, ne? Weil Leute gucken zehn Minuten Part, und dann ist der Nächste da, und dann müssen sie noch einen Klick machen. Und dann hat zwar eine Person das geschaut, aber es zählt auf den YouTube-Kanal als zwei Klicks zum Beispiel ein, ne? Oder als 40, wenn es in 40 Sachen aufgeteilt ist. Aber so, die Sehgewohnheiten sind ja mittlerweile wirklich anders geworden, gerade auch, was YouTube angeht. Und es geht ja mehr um diese ominöse Watch-Time mittlerweile. Weiß nicht, wie sehr ihr natürlich in den ganzen YouTube-Sachen drin seid oder nicht. Also, wenn ihr selber mal Videos macht oder Creatern mal zuhört, äh, die über solche Sachen sich mal so ein bisschen auslassen, das ist ja so ein bisschen die Metrik, ähm, womit YouTube nicht nur den Erfolg von Videos dann misst. Ähm, und insbesondere Let's Plays sind eigentlich etwas, was eher kontraproduktiv für viele Sachen ist, ne? Weil, Let's Play, nicht jeder guckt sich das natürlich komplett an oder viele Leute schauen vielleicht mal den ersten Teil, wenn es aufgeteilt ist. Und bei den nächsten gibt es hier nicht mehr dabei, hat man immer so ein Minus, Minus, Minus. Aber, wenn die Chance da ist, dass es länger dabei bleibt und Leute nach, mit mehr Watch-Time auch ein Video dann mehr am Stück gucken und vielleicht mehrere Minuten dann schauen oder wenn nicht sogar komplett durch. Anteil ist immer ein bisschen unterschiedlich, ich kann das nur immer von meinen Videos und so weiter ableiten. Aber dadurch, dass dieser geschaute Minutenfaktor mittlerweile wichtiger ist für YouTube nicht nur, was zum Beispiel das Schalten von Werbung angeht, was ja auch natürlich ein wichtiger Teil ist, weil ja auch nochmal ein bisschen Geld mit solchen Sachen hier verdient werden kann, äh, für die Leute, die dann ihre Zeit investieren. Ähm, aber auch die, äh, Verteilung der Videos, ne? Ähm, Sachen mit besserer Watch-Time, die haben nicht nur dann höhere Klickraten insgesamt, ist ja nicht nur, dass die reinen Klickzahlen bei sowas zählen, aber, ach, hätte ich nicht ne Axt? Ach, scheiße, ich hab das Weiberser genommen. Oh, Boss fällt hier gleich. Oh, scheiße, ich hab kaum Energie, ey. Mal gucken, ob hier ein Safe ist in der Nähe. Kann ich mir nochmal ganz vorsichtig mal machen. Oh, jetzt bin ich auch noch ein bisschen aufgeregt. Nichtsdestotrotz, äh, um den Punkt da mal zu Ende kurz zu führen, weil dann können wir uns wieder aufs eigentliche Game hier konzentrieren. Mittlerweile kannst du... Warte, ich... Kein Safe hier. Hm. Hab ich denn ein bisschen Fleisch, was ich essen kann? Potion, okay, lass es mal nehmen. Ah, okay. Gut. Boah, hat er mich gehittet? Das ist ja noch schon wieder... Ah, ist das Boss oder ist das, äh, rüber in eine andere Location? Das sieht doch eher aus wie so ein Bossraum hier, ne? Äh... Lass mich mal unten erst mal gucken. Ich will, ich will irgendwo saven. Hier so bestimmt Geheimraum. Oder auch nicht. Ähm, aber ja, ich mach solche One-Offs dann ganz gerne, weil dann könnt ihr entscheiden, wie viel ihr guckt. Und mittlerweile, dass da eben durch diese Watch-Time-Geschichte die Videos auch dann mehr verteilt werden. Dann ist die Chance auch größer, dass es bei einem zum Beispiel dann auftaucht in der Suchliste, in der Empfehlungsliste. Ähm, was auch häufig dann Leute zu solchen Videos bringt, ist, äh, wenn man ein Video geschaut hat und das nächste Video was empfohlen wird. Monster-Zoom, okay. Da tauchen jetzt die Monster-Namen, glaube ich, auf. Ui. Okay. So heftig war der nicht. Checken wir mal weiter, bevor wir die Bosse machen hier. Ähm, und meine Frage wäre jetzt, also, wenn ich jetzt wieder ein RPG mal spielen wollen würde, das ist dann natürlich eine langfristige Angelegenheit. Immer noch kein Save, ey. Nehmen wir jetzt an, ich werfe mal einen Namen rein. Breath of Fire 3. Ja. Das ist ein Spiel, was 60 Stunden dauert. Ungefähr. Na. Auch, weil ich's, also das weiß ich relativ gut, weil ich's auch mehrfach durchgespielt habe über die Jahrzehnte. Seit einiger Zeit nicht mehr. Aber wäre zum Beispiel etwas, was ich hier auf dem Kanal auch außer für Specials noch nicht so groß behandelt habe. Und so ein Video als am Stück anzubieten. Ne. Da wird's natürlich trotz dieser ganzen Watchtime-Geschichte schwierig. Ja. Weil ich weiß ja, ob jemand dann wirklich freiwillig auf ein 60-Stunden-Video klicken würde. Und, ähm, ich glaube, dann müsste ich auch meinen Rechner einfach mal drei Monate anlassen. Um das, ähm, hat er Specials hier? Na, kann ich das schon hochhopsen? Nein, leider nicht. Auch kein Double-Jump bisher. So, nehmen wir hier das. Dann müsste ich das aufteilen. Aber, ich find's mittlerweile ganz schön eigentlich, dass man wirklich ein Video für ein Let's Play haben kann. Aber das spricht natürlich, oder, das geht nicht so einher mit, ähm, lass mal längere Spiele zocken. Ich glaub, das längste, was ich hier tatsächlich habe, an einem Stück ist dann auch eher eine Ausnahme. Sowas wie Mystic Quest auf dem Game Boy in der Second Insetzu Collection. Komm hier noch nicht rauf, das ist schade. Ganz im Weg hier hingemacht, ohne da hinkommen zu können, da hoch drauf. Also das war so das Maximum. Ich würde sagen, es ist auch schon gewagt, ne. Das muss man sich dann eben selber aufteilen und dann, je nachdem, ob man das in der YouTube-App schaut oder mit dem Browser. Bei mir auf dem Fernseher, ich benutze, wenn ich YouTube selber schaue, gucke ich das mehr wie beim Fernseher. Und der merkt sich zum Beispiel leider nicht, obwohl ich da eingeloggt bin, ähm, wo ich mit dem Video zuletzt aufgehört habe. Ne. Und das wäre zum Beispiel eine praktische Sache, wo ich dann ausschalten kann den Fernseher und dann kann ich mit so einem langen Let's Play später dann weitergucken. Nein, ich müsste mir merken, wo ich ungefähr gewesen bin und dann wieder vorspulen. Kommt er hoch? Ui. Oh, ich bin noch ausgerutscht. Äh, ich bin richtig gerutscht. Okay, jetzt ist er weg. Dummsaun. Oh, wirst du mich verarschen? Ui. Das war aber nicht so gut. Aber ja. Weniger YouTube-Talk, mehr nicht von den Lizard-Men hier angegriffen werden. Ich hab... Ich wollte auf der Suche nach einem Safe-Raum habe ich jetzt diesen Boss da drüben nicht gemacht, ey. Okay, ich müsste da nach hinten hin. Wie viel trägst du? Eins, zwei... Och, ey. Die haben eine gute Reichweite und nicht weniger. Wie wollte er denn mich da an? Okay, ich sollte einen Schlag machen und dann dahin. Das verleitet einen leider auch dazu, ne? Wenn du so schnell düsen kannst. Das ist auch... Also du versuchst mehrere Schläge dann damit zu machen. Komm. Das ist nicht fair. Das ist doch nicht fair, was ihr hier macht. War ich hier jetzt schon? Noch nicht oben. Da wäre noch ein Raum da oben, ne? Na ja, das Buch mag ich leider nicht. Muss ich sagen. Gib mir mal einen Safe-Raum, ey. Dumm Sau. Uff. Jetzt habe ich natürlich keinen mehr. Habe ich da eigentlich was, was ich jetzt noch mehr equippen kann? Casual Wear. Ach, das Fancy Bandana hatte ich gekriegt, ne? Das hatte ich gar nicht angezogen. Es gibt mir aber auch nur ein Defense mehr. Oh, ich kann JB's Bracelet trotzdem... Ah, als Gurz kann ich das benutzen. Ich hätte sonst die Leather Gloves. Oh, aber die Leather Gloves sind besser, ne? JB's Bracelet. Just Belmont's Bracelet. War vielleicht für später. So. 2, 3, 3 mit einem Critical hat er gebraucht. So, wo wäre... Ah, hier wäre ich sonst nicht hochgekommen, okay. Okay, dann rollt er hin. Hm, der hat wirklich eine große Reichweite. Okay. Wir haben mal hin hier. Und hier komme ich auch noch gar nicht rauf, ey. Da komme ich... Oh, ein großer... Ein großer... Komm, ich... Lass mal hier ein Save sein jetzt. Och, dankeschön, ey. Ich habe schon so viel gemacht und so lange keinen Save jetzt hier gesehen. So, jetzt bin ich eigentlich wieder hoch. Boah, wir kommen dahin, wo... Ah, wir öffnen vielleicht den Weg gleich und jetzt ärgert es mich, dass ich da oben den einen Part freigelassen... Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Weil nochmal im Kreis laufen... Da habe ich weniger Bock. Ah, ganz vergessen! Der Pansen ist ja hier. Och, das hat nichts gebracht. Ey, das Timing... Timing ist nicht so gut. Von mir jetzt, ne? Wenn der Gegner ja nichts wird, dass ich mein Timing vergeige. Okay, unten lang. Hier oben. Hätte ich gleich hingehen sollen, ne? So. Und was war jetzt hier? Gar nichts. Absolut gar nichts. Okay, weil ich von der anderen Seite... Ach gut, ja, ich wollte... Ich wollte immerhin nicht diesen... Diesen Malus hier haben, ne? Wenn ich einmal den Kreis schließe. So. Begreifen muss ich, glaube ich, nicht. Vielleicht mal entsparen. Einmal die Hitpoints mitnehmen, äh, oder die Experience war ja okay. Aber nochmal... Muss ich nicht machen. Hast du einen Crypt abgekriegt? So. Einer reicht. Oh, zwei müssen sogar sein. Ich hätte gedacht, dass einer jetzt gereicht hätte. So, wo sind wir? Guck ich erstmal oben lang. Oh ja, der hier. Moment. Der brauchte drei, ne? Hier. Sogar, vier sogar. Oh! Schön den Bumerang hier. Aber... Aber... Oh! Vergeikt. Ich muss das... Das Timing mit dem... Ran und raus. Aber ich hab den Bumerang immerhin... Ich glaub, so müsste ich das machen. Hin und her, hin und her. Oh, mal lacker. Oh, jetzt kommt er runter. Oh, Glück gehabt. Oh, und live max ab. Das ist geil. Gib mir das wieder... Ah, gib mir volle Energie. Das ist geil. Das ist geil. Nee, wieder volle Pulle zurückdösen. Und direkt zum Safe hier. Ja, hab ich's ja doch ganz, ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, achso, ja, um es mal komplett abzuschließen, weil ich jetzt war eigentlich konzentriert. Würdet ihr so ein 60-Stunden-Video hier haben wollen oder so? Oder wäre das zu viel? Egal, wir haben Max ihn wieder getroffen. Geht's dir gut? Äh, äh, just, bist du das? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Was stimmt nicht mit dir? Du stehst einfach da rum und bist total verwirrt. Das lässt dich, äh, verwundbar zurück. Ich, äh, ich denke, ich war schon mal in diesem Schloss. Was hast du gesagt? Ich kann es nicht, äh, klar mir wieder, äh, ins Hirn zurückrufen, aber ich glaube, ich war hier schon mal. Ah, deine Erinnerung kommt also zurück. Es scheint so. Ich habe mich merkwürdig gefühlt, seitdem wir hier zum Schloss hergekommen sind. Wenn wir noch ein bisschen weiter reinkommen. Vielleicht, äh, werde ich mich an etwas erinnern können. Komm schon, lass uns gemeinsam los, Maxim. Nein? Wenn wir Lüdi finden wollen, dann müssen wir getrennt vorgehen. Wir werden dann mehr Fläche abarbeiten können. Ja, da hast du recht. Sei vorsichtig, just. Pass auch auf dich auf, Maxim. Ja, das, äh, füllt mich nicht gerade mit Vertrauen. Okay, so sieht das aus. Ja. Oh, nein, 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 nein. Frage ist, müsste ich ihn irgendwo nach hinten drängen? Oder reicht es? Vielleicht ist es so lange drauf zu hauen? Bis ich ihn fertig habe? Zu schwer ist er ja nicht. Wenn er seine Taktik jetzt nicht ändert. Ah, ich dachte, ich kann ihn bei vier Treffen immer nach hinten schicken, aber dem ist nicht so easy. Aha, zu früh. Komm, Grego vergeigt das jetzt nicht, ist doch easy. Nicht zu früh. Okay. Gut, 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 gut. Aber kriege... Ah, ich schaue dann, ich höre hier. Gehe mir den Orb. Kein, kein Level Up? Das ist ja nicht gereicht. Anscheinend nicht, aber ich kriege die Lizardtail, die mir was befähigt. Lizardtail, der Slide. Okay. Da ist der Slide. Jetzt haben wir die Tür hier geöffnet. Wir hatten eine Ecke, wo wir nur mit einem Slide durchkommen, ne? Ich glaube, das war, wo wir gerade sind, ein bisschen oben und links, dieses kleine Eckchen. Das ist aber auch ganz gut, dass wir hier unten sind. Und dann können wir einmal den Kreis schließen. Das haben wir ja eingangs gesehen. Ich hatte leider nicht genug. Ich hatte gedacht, dass ich auch mit dem Bumerang hier gleich was machen kann, aber... Ich hatte nicht genug Herzen, um sie jetzt beim Boss anzuwenden. Da brauchen wir einfach halten. Nicht besser als das andere. Okay, hier kommen wir weiter nicht. Weiter. Ach, die sind immer schön, die Castlevanias oder die Metroidvanias. Wann ist denn der Begriff gewechselt wirklich, ne? Weil früher haben wir ja... Also Metroidvania war eh kein besonders schicker Name, muss man sagen. Und es ist heute auch nicht. Aber damit haben wir eben diese spezielle Form von Castlevania gemeint. Also die Castlevania-Spiele, um sie von den anderen Castlevania-Spiele zu unterscheiden, die wie Metroid funktionieren. Deshalb Metroidvania. Ist mir lieber noch als Castle-Roid, wenn man es dann so gezeichnet hätte, wenn man die anderen Worte genommen hätte. Aber gut. Na? Was willst du machen? So. Mal gucken nochmal. Ganz hoch. Da ist das Safe. Oben können wir nach links. Okay. Und jetzt sind wir ja ein bisschen upgedatet. Oh, warte mal. Oh, oh, das ist nice. Können wir ja den machen hier. Bei den Gegnern. Und schön mit dem Slide hier arbeiten. Außer bei dem hier. Die brauchen so viel... Oh, ich hab ne gute Armor gekriegt. Das ist doch nice. Die ist schon besser, dass ich auf sich habe. Viel Armor. Ja. Und da können wir auch mal diesen Boss angehen, der bestimmt jetzt Pipifax ist, den ich vorhin ausgelassen habe. Weil ich nach einem Safe-Raum gesucht habe und einfach mal den halben Dungeon gefühlt dann gemacht habe. Äh... Da hab ich euch leider nicht komplett erwischt. So. Ihr kopflosen Skelettos. Da werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Aber so viel Herzen sammle ich gerade im Moment nicht, ne? Ach, der ist safe. Warte mal. Guck mal, da oben geht's weiter. Seht ihr das? Oder? Oder sieht das nur so aus, als ob es da oben weiter geht? Also ich hab noch keinen Double-Jumbo. Das merken wir uns mal. Das ist auf der Karte nicht eingezeichnet, ne? Ich glaube, da oben geht's weiter. So. Let's do... Oh, ne, 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 ne. Ich behalte den hier. So, ich check oben nochmal. Okay. Slide bringt ja nicht so viel mit dem. Nur wenn du weißt, dass da ein One-Hit-Kill kommt. Was? Wirklich? Hat der da gerade I-Frames gehabt, der Penner? Ah, ah, das war's. Okay. Ja, ich vergesse auch immer wieder. Hat der gerade I-Frames gehabt? Die dumme Sau. Und deshalb hat mein Bumerang nicht gedreffen. Weil mittlerweile kann man ja schon sagen, dass es ein Kreuz ist statt ein Bumerang. So war's ja eigentlich immer. Ich meine, dass sie das Sprite von dem... Ist ja ein heiliges Kreuz, was man eigentlich wirft, aber es funktioniert wie ein Bumerang. Ähm, ich meine, dass sie das Sprite früher dann aber auch wie ein Kreuz angepasst haben. Äh, hier. Wenn ich's werfe, seht ihr, alle Seiten haben die gleiche Länge vom Kreuz. Also es sieht mehr aus wie ein Plus, äh, oder kein, kein christliches Kreuz, sondern ein normales Kreuz. Je nachdem, wie man's nennen möchte. Ähm, aber das, äh, die Anzeige oben links, nicht das Item, was ich werfe, sondern die andere Anzeige, sieht eher aus wie so ein, äh, typisch christliches Kreuz, ne? Mit so einem verlängerten unteren Part. So, wir gucken einmal oben mit dem Bossraum. Jetzt mal oben gucken und dann gehen wir zum Bossraum. Gucken, was da ist. Aber ja, das sollte ja mittlerweile, oder auch schon damals, 2005 ist es rausgekommen, was stand da? Ich glaub, ja, ne? Ne, 2002 ist es rausgekommen. Haha, das weiß ich noch, wie im Future Club. 2005 müsste fast schon, äh, Aria of Sorrow gewesen sein. Oder vielleicht sogar noch früher, 2004. Oder 2003 sogar? Boah, wirklich lang her. Aber das hatte ich ja gerade, das Spiel im, äh, Future Club. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich es jetzt gewählt habe. Weil ich es gerade noch mal präsent hatte durch den Future Club. Okay, wir müssen mit dem Double Jump da hoch. Äh, oder ne, nicht mit dem Double Jump, so müssen wir da hoch. Ja, dann kriegen wir es auch so hin. Mein Freund. Just Belmondo. Jean-Paul, just Belmondo, du. Schickimicki. Mit deinem schicken Mantel. Kommen wir doch hier rüber. Ja. Och, hat er nicht getroffen. Jetzt laber mich nicht an von der Seite. Ui. So. Ach, okay. Also wirklich. Das ist jetzt... Das war mir jetzt unfair, was du da gemacht hast. So dumm, so. Aber ich komme hier trotzdem hin. Das verleitet einen dazu, leider wirklich in die Gegner reinzuzimmern. Oh, der war ja genau die gleiche Fahrer wie der Hintergrund. Soll ich eigentlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen? Ich habe das Eisbuch und Heartmax ab. Kriege ich die Herzen eigentlich voll? Nein, kriege ich nicht. Ähm, ist das schon eins dieser Spellbooks? Combined with a Sub-Weapon, the user can cast many Ice Spells. Okay. Ach, warte mal. Sub-Weapon ist der Boomerang, ne? Okay. Hm. Ah. Ah, okay. Und es funktioniert... Ich denke mal, je nach... Weil ich den Boomerang habe, funktioniert jetzt das Ice-Weapon so. Denn es ist hier ein Kombinations-Magie-System. Es sind wirklich nicht die Seelen. Geht mir auf den Senkel, ey. Ich muss euch eigentlich doch nicht bekämpfen, oder? Wo war denn der nächste Safe? Wo war denn ich... Ja, ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück, bevor ich mir den Boss gebe. Weil ich will die Energie wieder aufladen. So, was für welche waren hier? Waren das die Dreher? Hm, vorsichtig. Ich bin beim Save-Arm. Ich bin beim Save-Arm. Ach, nicht. Einer noch. Oh, aber es wird gefährlich. Das wird gefährlich. Ich düse mal nicht. So, Safe-Raum war da hinten. Das wäre übrigens eine dieser Fälle hier, wo ich dann tatsächlich die Rückspülfunktion benutze, wenn ich jetzt kurz vom Safe-Raum abgekratzt wäre. Aus irgendeinem Spielefehler natürlich. Nicht aus Unachtsamkeit. Aber etwas, was eigentlich Quatsch wäre. Da jetzt dann nochmal wegen so einer kleinen Makulatur wieder alles vom letzten Safe-Punkt aus zu machen. Weil das dann eher wirklich dann Spielzeitstreckung. Ich sage, ich werde nicht bei Bosskämpfen spulen oder sowas, sondern nur maximal, wenn es dann irgendwie einen großen Run-Up gäbe oder der Safe-Punkt nicht in der Nähe ist. Irgendwie die Sachen, die uns dann legit Zeit sparen, anstatt dass man sich Sachen leichter damit macht. So. Hier entlang nur. Ne, wir müssen eh hoch. Komm. Darf die auch ein bisschen weiter oben treffen. Die hat echt die hat echt I-Frames da hinten. Wenn die mit ihren Speeren zwirbeln, haben sie tatsächlich I-Frames. So. Ich sollte oben erstmal gucken, da ist ja auch noch ein Raum. Okay, hier oben geht es nicht, aber wir gehen weiter noch. Also. Äh, Spielzeitstreckung mit dem PS5-Pad übrigens. Mein PS4-Pad will leider nicht mehr so richtig. Ähm. Was ich persönlich präferiert hätte für diese Art von Games, muss ich tatsächlich sagen, einfach mal wieder das Steuerkreuz und die Knöpfe besser gefallen als beim PS5-Pad. Nicht, dass es PS5-Pad hier irgendwie groß schlecht. Oder ist es? Da wäre ein Safe-Raum gewesen. Ey, da wäre direkt der fucking Safe-Raum gewesen, den ich jetzt ein halbes Jahr gesucht habe. Ach guck mal, bei dem sieht es aber auch aus, als ob da oben was fehlt. Na, das können nicht alles Durchgänge hier sein. Ähm, also es geht schon, aber ich finde, die Präzision hat so ein bisschen gelitten. Bei äh, dem PS5-Pad. Und ich hätte präferiert, das wirklich mit dem PS4-Pad zu machen, aber leider meins ist es ein bisschen ein bisschen gabutzki. Das ist nicht ganz so der Sinn der Sache. Ui. Ne, ich habe mal den schon tun. Ja, Slide. Ah, let's do this. Oh, und was haben wir hier gekriegt? Das Feuerbuch und Summerclothes. Ich glaube, die werden wahrscheinlich nicht so gut sein. Oder? Äh, doch, naja, Defense geht um 6 runter und Intelligence um 5 rauf. Also im Moment würde ich die Summerclothes mal lassen, aber den Fire-Spell würde ich einmal machen. Lass mich raten. Ja, ich kann nur eins davon an machen. Ach, guck mal. 5 Spellbooks gibt es nur. Ja, so viel ist da nicht. Da werden wir wahrscheinlich gut durchmischen können, was die was die Reifenwahl angeht, hätte ich fast gesagt, aber sie können Formel 1 rennen hier. Oh, die fliehen ja nicht, ich hasse sie. Ah, okay. So sieht er aus. Ui, was hier passiert? Gehört das so? Das gehört so. Eieiei, alles voller Fledermäuse. So. Oh, gar nicht mal so schlecht. Ich kann mich an diesen Boss noch erinnern, muss ich sogar sagen. Oh, aber ich sollte mich trotzdem besser anstellen. Wenn die mich treffen, wenn sie in ihrer Badge, also in der kleinen Badgeform sind. Ne, nur groß, ne? Okay, da nämlich, komm, komm, geh runter. Ah, ich glaube, das kriegen wir hin. Jetzt, wo wir auch noch ein bisschen aufgelevelt sind. der Slide, dann kann es natürlich auch was. Oh, ich kann das Feuer auch wegzwirbeln. Okay, der macht ja kaum Schaden. Ja, ist so alles, ist so alles easy. Easy aber trotzdem saven jetzt, wenn wir schon mal da sind. So, äh, oben war es, Daran sonst nicht scheitern. Sonst scheitern wir am nicht saven. Und das ist natürlich nicht so cool. So, ich kann oben und unten lang. Wir gehen erstmal oben weiter. Weil wir können ja wahrscheinlich da auch weiter nach unten. haben sie mich einmal erwischt, aber die machen eh nur zwei Schaden. So. Was haben wir hier gekriegt? Der Redstone. Was macht der Redstone? Ach mal, wir haben ja viel mehr gekriegt. Also Lizardtail war der Slide, Solop war Damage-Anzeige, Fairy-Journal, Recognize the Names, Monster-Tomes, allows users to see the data. Okay, dann kann ich mir angucken. Weitere Infos über die wahrscheinlich auch, was die Drops angeht. Oh. Ach, ist das ein Equipment-Item oder ein Use-Item? Potion, Castle, Map. Nee, was, was, was habe ich denn da gekriegt? Ah, der Redstone kann ich in die Whip packen und adds fire to the Whip. Okay, nice, okay, oh, ja, müssen wir auch Equipen dann einmal. Dafür ist der Rote Stein da jetzt. Das heißt, ich habe ein Feuer-Attribut da dran. Habe ich's Equipment? Ja. Also sie sieht jetzt nicht feuriger aus oder so, obwohl die, ah, die Gegner, die Gegner brennen aber nach. Das ist das Ding, Daran erkennt man es nicht, dass die Heitsche noch mal ein bisschen Feuer nachzieht, aber die Gegner ziehen Feuer nach. Ich denke, wenn es Gegner sind, die, die falsche Taste, wenn es Gegner sind, die empfindlich sind gegenüber Feuerattacken, wird sich noch mal ein bisschen mehr helfen. Ich denke, es wird grundsätzlich sowieso ein bisschen noch mal mehr Schaden machen. Skelette sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Feuer-Anfälligsten. Oh, der Partner nennt mich hier wirklich eine Symphonie, diese Treppe. Was haben wir hier? Ah, da komme ich nicht weiter rauf. Hey, Flea-Man. Wie man, Fliemann, jetzt nicht so rum im Fliemannsland. Okay, Hardmax ab, da komme ich leider nicht hoch. Wird Zeit für ein Double-Jump. Ja, scheiße. Kann ich mir das merken, dass hier oben was ist? Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. So, Lirum, Lach und Möffelstiel. Da oben, da ist echt noch viel. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. Wenn ich das in Double-Jump habe, weil auf der Map ist der Raum als erkundet markiert. Aber ich müsste ja eh hier nochmal hoch, ne? Wenn ich dann, da komme ich aber nicht raus. Also wenn ich das Herz da haben möchte. Ne, da kann ich nur durchspucken. So. Ich gehe hier ganz zur Seite. Sag mal. Bin ich gesund, was du da machst? Das ist schon der Wechsel. Ui! Oh, er macht das gleich weh. Ui! Du safti. Uiuiui. Da hat er den hier gemacht. Und hier in dem Fall, glaube ich, da ist das tatsächlich gerechtfertigt. Das, äh, zurückspulen. da lassen wir mal den Shit hier weg. was nicht hier ist eigentlich dann ein aufwändigere Kampf, aufwändigere Kampf als vorher, den wir haben. Wir konnten den anderen Part. Jetzt müsste ich wieder beim Safebund rausschmeißen. Er würde mich rausschmeißen. Ich müsste den ganzen Weg bis hierhin nochmal machen. Weg sparen. Das ist das, was uns auf jeden Fall helfen wird. Das war einer der Vorteile beim Game Boy Advance. Ich glaube, wir müssen da oben lang. Einer der Vorteile beim Game Boy Advance, dass man unten immer die Karte gesehen hat bei den späteren Einträgen. So. Wieso habe ich denn auch, brauche ich noch Magie dafür? Okay, das ist nicht so geil. ja. Dann muss ich hier noch einen Poch mal nehmen. Und die Magie de-equipen wahrscheinlich. Eigentlich ein sehr gutes Special für den Johnny hier. So. Der greift nämlich jetzt nochmal an mit dem Feuer. Oh, zwei sogar! Das habe ich jetzt nicht gedacht. Wie viel hast du denn noch? Das ist ja fast Boss-mäßig. So, jetzt hat er den aber geschafft. Hat sogar ein Level abgegeben, ey. Warum ist der so heftig? Der taucht bestimmt dann gleich wieder auf. Und hier kriege ich einen Life Max ab. Okay. Ah, nice. It's locked! Es ist verschlüsselt! Das ist natürlich nicht geil. Okay. Dann müssen wir aber, dann kommen wir ja doch da unten weiter, oder? Müssen wir ja, ne? Na gut. Ja, was sollt ihr? Was wollt ihr beiden denn von mir? So. Das Potion war es mir wert, dass ich da nochmal unten hingehe. Die Magie sollten uns wahrscheinlich aufsparen, wenn wir wirklich mal Gegner haben, die wir angehen möchten. Es ist schön, dass schnell ein Traversal ist. Man rutscht eben sofort in den Gegner rein. Wo ist es eigentlich hier? Oh, das, oh, das ist praktisch gerade. Okay, die Medusenköpfe sind auch mit dem Slide weghauber. Also so ein One-Hit-Kill für die Medusenköpfe. So. Unten und dann rechts. Also nicht hier das rechts, sondern das andere rechts. Aber das war kein Safe? War es nicht, ne? Ui. Das wollten wir nicht, natürlich. Sein Stein kann ich auch nur kaputt machen. Du musst ein Stein sein in dieser Welt. Stein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. So ging das doch, ne? Das Castlevania-Lied. So, hoch oder ganz zur Seite? Ja, Johnny ist es. Aber die vertragen eigentlich nicht so viel, meine ich, ja. Ja. Oha. Komm ich da hoch? Natürlich nicht. Weil die großen Schädel haben auch bei Symphonie nicht so viel vertragen. Oh, ich hasse die. Ich will erst mal einen Drumstick holen. Jetzt bin ich durchgerutscht. Aber hier ist nicht abgeschlossen, ne? Ist auch abgeschlossen. Ich mach mich fertig. Bleibt denn da nur rüber? Oben ist abgeschlossen, hier ist abgeschlossen. Da unten, dieses kleine Rondel habe ich noch nicht. Also unten hier direkt unter mir. Und Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen perplex. Wenn da jetzt nicht die Lösung ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich nicht. Double Jump habe ich noch nicht. Silk Cloak habe ich bekommen. Den Seideumhang. Oh, ich dachte, ich kriege den Stein. So. Also. Das kann ich mir auf die Hände geben. Okay. Silk Cloak Extrembar light. Besser wird es nicht damit. Ja doch, hier ist Silk Cloak. Ah, ich kann viel. Okay. Also es ist nicht Legs, Hands oder sowas. Das ist nicht fest, die Reihenfolge. Also richtig fest fest. Sondern wenn ich hier das Bandana gegen die Boots austausche, dann ist Bandana am Kopf, aber die Boots auf dem I get it. Okay. Ich dachte, gibt das Sinn, dass ich da überhaupt in dem Slot sowas equippen kann? Der Slot ist nicht so wichtig wie das Item, das man verwenden möchte. Hier war der war der Tod hier. Aber war oder war hier vielleicht sogar eine Slider-Situation? Hier bin ich wieder. Oh, ich dachte, ich kriege mit dem hier. Unten lang. Okay. Vielleicht ist es ein Slider-Nötiges. Da bin ich einfach noch nicht lang, weil ich da Angst vor den Lizard-Man hatte. Es war ein Slide. Für den Life-Up. Aber werden wir mal gucken, ob der wirklich hier noch mehr was bringt. Was habe ich da? Ein Nopal. Okay, ich kann mich jetzt auch ein bisschen mehr trauen, was bei den Lizard-Man. Ich fühle mich ein bisschen angeschissen hier. Oh, ein Tharmstick. Aber hier war ich da noch nicht, ne? Gucken wir mal, dass da... Okay, das muss jetzt eigentlich die Lösung sein. Ja, komplett neues Gebiet hier, ne? Äh, ich kann die Tür wahrscheinlich von der anderen Seite dann aufmachen und ich kann mir vorstellen, dass der nächste Boss nicht so weit ist. Ui, noch so einer. So. Halt, Strom. Oh, ich hab keins mehr. Zwei. Oh, jetzt hör mal auf. Okay, Level up hier. Ey, auch der hat mir ein Level up jetzt hier gebracht, ne? Die sind wohl anscheinend wirklich sehr experience, äh, vollgeladen. Die Johnnies. Energy Circle, okay. Holding the attack button down, swing around. Kann ich dir hier machen? Okay. Okay. Dann bleibt mir nur der Weg da unten, unten hin. Ich hoffe, dass der Slide dann da hilft. Wie mehr als das? So, aber die Gegner sollen jetzt noch nicht nochmal da sein. Okay, die sind tatsächlich One-Hit-Kill, also One-Time-Kill, weil sie so heftig sind. Ups. Jetzt hör mal auf damit. Da geh ich weiter wieder. So. Gut, gehen wir nochmal links lang. Jetzt hör mal auf. Es hat nicht gereist. Ich hab die vier jetzt, die Johnnies. Aber die haben mich eher. Uff. Äh, es wird Zeit für ein Potion. Fuck. Kann ich jetzt aushalten ohne Potion? wir nehmen es mal. Sicher ist sicher. Komm. Das würde mich nämlich dann viel zu nervös machen, wenn ich jetzt das Potion nicht nehmen würde. So, der Safe ist unten. Hier entlang, dann einen hoch. Diese, ach, diese ganze Aria hier, ne? Diese ganze Aria auf Sorrow. Wenn ich das aber vernünftig machen würde, wenigstens. Na komm. Einen kann ich weghauen. Ein Bone Pillar. Jetzt ist auch egal. Okay, kurz vorm Safe Raum. Da kann er mich ruhig treffen. Man trifft sich im Leben immer zweimal. Heißt das so? Nicht ganz, Ah, ich soll euch vielleicht mal annehmen, dass ich nicht nur den Bumerang hier benutze. Hier war der Boss Fight. Okay. Hier habe ich die Abkürzung. Ah, unten war der Part, den ich nicht zerstören konnte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da sind wir. Da bin ich schon mit meinem Latein ein kleines bisschen am Ende. Hier habe ich hier ja natürlich keinen Schlüssel aufgenommen. So, ich habe das hier. Schön. Können wir den machen. Leicht. Ja, komm. Da halten wir mal jetzt das andere. Das hilft auch nicht wirklich hier, ne? Ein Rutschen hilft auch nicht. Ich habe mir bewusst jetzt den Bumerang weggelassen, weil es ist mir schon ein bisschen genervt, dass ich die ganze Zeit am Wechseln bin. Ich kann ja auch mal so akzeptieren, dass es so ist hier. Okay, da hinten ging es noch hoch. Ich weiß nicht, ob ich das wo wo? Hier. Ein weiter. Da geht es hoch. Da komme ich jetzt nicht hoch, mein Freund. Ist hier ganz am Anfang was? Ne. Die Tür ist wieder offen. Interessant. der wurde die Zugbrücke ist wieder unten. Dadurch, dass die Tür jetzt auch wieder offen ist, kann ich mit der nach unten gelassenen die Zugbrücke auch durch. Interessant. So ein bisschen das Tempo wieder dran. So, nachdenken. Also ganz unten ich sehe jetzt einen Durchgang da noch. Müsste wieder das ganze Rondel da hoch und Nachricht. Aber war doch ein Grund, warum ich nicht durchkomme. Kann es nur der Slide gewesen sein? Bin mir da nicht ganz sicher. Na gut, gehen wir mal weiter. Weder Mäuse machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. So, oh, ich kann sliden hier noch. Ja, das ist natürlich praktisch. Ich muss mir keine Gedanken jetzt groß machen. Also auch bei denen, ne? Hier unter eurer I-Frames. Braucht hier nur noch zwei Schläge. Das heißt, hier kann ein bisschen offensiver vorgehen. Also wenn ich den jetzt zeitig getrocknet hätte, wäre das natürlich noch geiler gewesen. Aber, das ist schon okay. That's alright. Wir wollen ja auch in das Feeling hier mal reinkommen. Ja, da oben, genau, da oben bin ich nicht weitergekommen, weil ich da einen Double Jump oder was ähnliches brauche. Oder die Fledermausform, die ich noch nicht habe. Hier oben, genau. Das nächste, das nächste runter. Okay, da reicht nicht. Ein Schlag und dann ein Rutsch. Das geht. So, hier mal gucken. Hier habe ich zwei mögliche Wege, die ich nehmen kann. Hier bin ich noch nicht gewesen, ne? Was hier? Oh, da war ich echt noch nicht. Okay, gut. Bin ich gleich nach rechts gegangen, das letzte Mal. Ach, dass da ein zweiter ist, ey. Das ist doch fies. Oh, aber hier ist ein permanentes Health Upgrade. Ja, immerhin. Das hat sich ja dann noch ein bisschen mehr gelohnt. Wieder zurück. Macht schon spaßlos speedig hier rum zu flöten, muss ich sagen. Ups, die hier. Ach, ich habe auch gerutscht. So. Was war da hinten jetzt? Ach, es war der Slide. Ein Glück, ey. Hier war der Slide, okay. Oh, ein Portal. Lucky Charm. Lucky Charm, mehr Luck. Zwei Defense weniger, die ich da hätte. Lucky Charm, zwei Defense. Das wird sich schon lohnen, glaube ich, das Lucky Charm. Ja, komm. Also das sollte mir ja schön Items dann geben. So, wo wirft ihr mich raus? Ist ja gar kein Grund. Sieht also ein bisschen anders aus als vorher. Du bist ja auch gewarpt, mein Freund. Guck mal, wo wir, wo unten wir hier gerade sind. In der Schatzkammer. Mit Feuerbomarengsis. Warte mal, ich gebe mir mal nicht den Energy Circle, der Redstone war besser. So. 25 Cent. Ach, Gold, nee, Dollar Reduce sind es, ja. Okay, hier kein Save. Aber hier. Auch kein Save. Ui, das geht ab. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich würde erst mal links gehen, weil ich bin mir sicher, das schließt dann gleich an mit, ähm, man sieht es ja, da war ich ja schon in einer anderen Location. Ui, was machst du da? Boah. Ich werde mal fast die ganze Energie weggehauen, aber, Level up, mal hin. Okay. Whistbent. Whistbent macht mein Luck wieder runter. Das ist so, weil ich da das Lucky Charm ändern möchte. Macht nicht so einen großen Unterschied mit dem, mit den Schuhen. Oh, okay. Ich glaube, ich habe gleich Zeit für einen Potion. Oh, ich kann gecursed werden hier. Immerhin, die halten nicht so viel aus. Oh, habe ich einen Gang verpasst? Nein, noch nicht. Doch, auf der anderen Seite hätte ich noch einmal runtergehen können. Hier ist aber eins davon ist safe. Ah, geil. Geili. Geili, Popeili. So, ich hätte dann Boss und ein Item, womit ich dann die Wände durchbrechen kann. Nein, ist einfach nur ein Herz. Aber durchbrechbare Wand. Nope. Gar nichts. Absolut gar nichts. Das heißt, ich darf wieder, na, warte mal, erst mal die Wand einmal hier anhauen, so. So. Drei braucht er. Können wir mich tatsächlich ein bisschen mal meine Herze voll machen. So. Ich mache die mal auf, mache ich die mal auf 100. So viel ist es ja nicht und ich verdiene sogar immer ein bisschen 25 wenn es ihr weißt dazu. Das hilft mir doch, das Timing ein bisschen zu trainieren. Das ist vielleicht sogar das Wichtige, ne? Rutschen, rutschen, rutschen. I-Frames hat das ja nicht, also um Verwundbarkeits, äh, Animationen bei bestimmten Teilen einer Sekunde, bei denen ich nicht verwundbar bin. Okay. Das habe ich nicht so cool gemacht. Okay. Okay. Ich ignoriere euch einfach. So. Oh, hier unten. War ich noch nicht. Okay, das muss man mal angucken. Okay, das ist nicht so cool. Oh, was ist das für eine Regenbogentür? ein richtiger Mini-Boss hier. Das ist locked. Geh durch, kann ich nicht. Alter, der zieht aber ab. Aber ich habe ihn. Ist immer noch lockt? Ja. Holy shit. Also unheftig ist er nicht. Irgendwas Regenbogeniges brauche ich wahrscheinlich, um hier durchzukommen. So, rechte Seite. steinig. Das wird ja gefährlich hier. Komme ich hier wieder zurück? Holy shit. So ein ist es. Ist ja ein Boss? Moment, da war ein Boss vorhin. Der Johnny. geht's nicht mehr. Okay, ich hätte ihn von hinten dann angehen können. Ja, hier komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss den oberen Part machen. Es float schon besser, es flutscht schon flutschiger. Okay, die Augen brauchen wie immer zwei, äh, drei. Ich finde das aber besser mit der Axt gerade im Moment. Ohne Level Up. Wahrscheinlich gleich mal Zeit für ein bisschen. Warte, wie viele denn noch? Wie viele denn noch? Ich glaube, ich nehme noch ein Potion. unten oder oben? Ich gucke erst mal unten. Okay, ja. Also, hier ist nichts. Ich gucke erst mal unten. Och, komm. Das war jetzt fies. Wirklich drei? Drei Hits für die? Ah, was? Och, das ist nicht nice, was ihr macht hier. Ich habe einen Stuhl gekriegt. Ich weiß auch immer, der Stuhl gut ist. Das ist doch Stuhl. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, wir unten beide nach. Oh, ich kann hier gecursed werden. Ich hasse die Dinger. Nektoplasma. 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 Lass mich dich mal wegbrutzeln. Nee, nee, Axt ist geiler für die, aber ich habe nicht genug Herzen. Wie habe ich die denn wieder alle verbraten? Habe ich einfach rausgehauen vorhin, ne? Ja, der eine, der ein bisschen fast wie ein Boss war. Also, der Ex-Boss. So, besseres Timing. Rick's just as well. Jetzt runter, da geht's hoch. Decisions, decisions. Ein Aufzug. Oh. Das ist interessant. Ja, es ist der äußere Bereich wie bei Symphony hier. Wieder. Und der Aufzug kommt in die Ecke, wo ich gerade bin, dann hoch. Aber wirklich arg hoch. Das sind wir schon ganz oben hier, auf der Seite. Aber nicht auf der. Nochmal her. Nee, hier kommen wir nicht runter. Shitty Böhm. Shitty Böhm. It's not nice. Da kommen wir hier oben drüber. Ah, Regenbogentür. Hier kommen wir auch so runter. Da oben war er. Tür. Ah, da konnte, also da war ein Durchgang, nicht eine Tür, aber ich glaube, ich konnte da nicht hinspringen, ne? Lass mal den Aufzug hier nehmen jetzt. So wieder langsamer als sonst. Also gefühlt langsamer, aber das ist natürlich auch schnell. Die Tür war es, ganz vergessen. Die Karte müsste eigentlich einzeichnen, hey, hier ist eine Tür, da bist du nicht durchgekommen, mein Kollege. macht das mal cleverer, bitte. So, ich glaube, meine Konzentration lässt ein bisschen nach. Ich werde vielleicht noch bis zum nächsten Safe spielen. noch einmal zu kommen. Ja, ich sehe das mit meiner Energie. Vielleicht mal gucken, wo ich noch mit da runter wenn der nächste Safe da ist, würde ich für mich eine Pause einlegen, eine kleine. Für euch sollte aber vielleicht nicht so viel Zeit vergehen. da geht es rüber zur anderen Location. Da will ich jetzt erstmal nicht hin. Lieber darauf hoffen, dass es hier irgendwo ein Safe gibt. Oh, der Story. Das wäre ein netter Raum. Vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber da könnte ja ein bisschen Einrichtung da passen. Okay. Ich, äh, pack das mal hier hin. Wie den Stuhl. Kannst du dich hinsetzen? Okay, also solche Sachen, die man einfinden kann, äh, finden kann. Ich kann es mir hier einrichten. Schön machen. Sehr interessant. Das, also, okay, wir sollen hier unsere Jugendfreundin retten, aber Inneneinrichtung muss sein. Okay, halt aber schön was aus. Oh, ist das cool. Skeleton Cave. Mit der anderen Frau geht es auch nochmal runter. Ich glaube, das sind so eine Pipifax-Skelette hier im Moment. Brauche ich noch kein Potion nehmen. Ups. 5 Dollar Reduce. Kein Safe-Raum. Okay, das sieht nicht gut aus. Item. Wie weit kann ich dich zurückdrängen? Wie weit kann ich dich zurückdrängen? Da musst du sterben können. Du musst so sterben können. Guck mal, ich gritte dich sogar hier. Das war's, oder? Ankle-Guards. Okay. Die beschützen meine Enkel. Ja, komm. For extra Enkel-Protection. Das ist der sogenannte Enkeltrick, den wir hier anwenden. Ach, komm. Ich wage zu viel bei den Skeletors. Dann habe ich auch hier komplett umsonst hier oben den ganzen Weg genommen. So, hoch oder runter? Darunter ist der einzige Weg, also hier unten. Moment, was ist das hier? Oh, Portion. Eine Portion. Die nehme ich. Oh, ja, so kriege ich sie weg. Safe. Nein! Ah, rechte Seite ist safe. Äh, linke Seite ist safe. Das ist extra so hier, damit man die schnell durchtauchen kann. Hier ist noch einer, ne? Ja, da hätte ich euch auch gewundert. Wenn da hier keiner wäre. Das duale System. Das wir hier auffahren. Das sind ja wieder so Sachen mit den Abkürzungen, nicht Abkürzungen. So, rechts hoch, da durch die Tür. Na komm, versuchen wir rechts hoch. und safe. Und du solltest bald mal kommen. Sonst bin ich hier noch weg. Ich weiß nicht, weil das Spiel so unspannend ist, aber meine Konzentration. Langsam. Da muss man ja auch konzentriert für so ein Spiel sein. Sonst wird das ja nix. Sonst wird das ja nix, mein Kollege. So einen hast du abgelassen. Das war jetzt nicht erlaubt, was du gemacht hast. Wer hat dir das erlaubt? Der Obere macht, äh, so ein Ding. Und der Untere macht das andere Ding. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ich komm, oh, komm. Das ist doch jetzt Stuhl. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir gespart. Das heißt, ich darf wieder den Johnny weghauen. Wir können durch die Tür gehen oder den Durchgang, der hier schon am Anfang offen war. Aber irgendwo, wie wir alle, sind wir gerade im Leben falsch abgebogen. Und nicht mal einen schönen Tisch, den wir in unsere neue Butze stellen können. So, einmal komplett hoch. Oh, da. Was? Okay, das ist, das habe ich nicht geahnt jetzt hier. Das müssen wir vorsichtig machen. Das war nicht vorsichtig. Ah, ich bin zu unaufmerksam, ey. Was, mal lass uns aber da hier. Ich glaube, das ist tatsächlich mal ein sinniger Punkt, wo wir das verwenden können. Das war auch wirklich Quatsch, was ich hier gemacht habe. Vor allem, wenn ich so unaufmerksam bin, wie hier. So. Kann ich abkürzen? Kann ich hier oben lang? Oh, ach, jetzt ist die Sackgasse. Kann ich hier durchspringen? Nein, kann ich nicht. Shit. Oh, aber das war gut, das war ein Damage Boost. Da habe ich ein Damage Boost gemacht. Das war gut. Das war gut, muss ich sagen. Okay, Level Up. Akzeptiere ich. Und mal gucken. Oh, was ist das? Gehört das so? Oh. Oh. Rüttel die Katz. Das war ja sogar richtig, damit ich weiterkomme. Okay, das sind jeweils drei. Das schlägt sofort zu. Was ganz gut ist aber, dass es dadurch berechenbarer ist. Okay, das sind die Journeys, die kenne ich auch. Ey, ist das, ist das ein Krate-Schädel? Aus Metroid? Ist doch Krate, oder? Eindeutig Krate. Wo bin ich denn da? Da oben. Safe. Oh ne, ich bin bei den Xenomorphen gelandet hier. Was ist denn das? Holy shit. Sägeblatt. Bad Sägeblatt. Das war nicht glück von mir. Stuffed Stack. Okay, also vorsichtig. Yikes. Rutschen muss ich. Okay. Oh. Tschüss, da bist du ja. Was ist passiert, Maxim? Hast du Lüdi gefunden? Warum fragst du mich das ausgerechnet, nach Lüdi? Du hast sie doch gefangen genommen, oder? Was? Hä? Was zum Deibel redest du denn da? Ach nichts, vergiss es. Ich weiß nicht, wie deine Kraft genau ausschaut, Belmond, aber ich werde sie dich, äh, du sollst sie nicht bekommen. Was ist mit dir passiert? Du bist nicht dein normales Ich. Ich habe neue Kräfte, die deine Stärke übersteigen, aber zuerst die Frau. Mache es gut, ja? Hoffe, du verrottest hier in den Wänden des Schlosses. Also er denkt, dass wir der Herr des Schlosses sind. Warte, Maxim. War das wirklich Maxim? oder täuschen mich meine Augen und Ohren? Weiß nicht, ach, ich kann ja auch jederzeit Quicksafe machen. Aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein, ne? Aber so viele Bumerangs können wir machen. Und wenn ich mich drücke, ist es okay. Oh, sind es die Blut-Skeletten? Das sind sie. Also ich hier die Blut-Skeletten oder die Blut-Skelette aus den anderen Teilen. Red-Skeletten, ja genau. So Reds schauen die hier nicht aus, sondern eher orange. Aber die sind nicht zerstörbar. Und stehen wieder auf, nachdem man sie weggehauen hat. Sie sind aber, ja, wenn man es rechtzeitig erwischt, dann sind sie eigentlich relativ ungefährlich. Ach, ein Save. Okay, wir saven hier. Und ich mache auch zu Sicherheit auch a quick save. Einmal hier. Und, äh, für euch vergeht keine Zeit. Für mich, ich gehe jetzt erstmal pennen. Bis gleich. Okay, Leute, damit wären wir wieder zurück. Und, äh, ich bin jetzt ausgeschlafen. ist wahrscheinlich noch daran, dass die Stimme ein bisschen belegter klingt, aber das soll sie sich hoffentlich dann gleich legen, wenn wir dann weitergemacht haben. Ich muss kurz nochmal mir vor Augen führen, wo sind wir hier gerade? Wir sind da ganz nach unten durchgegangen. Ich schätze, es liegt wieder ein potenzieller Bossraum vor uns. ja, oben auf der rechten Seite gibt es noch etliche Wege, die wir machen können. Äh, ein paar andere Abzweigungen konnten wir, glaube ich, noch nicht so richtig durch auf dem Weg jetzt hier hin. Und, äh, die Item-Anzeige, ich glaube, über die habe ich relativ wenig gesprochen an der Seite. Die zeigt wohl auch, welche Items man hier in der Gegend holen kann, weil diesen, was hatten wir, was war das? Ein Stack Hat oder so? Ich weiß nicht, was das, äh, konkret als Item dann auch ist oder kann ich das hier? Nein. Das ist anscheinend ein Classic Item oder so, also Item-Item. Auch nicht hier. Was bedeutet dann der Stack Hat zum Beispiel? Könnte es ein Relic sein? Gucken wir mal. Nee. Also, fundamental, Sachen verändern macht es nicht, aber für was, war es dann da. Ein Equipting war es nicht, ein Item nicht, ein Spellbook auch nicht, Secret Info. Collectibles. Ach, ah, Furniture ist es bestimmt. Da. Stuffed Stack, das war es. Symbol of the Rich. Okay, dann können wir nämlich den Stack ist Hirsch, ne, oder? Hirschkopf an die Wand packen. Wir sehen zumindest ein Geweih da dran. Okay, das ist ein Collectible. Und hier sehen wir schon, welche Feinden wir, welchen Feinden wir begegnet sind bisher. Gut, also, Rot kann sein, es ist Collectibles, aber da fehlt hier ja noch einiges, was wir holen können. Ich gehe noch mal kurz ein bisschen zurück, um einmal ein kleines Gefühl für die Steuerung wieder zu kriegen. Okay, ja, also mit dem Snipe. Das hat nicht gereicht. Okay, gucken, wo wir den so weghauen können. Ja, nur ein kleines Gefühl, einfach, damit wir Wanne machen können. Aber ich hätte vielleicht mal nach Herzen gucken sollen. Oh, so, es geht hier immerhin noch einen Tacken weiter, also nicht direkt einen Bossraum. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir hier direkt bei einem Boss sind. Aber dem ist nicht so. Ach komm, ihr nervt. So. Hier ist vielleicht so ein Trick, wo man so einen Quick-Schwung hat, ne? Oder sagen kann, hey, so funktioniert das ganz schnell und ich brauche echt mal dringend so einen Double-Jump hier, ey. Ich hoffe, dass das bald kommt oder vielleicht so eine Art Move, womit man viel sliden kann. so. Also, oder durch die Luft sliden, meine ich, weil den Boden Sliden habe ich ja schon. So, ich glaube, drei kriege ich, bevor ihr schlägt. Na gut, da brauche ich keine falsche Bescheidenheit da haben. Ja, okay, wenn ihr mir das hier gebt. Oh Gott, was ist das? What is this? Ein Schild ist das. Okay, nicht so. Okay, Okay. Bisschen ähnlich wie da springt er. Uh, reicht das? Okay, er springt auch da hoch. Yikes! Aber hier müssen wir aufpassen. Oh, sein Schild, oh, schon geschafft? Nee, natürlich nicht. Sein Bruder! Oh, der hat aber kein Schwert. Ui! Okay, also wenn er so macht, jumpen. die nächste, ui! Ui! Ah! Macht doch sowas nicht. Okay, und jetzt Nummer 3 wahrscheinlich. Ich soll wohl einen Potion nehmen, ne? Ich hab nicht mehr so viele. Drumstick. Wie viel geben wir der Drumstick zurück? Anti-Venom, Uncurse, oh, kann man wahrscheinlich viel Geld verkaufen. Store hatten wir bisher auch noch nicht, ne? Ja gut, äh, Gucken, was ist das? Der ist wahrscheinlich jetzt hier, oh, ohne Schild. Okay. Okay, uff. Drunter ducken kann ich wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt muss ich mal das Potion nehmen. Ui! Das war knapp. Okay, das ist noch knapper. Ja komm, das ist so arschig, was du jetzt machst. Oh? Nein, mein Controller! Mein Controller ist ausgegangen! Mein Controller! Mein Controller ist ausgegangen! Ah, Controller! Nein! Wie ist der wieder angegangen? Oh, das war ja shit gerade. Shit ist meine Batterie wahrscheinlich leer oder so. Ja, der macht das wieder, shit. Fuck! Oder so, warte mal. Ähm, ich gucke mal, ob ich den wechseln kann. Aber, lass uns erst mal hier kurz, machen wir kurz ne Pause und dann wechsle ich mal den Controller. Das ist natürlich nicht so geil. Ähm, und ich hoffe, ich kann zurückspulen, bis zu dem Part, wo der Controller mir ausgegangen ist. Das ist natürlich, das ist natürlich shit. Okay, so, ich hab jetzt meinen Zweit-Controller gesinkt. Meinen anderen PS5-Controller, den ich, ja, ich glaub, der ist ein bisschen mehr aufgeladen, den anderen muss ich mal zwischendurch aufladen. Ähm, jetzt wo das Ding ausgefallen ist, ich glaube, das Sinnigste wäre wahrscheinlich jetzt die Rückspulfunktion bis zum Ausfall des Controllers dann zu machen. Ne? Das ergibt ja relativ wenig Sinn, dass Windows jetzt neu starten möchte. Das ist auch natürlich absoluter Scheiß, das machen wir mal nicht hier. So, dann gehen wir einmal raus aus dem Menü und gucken, wie weit wir zurückspulen können. Wo ist der Controller ausgefallen? Da war er ausgefallen. Hier ungefähr war es. Ich glaube, hier bin ich durch, genau, und hier ist er dann ausgefallen. Wenn wir also ab hier einsteigen, auch für sowas praktisch, dass hier die Rückspulfunktion ist, und die will ich ja nur in solchen Fällen hier einsetzen. Dann komm. Oh, komm. Okay, aber da haben wir ihn. Also, ganz im Ernst. Das hätte hier nicht sein müssen. Wirklich, ey. Also, wo sind wir dann jetzt hier? Äh, Moment, Map, auf den Button. Ich, ups, äh, ja komm, mal können wir mal, sicher ist, dass wir mal ein paar mehr Saves machen, was wieder so eine Controller-Scheiße sein sollte. Ah, Silver, der Double Jump, oder? Ja, it's a Double Jump. Geili. Genau das, was ich wollte. Aber auch so ein bisschen erwartbar natürlich dann. Ey, aber, also, hier kann ich ja jetzt, ist 100 viel, weil das ist ja mega. Ne, wenn ich hier mal richtig, äh, Monetas holen kann, wie viel Geld habe ich denn? 1.499. Also, wenn ich das jetzt hier mal zwei, drei Minuten mache, dass wir auf 5.000 oder sowas sind, vielleicht kann ich ja ein geiles Item kaufen. Also, weil das ist ja Pibifax. Dass der uns direkt jetzt hier da 100 vorpackt, also das müssen wir ja geplant haben. Ne? Dass man hier farmen kann. Ups. Ah, dann soll ich natürlich auch das Geld aufnehmen und nicht nur liegen lassen. Aber wenn ich so eine Gelegenheit hier sehe, dann ist das natürlich mega attraktiv. Äh, dass man das ausnutzt, vor allem mit dem schnellen, da warte mal. Okay. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Es ist so, man benutzt die L und R Buttons, um diesen Slide hier zu machen. Und der Slide ist richtungsbasiert. Das bedeutet, egal ob ich nach vorne oder hinten gucke, also immer wenn ich auf den R1 Button drücke, slidet der nach rechts. Egal ob ich nach vorne oder hinten gucke, wenn ich auf den L1 Button drücke, slidet der nach links. Mal gucken, ob ich das hier, das hier vielleicht ein bisschen abkürzen kann. Ähm, dieses Umdrehen. Weil ich hier, oder dieses, dass er einmal aufhört mit dem Slides. Aber wenn ich die Richtung wechseln will, da gibt es bestimmt, da gibt es bestimmt irgendeinen Trick, um die Richtung zu wechseln. Ohne, dass es so, in Anführungsstrichen, lange dauert. Kann man bestimmt dann hier ausnutzen. Das ist alles, guck mal, jetzt haben wir schon 3, ich gehe auf 5.000. Oder 4.999. 3.7. 3.8. 3.9. 4. Jetzt juckt mir das Ohr, wenn wir ein bisschen kratzen. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7. Noch 2. 4.8. Und 4.9. 4.999. Ist ja auch noch ein Cent. Nein. Oh, ich hätte auch Herzen aufladen können hier, ne? Fuck, ich hätte mir aber nicht bewusst, dass da ein großes Herz ist. Ja, scheiße, jetzt sind wir bei 4.9, aber ich nehme den auch nochmal mit. Weil wir zu aufsparen jetzt hier, ne? Na? Aufgelöffelt bin ich nicht, ne? Also ich brauche immer noch 3 Schläge für die Johnnies. Aber wir können jetzt da hoch und ihr seht's bei den Items hier, habe ich, äh, zwei wichtige Items schon mal gefunden. Kommen wir damit hoch? Ja, klar, ne? Ja. Zwei wichtige Items schon mal gefunden. Ups. Ne? Mal gucken, was das für ein Ding ist. Das ist jetzt in dem auch nochmal mit. So. Zwei wichtige Items in der Location hier gefunden, wie da drüben angezeigt wird. Was soll ich sehen? Oh, die Axt wieder. Okay. Oh, wo sind wir denn hier? Jetzt hier angekommen. Hier war ich noch nicht, ne? Okay, so eine Johnnies sind das. Oh, 25 Cent. Irgendwo müssen wir mal langsam zum Laden dann hinkommen. Weil ich will das Geld jetzt ausgeben, was ich verdient habe. Mit neuen geschaffenen Wegen. Ui! Komme ich hier damit rüber? Doch, damit komme ich... Oh, ihr seid Arschlöcher. Okay, aber Level ab. Geil. Der eine lebt noch, glaube ich. Ne, tut er nicht mehr. Na gut, immerhin schadet mir das nicht so viel. Besteckte Wand. Nein. So, jetzt sollte das unsere Traversal doch nochmal sehr stark verbessern. Und ich habe die Leather Cap gefunden. Ups, das nicht. Ja, Lucky Charm ist eigentlich nice. Wobei... Du darfst nicht in die Leather Gloves schauen. Leather Gloves, Gloves made of Leather. Die Leather Cap. Oh, die sieht's. Oh, zwei besser. Ja. Nehmen wir die Leather. Leather Cap. Wobei mich diese limitierten Equipment-Plätze ein bisschen irritieren, wenn du nicht sagen würdest, hey, du hast Body Armor, du hast was für den Kopf und du hast Hände oder vielleicht Relics oder Ringe, die du anziehen kannst. Weil es ist ja auch dann nur ein limitierter Platz auf dem Kopf. Äh, auf dem Körper. Im Kopf auch, aber auf dem Körper allgemein. Wobei, mit Logik braucht man ja jetzt hier nicht ankommen, ne. Weil wenn man dann ganz genau guckt, muss man sagen, wo hat er sonst die ganzen Items, die er nicht equipped hat. Gerade. So. War's das? Okay, das Big Skeleton hatte auch die Farbe, als ob sie da aufsteht, aber hat's anscheinend nicht. Was ist hier los? Alles so gleichaussehende Räume hier. Und wo lande ich? Da oben. Habe ich was übersehen? Oh, ganz. Was ist da ganz rechts hoch in dem... Hm? Aber hier bin ich doch gerade hergekommen, ne? Was habe ich denn da verpasst? Gehen wir nochmal zurück. Ich kann ja nicht Schaden jetzt hier. Oh, Bronze Boots. Oh. Das sieht natürlich... Vielleicht sind die Bronze Boots besser. Sind sie nicht. Da ist die Leather Cap. Da ist die Leather Cap. Und irgendwas muss das hier auch bedeuten, habe ich das Gefühl. Okay, den kriegen wir wirklich easy hin. Was habe ich denn hier verpasst? Da ist ein Durchgang nach oben, ne? Hier, warte mal. Auf der anderen Seite. Was... Was... Was habe ich denn da... Irgendwas habe ich nicht aufgepasst. Also bevor ich wieder... Ich habe das Gefühl, hier komme ich eher selten wieder zurück. Hier oben ist was. Ah, ich habe gar nicht... Okay, dann habe ich wahrscheinlich wirklich nicht hingeguckt, richtig? Ich habe das Item nur genommen, aber hier kann man oben irgendwo auch durch. Da... Oh, ich bin blöd. Ich habe das Item genommen, ich habe da hier gar nicht geguckt. Ja, mehr auf die Augen auf hier. Mehr die Augen auf machen, Gregor. Das ist doch Quatsch. Hier sind wir. Ne, fast sind wir hier. Fuck. Also... Okay, wir können das noch nicht kaputt machen. Aber der Weg ist nicht umsonst. Sollte man sagen. Mal, wir haben nochmal Bronze Boots bekommen. Das macht das Luck bestimmt, ne? Dass wir mehr Luck haben, dass die Gegner bessere... Oder mehr Drops haben wie sowas. Was soll ich hier mehr aufpassen? Und ein Anti-Venom. Aber das gibt mir zumindest schon mal ein bisschen die Sicherheit. Dann werde ich das da sehen können und schaue, dass es da verbindet. Wenn wir einmal die Möglichkeit haben, wirklich diese Dinger zu zerstören, dann würde es das auch gut weiterhelfen. Okay. Weil dann weiß ich Bescheid und... Ups, die Dinger überlegen wir jetzt mal rüber. Energie ist auch langsam für den Ursch. So, gucken wir mal hier. Live ab. Hätte ich auch den ganzen Weg auch hier sparen können, weil ich hätte gedacht, hier unten geht es weiter, weiter. Nein, nein. Ach, egal. So. Ach, der hat nicht gereicht. Ich dachte, passt ohne Hit hier durch. Ups. Na, komm. Aber auch ein Level abgekriegt. Also eigentlich alles ganz cool. Und hier ein bisschen... So. Vorsichtig. Wieder zurück. Na? Genau, durch den Safe-Raum durch. Und jetzt müssen wir eigentlich alle Parts... Wenn jetzt nicht irgendwie... so ein großer Stolperstein wäre... Müssen wir eigentlich durch die nächsten Parts ganz gut durchkommen. Oh, zwei jetzt für die. Alles gut. Zwei für die ist ganz nice. Jetzt brauche ich nämlich... mich wirklich super aufpassen. Na gut, ich nehme die Axt wieder. Axt ist eigentlich besser als das Messer, ne? So, hier hatten wir Juist getroffen. Äh, Jumpenmasch... Oh, jaja, jetzt mit dem Double-Jump soll ich das easy machen können. Jaja. Worum ich durch diese Kette jumpen kann, ist natürlich nochmal was anderes. So, gucke ich ganz unten... Äh, ich muss ja sowieso da einigermaßen wieder weit zurück, ne? Also vielleicht gucke ich nochmal unten nach, weil ich weiß gar nicht mehr, was unten in der Ecke da war. Schmeiß mir das noch nicht gegen den Kopf. Du Sau. Och, guck mal, und die hier. Och, nice. Schön hier rauf. Huah, huah. Ups. Da hat das nicht ganz so gewirkt. Äh? Na komm, wir treffen nochmal. Und noch einmal. Dafür ist es doch auch da. So, äh, äh, äh... Rechts durch, ne? Rechts durch und unten mal schauen. Ach, der Johnny. Da sind wir. Alles klar. War nicht geil zu versuchen... ...da durchzugehen. Was war ich hier? Ach, jaja. Die nicht vorhandene Abkürzung. Da war das Item, ne? Kann's auch egal sein. Warte mal. Okay, ich dachte, ich hab' ihn fast. Jetzt hab' ich ihn. Oder zumindest, wenn ich ihn eh schon so, äh, weich gehauen habe. Und ganz unten ist, äh, mein Einrichtungsraum, oder? Ja, ist es hier? Wollen wir gleich mal sehen. Also hier ist nochmal einer von den Großen. Warum bin ich hier nicht weitergekommen? Liegt wahrscheinlich... Mal vorstellen, dass es vielleicht hier eher was Zerstörbares, ne? Weil sie noch nichts zerstören kann. Sag mal. Ich hab' ich gehauen, du bist nicht nach hinten. Ich weiß, schau' dir, da ist eindeutig, wird da angezeigt, dass die Wand kaputt ist. Also, dass ich da durch kann, aber... I cannot. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn der Double Jump jetzt hier an der Ecke geholfen hätte, weil das sieht nicht auf der Map nach etwas aus, was... Double Jump... ...hin ist. So hab' mich hier jetzt ein bisschen eingesack... ...gast. Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja, aber was sind die... Das hier... Ah, ah, das ist zum Abkürzen gedacht. Nein, ist nicht zum Abkürzen gedacht, okay. Hm... Jetzt muss ich das doch mit dem... Mit dem Johnny da machen. Aber... Das hilft natürlich, wenn ich die Axt habe. Dann kann ich nämlich nach oben die Action machen. Und ich kann hier hoch. Okay. Ups. Komm her, just. Kannst du endlich mal zeigen, was in dir steckt. Hobby, hopp. Hobby, hopp. Hobby, klopp. Haben die eigentlich... Kommt mir das nur so vor? Oder haben die für... Die Collection hier ein bisschen an der... An der Farbtiefe gearbeitet, weil... Wobei, ihr seht's wahrscheinlich... Oder, ne, ihr seht's sowieso, ne? Aber... Nachdem das erste Castlevania auf dem Game Boy Advance war, Circle of the Moon... Ich hab's damals auch auf dem Game Boy Advance gespielt. Ich hab's von einem Kumpel ausgelehnt, den Game Boy Advance mit Circle of the Moon. Und der erste Game Boy Advance war ja so, wenn du ihn nicht direkt im Licht gespielt hast, dann war's da angeschissen. Ja? Hier unten ist der Raum, dann wahrscheinlich. Dann war's da angeschissen, weil... Es war eh relativ dunkel alles dargestellt. Und, äh... Was sie gemacht haben, ist, äh... Farbe aufhellen. So, der Stack da ist. Der Stack hat jetzt... Äh... Aufhellen von vielen Hintergründen, dass zumindest die Farbkontraste nicht mehr so enorm sind, ne? Und deshalb, äh... Wenn man dann solche Spiele mit dem Game Boy Player, oder wie jetzt hier, äh... Mit modernen Mitteln an, äh... Hochkontrast-Screens dann spielt, die Hintergrundbeleuchtung und alles haben. Das hat sich ja mit den späteren Game Boy Advance Modellen ja auch... als nicht dicht zum Glück herausgestellt. Aber diese Games geben so den Eindruck ab, dass die einfach zu überhelle Farben haben, weil eben nicht ihr seht, wie... wie hellgrau da der Hintergrund ist, der eigentlich nicht so hellgrau sein müsste. Ähm... Und das sind so Sachen... Was war das für ein alter Messer? Das sind so Sachen, äh... Die leider... Ja... Den Spielen so ein bisschen Qualität nehmen eben. Weil die wird man natürlich jetzt nicht mehr klassisch an einem... Äh... Screen von... Vor 20 Jahren... Spielen. Sondern modernen Flat Screens. Und hier haben wir jetzt eben eher diese hellen Grautöne. Es gibt, äh... Für bestimmte Spiele, ich weiß nicht, ob Harmony auch dazu gehört. Das haben sie für Aria of Sorrow gemacht. Also sie, in Anführungsstrichen. Die Person, die das, ähm... Sie ausgedacht haben, ein Fanpatch für die originale GBA-Version. Die so ein Recoloring macht. Die dann, äh... Kontrastreichere Farben dann da macht. Die nicht so verwaschen und überhell sind. Äh... Was natürlich auch ein bisschen was an der Grundstimmung des Spieles ändert. Genau. Wobei man muss sagen, die Grundstimmung, wie Sie hier sehen... Ist auch ein bisschen irreführend. Habe ich? Ist durch? Achso, ich kann hier noch ein bisschen hauen. Okay. Aber ja, nee. Ich dachte, das ist vielleicht auch schon ein bisschen recolored jetzt hier für die Collection. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht. Sonst wären diese grauen Grauwände... ...nicht nochmal vorhanden. Oh, hat er mich gecursed? Das sieht natürlich nicht so gut aus jetzt hier. Jetzt kann ich drauf hoffen, dass das nächste... Ah, das ist nicht nice. Ne, da will ich... Da will ich tatsächlich nochmal... Da will ich... Zurückspulen. Weil den Run-Up brauchen wir nicht. Das ist ja purer Quatsch jetzt hier. Aber dann würde ich sagen, in solchen Fällen dann den Anfang des Raumes, ne? Das soll ja keine Gefängnis-Freikarte jetzt hier werden. Aber ich brauche einfach den Weg bis hierhin noch nicht machen. Um Safe-Raum. So. Jetzt will ich aber ein bisschen... ...aufpassen und vielleicht ein Potion nehmen. Ja, zu viel verbaten jetzt hier bei dem Man-Eater. Ich habe mich natürlich auch nicht getraut, wirklich groß... ...zu schmeißen. Soll ich erstmal hier gucken? So, die kleinen Hexen. Die kriegen wir weg. Oh, Kreuz. Nice. Ich glaube, dann lohnt es sich doch jetzt nochmal ein Potion zu nehmen. Und da haben wir ein Hard-Max-Up. Bekommen. Ich habe in die falsche Richtung gehauen. Oh, ein Level-Up hier. Das hilft uns auf jeden Fall auch. Ah, ich habe keine Herzen mehr für Special. Ach komm, wie hat er mich denn da nochmal getroffen? Das ist doch nicht nice, was du hier machst. Okay, jetzt gibt es hier echt viele Wege, die wir nehmen können. Wir schauen erst mal unten weiter nach. Okay, so ein Weg ist das. High Potion. Oh. Nice. Okay, das ist nicht so nice. Ah, aber die können mit Scarecrow. Scarecrow. Oh. Okay, ja, die haben ein schönes Jump-Pattern, muss man sagen. Da muss ich echt zeitig. Hier darf ich nicht durchdüsen. Das wird jetzt heftig. Okay, Siren ist das. Kann die was beschwören? Ja, kann sie. Ich hoffe, dass ihre Projektile nach ihrem Ableben nicht so... Oh, Sporen. Sporen. Dass die Projektile nach dem Ableben nicht trotzdem weiterleben. Oh, eine Abkürzung. Also, oder ein anderer Weg. Wo hast du uns rausgehauen? Da oben. Okay. Sky Walkway. Nee, 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 nee. Auch wenn das jetzt noch viel kostet. Oh, und guck mal. Just, hast du Lüdi gefunden? Du, du bist Maxim, oder? Ja, genau. Also, ist das der gleiche Maxim, den wir vorhin getroffen haben? Weil der hat's... Der klang ja anders, ne? Hey, was meinst du damit? Äh, nichts, vergiss es. Also, sag mir, wie ist es dir ergangen? Ich habe bis jetzt nichts gefunden, aber meine Erinnerungen kommen langsam zurück. Aha, also ist Lüdi wirklich irgendwo in diesem Schloss, tatsächlich? Ja, ich bin mir sicher. Und ich weiß, dass ich auch hier schon mal gewesen bin. Und da ist etwas, was ich denke, dass ich dir sagen muss. Ja, du kannst mir alles sagen. Der Tag, an dem du den Titel des Vampirjägers geerbt hast. Ich fühle, als ob eine Wand zwischen uns beiden aufgebaut wurde. Ach, jetzt werden Gefühle ausgetauscht. Ja, und aus diesem Grund bin ich auf meine Expedition gegangen. Ich wollte besser als du sein und dich von deinem Schicksal erlösen. Vor langer Zeit hast du mir von Draculas Überresten erzählt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich erinnere mich. Die Geschichte, wie mein Großvater Simon, Simon Belmont, natürlich die Überreste von Dracula eingesammelt hat und sie zerstört hat, um seinen Fluch zu brechen. Das war Castlevania 2, die Story. Ich dachte, dass mir meine Wünsche erfüllt werden, wenn ich sie auch sammeln und zerstören kann. Sondern sagen, Überreste zerstört, damit der Fluch gebrochen ist. Dracula kommt trotzdem zurück. Jetzt ist wieder neue Überreste. Was? Du hast sie gefunden? Ja, der Legende nach ist es noch zu früh für die Wiedergeburt von Dracula. Es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand gerade auch verflucht ist. Zuerst habe ich daran gezweifelt, dass ich alle seine Überreste finden kann. Aber ich habe sechs Teile gefunden, als ob mich ein höheres Wesen dazu angestiftet hat. Das ist ja unmöglich. Ich habe wenig Erinnerung daran, was danach passiert ist, aber die Überreste sind verschwunden. Ich erinnere mich aber, dass Lüdi gekidnappt wurde. Wenn es war es, dann könnten Draculas körperliche Überreste dieses Schloss wieder errichtet haben. Vergib mir, es ist alles meine Schuld. Ich bin nicht der, von dem du Vergebung suchen solltest. Du solltest dich zuerst bei Lüdi entschuldigen. Wir müssen uns beeilen und sie finden. Ja, du hast recht. Okay, ich mache mich los. Maxime, ich glaube nicht. Danke, Just. Just Belmont. Uh, das sieht nicht gut aus. Okay, aufpassen. Die wollen mich doch bestimmt an den Karren pissen hier. Wir gucken trotzdem mal, was hier unten ist. Kann ich jetzt durch? Ich kann hier durch. Oh. Okay. Okay, da sind die Johnnies hier. Ah, ein Live-Up. Geil. Geil, das Live-Up nehmen wir. Das hilft uns sehr, muss ich sagen. Also wir haben noch sehr, sehr viele Sachen, die wir beim Part davor durchsuchen können. Ich will hier einmal schauen, nur wenn wir hier schon mal sind, was hier oben Phase ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass wir hier ein bisschen limitiertere Sachen haben, die wir aufnehmen können und sowieso wieder zurück müssen. Wäre das eine gute Stelle zum Farmen? Ich weiß leider nicht, wie viel Energie oder wie viel Experience die dann geben. Hier geht's auch raus. Die andere Seite. Ich will jetzt mal die andere Seite nehmen. Ich glaube, die kombiniert nehme ich. Oh. Poisson. Nein, Poison. Ich habe Anti-Venom, ne? Okay, das ist ja noch gefährlicher, als ich dachte. Ordentlich Abzugenergie. Und Poison. Lieber schön weg von denen. Ich glaube, hier verbinde ich nämlich einen Weg erstmal. Oder auch nicht. Tja. Ich brauche irgendwie so eine... Zerstörer-Peitsche, habe ich das Gefühl. Oh, aber trotzdem noch der Level Up. Wir hatten ja auch... So lange ist der letzte Level Up noch gar nicht her, ne? Das heißt also... Das ist schon einiges an EXP, die hierbei rumkommen. Die Dark Souls-Dinger hier. So. Ui! Das war nicht klug von mir. Das war nicht klug von mir da unten. Das so zu machen. Oh, Boss-Tür, ne? Oh, dann gucken wir erstmal, wo wir einen Safe hinkriegen. So, fällt das alles auf mich hier runter? Ui. Das ist nicht cool. That's not good. Oh, da oben ist aber was. Das ist nicht cool. Ein Kandelaber der drei. Gold Shrinket ist wahrscheinlich auch zum Einrichten. Hier in den Ecken gibt es nicht so viele Anitems, ne? Wie ihr seht. Nee, Bummerang für mich. Und Silver, oder? Da ist das auch gar nicht zum Einrichten jetzt hier, sondern das ist mehr... Das ist ein Rätsel. Das kann nämlich auch sein, wenn wir ein Gold und ein Silver Trinket haben. Oh, wirklich Poison? Hm, jetzt kommt der runter. Aber dafür haben wir ein Elixier gekriegt. Immerhin. Aber, ey, ich gehe jetzt noch nicht zum Bossraum, ganz ehrlich. Ich kann da oben nochmal gucken und... Und, ah, ich kann auch hier rüberspringen. Und hier geht's auch nochmal hoch, ja. Ups. Scheiße, dann jetzt den schon verbraten. Balloon heißen die. Ich will nicht in die Reihen rutschen. Wenn die mich vor allem auch sofort vergiften. Das ist nicht so cool. Aber hier muss irgendwo ein Save sein. Chapel of Dissonance. Schöne 3D-Effekte da übrigens hinten. Habe ich gar nicht so richtig darauf geachtet gerade. Oh ne, Flea Man. Flea Man ist nicht so cool. Aber ihr merkt schon, hier bin ich erst hingekommen... Oh, Potion. Bin ich erst hingekommen, als ich den Double Jump gekriegt habe. Das Reihenrutschen hätte ich mir sparen sollen. Das heißt also, dass das Level-Design, die Architektur, ist jetzt um einiges breiter. Als ich es vorher war. Wo klettere ich? Oh, ich klettere jetzt wirklich richtig hoch, ne. Wir sind bei 50% vom... Ersten Schloss. Gab's hier zwei Schlösser? Wahrscheinlich, ne. Shit. Nee, gib mir das. Das will ich nämlich behalten. Also ist nicht so... Wo sind wir bei zwei Stunden? Ja. Dass man so pauschal sagen kann... Oh. Ja. Dass so und so viele Stunden ist durch. Oder wir haben jetzt schon Halbzeit. Flying. Oh, Level Up. Sehr gut. Weil das kann natürlich alles dann noch in Richtung 200% gehen, ne. War ich hier schon mal neid, ne? No. Oh, solche Johnnys hier. Oh, komm. Emerald Cloak. Oh, das klingt gut. Moment. Moment. Wir haben ja durcheinander mit den Menüs hier. Okay. Okay. Essocloak. Emerald Cloak. Bright Green. Ändert nichts bei den... Guck mal, die Bronze Boots sind besser als die Ankle Guards. Die Emerald Cloak ist besser als die Leather Cap. Und das Lucky Charm. Gibt es etwas, wo wir signifikant auf das Lucky Charm verzichten können? Das Leather Cap gibt mich hier... Vier Defense mehr. I'm not that sure. Energy Circle finde ich jetzt nicht so. Hallo. Muss ich sagen. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht... Uh, unbedingt. Könnte ich mir vorstellen. Oh, was ist das? Oh, hier komm ich aber nicht hoch. Das ist das Auge Draculas. Das Auge Draculas, was ich einsammeln muss. Oder so. Und hier komm ich auch nicht raus. Ich kann die zwar peitschen außerhalb der... Location. It is locked. Du bist ein Magic Spell. Ein Spell hat mich gemagic'd. Aber, das ist geil. Pass ab. Ach, das Absuchen wird nochmal... Nerve ich dann wahrscheinlich. Ich war... Guck mal, hier. Hier zeigt er auch nicht an, dass ich... da ein Item habe. Ah, aber... Apropos nervig absuchen oder nicht absuchen. Wir haben ja diese Bonus-Anzeige jetzt hier auf der rechten Seite... äh... durch die Collection. Und das ist immerhin... doch eine ganz nette Angelegenheit. Dass er uns hier anzeigt, hey, du bist gerade in dieser Sub-Location... und hier hast du noch nicht alles eingesammelt, was du einsammeln kannst. Okay, ich kann hier eigentlich komplett zurücknehmen. Außer... Das nehmen wir. Da müssen wir nämlich ein bisschen mehr... helfen... als die anderen Sachen. So. Runter. Ganz runter. Und links. Ich glaube, ich musste hier so runter, ne? Ja, fuck. Den habe ich... leider... abasst. Ein Flea Man. Da ist er wieder. Noch eine. Ich hasse die Flea Man, ey. Wer hasst die nicht? Die Flea Man. Okay, kann ich komplett nach rechts. So. Hier durch. Oh, die sind... Ich will natürlich nicht vergiftet werden. So. Deshalb mit Vorsicht... und Bedacht. Ich kann unten erkunden erstmal. Kann ich hier? Hier bin ich gar nicht lang gegangen bisher, ne? So. Ist das ein Loch, wo ich da runterfallen kann? Da unten? Warte mal, hier komme ich gar nicht rauf. Okay, ich könnte von hier runter... Da oben war ich, glaube ich, schon. Das hier macht mir so ein bisschen Sorgen. Weiß geht da schon... Irgendwo hier muss auch ein Safe sein. Ah, wie gut. Gut. Da sage ich es auch noch. Ich trinke mal kurz was. Da sage ich es auch noch, dass hier irgendwo mal ein Safe sein muss. Und schon hat es mich gesaved. Da können wir aber... Oh, warte mal. Das heißt aber, da direkt drüber war doch der Boss. Lass uns den doch mal angehen dann. Hier wäre eine schöne Abkürzung, nice. Aber ich glaube, wir müssen den ganzen Weg wieder hochgehen. Und Potion auch noch. Kriegst du auch geil. So. Das ist nicht nur etwas... Oh, 22, ey. Zu viel, aber... Die droppen Potions, als ob es keinen Morgen gäbe. Okay, let's boss it. Okay. Oh, und Curse, ey. Und ein Curse. Oops. Na. Oh, das fängt nicht so gut an. Okay, okay. Not nice. Dann gehen wir wieder vor die Boss-Tür. So. Vorsicht und Bedacht. Vielleicht bin ich doch zu früh hier. Oh, ich hab ganz vergessen. Ich hab hier... Auch den Double-Jump hier. Na. Oh, Gott. Hier wäre eine Axt wahrscheinlich geiler gewesen. Und ich nehm mal... Ein Potion. Hallo, Potion-Seller. Gib mir deine größte Potion, please. Potion-Seller. Oh, jetzt bin ich wieder gecursed. Shit. Das wird... Nicht gut für die Items. Und jetzt hab ich keine. Oh, echt wirklich? Wie verträgst du denn? Hier wird's wieder gecursed, ne? Oh. Okay, Curse ist wirklich mega scheiße. Okay, raus. Raus und zurück. Okay. Okay, der war ja auch mega scheiße. Ja. Oh, so viele kannst du... Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Okay, wieder ganz zurück. Sollte vielleicht... Vielleicht sollte ich vor dem Boss räumen... ...statt ihm zurückspulen, geht ja auch ein Quick-Save. Das ist wahrscheinlich einfacher, weil... ...wenn die Bosskämpfe lange dauern... ...wenn wir sehen, ob das überhaupt reicht. Oh, das reicht nicht mal für den ganzen Bosskampf. Ja, dann soll ich lieber mit dem Quick-Save arbeiten, ey. Na gut, machen wir ab hier. Okay. Okay. Wir sind schon bei dem Part, wo ich... ...wenn meine... ...fuck, ey. Fuck, ey. Gecursed, ne? Ne, gut bin ich. Okay. Kein Curse. Aber jetzt. Okay, Konzentration. Der Punch gibt mir den Curse anscheinend. Also, falls wir das nicht überleben... ...ich glaube, dann lade ich den Save neu auf... ...wenn wir nochmal den Weg vom Save-Punkt machen müssen. Aber... ...das ist sinniger als jetzt dann... ...dann habe ich mich zu sehr auf die Rückspulfunktion verlassen. Die ist zwar nicht zu kurz... ...aber... ...auch bei weitem nicht lang genug. Ja, 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 ja. Dann laden wir den Save, dann laden wir den Save richtig. So, und bevor wir zum Boss gehen, lohnt es sich vielleicht anders... ...och, der ganze Part da unten, den hat... ...hatte ich den? Hier bin ich auch gar nicht lang gegangen bisher, ne? Dann ist erstmal... ...ja, das ist... Oh, what the fuck! Okay. What the fuck! ...und der curst mich ja auch. Wie lange dauert so eine Curse? Okay. What the fuck ist das denn? Was soll denn das hier? Holy shitballs, okay? Könnte aber nicht zu früh hier sein. Weil hier oben geht's ja einigermaßen. Weil der Boss da... ...schien auch nicht... ...unschaffbar. Ähm... Das ist eigentlich keine gute... ...Idee. Äh, hier mit nem... ...Weihwasser... ...unterwegs zu sein. So. Oh, das ist aber... ...das ist aber wirklich hier... ...recht fies... ...was hier passiert. Eigentlich möchte ich den jetzt... ...weil ich auch schon so viel investiert habe. Auch weghauen. Ach, Curse, ey. Ruler Sword. Also einmal muss ich dich killen. Das tut mir leid, mein Ruler... ...also es tut mir nicht leid. Ich will meine ganzen Curses... ...Anti-Curses nicht verbinden. Beschwenden für dich hier. Das ist ja mal was, ey. Und Cursed... Oh, fuck off, ey. Fuck off. Nee, ich... ...oder... Ach, komm, 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 komm. So, jetzt darfst du auch mal... ...komm mal ein bisschen höher. Ach. Gebracht ist das wahrscheinlich so gut wie gar nichts, ey. What the fuck is this? Faceguard? Nope! Nope! Jetzt ist der Gegner wieder da. Bringt der Faceguard denn was? Das ist besser als die Bronze Boots auf jeden Fall. Habe ich irgendwas, was mich eigentlich schützt vor... Oh, warte mal. Warte mal. Könnte es sein, dass hier für der Energy Circles ganz gut ist. Okay. Weniger gut, als ich dachte. Ich bräuchte eigentlich ne Axt, ey. Ich bräuchte eigentlich ne Axt. Aber so richtig hilft das bisher nichts. Also vorm Bossraum ein Quick Save, damit wir den Weg dann nicht nochmal machen müssen. Das Zurückspulen ist leider nur eher kontraproduktiv. Aber ich kann eigentlich den Lucky Charm jetzt doch mal ausziehen. 77 bringen mir die Bronze Boots. Da haben wir insgesamt 10 Defense Punkte mehr. Das sollte eigentlich mehr helfen. ein Glück, dass er nicht vergiftet wurde jetzt hier. So. Da werden wir vor Bossräumen den Quick Save machen. Dann sparen wir uns den Weg. Ich ziehe trotzdem noch sehr viel ab. Ja. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich bin eigentlich zu früh hier, ne? Brauchte auch den richtigen Subweapon wahrscheinlich. Ich muss ja weg von ihm. Naja, das wird schwierig. Du kannst den nicht easy treffen, weil der auch in dich reingeht. Mit der Länge der... ... 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 für mich natürlich auch primär ist natürlich sagen weil ich bock darauf haben spaß habe aber ich mache es natürlich auch für euch doppelt gemoppelt macht es auch doppelt spaß da machen wir auch ein safety quick save und bis in einem moment so da bin ich wieder kleines päuschen ein bisschen gegessen das heißt wieder kräfte sind zurück jetzt muss ich nur daran erinnern wo war ich überhaupt jetzt hier noch mal ach ja ich war wieder zurückgegangen kurz um den safe mitzunehmen jetzt haben wir ja den double jump ich kann unten bei dem wasser dann noch mal nachgucken aber ich glaube ich sollte zurück zum clock tower erst mal und dort auch das beste hobby kann ich hier eigentlich mit dem double jump jetzt jetzt hier hoch nein nein der double jump den hatte ich ja vorher schon ja stimmt okay dann gehen wir erstmal hier einmal zurück so also hier am boss raum vorbei ne oh warte mal könnte ich mit dem double jump vielleicht jetzt auch da ganz oben oder wo habe ich den double jump noch mal geholt mit dem licht unten bin ich da durchgegangen mal gucken wir erstmal im clock tower und dann behalten wir uns im hinterkopf dass wir auf der auf der unteren seite da mal nachgucken wir haben ja jetzt etliche stellen wo wir schon mal durch können ich will bei den bei dem wasser her touren dann da mal hin aber erst gehen wir hoch im clock tower wenn uns denn die harpier hier einmal durchlässt so wo können wir hier können wir ich gehe nochmal ganz nach oben ja komm wie viel vertragen die denn einiges aber ich habe mir sogar den level abgebracht okay das ist ein anderer durchgang als der der unten wäre oah medusen that's not fun medusen oh die andere hint card ist das oder ne sogar eine vierte holy shit die hint card 2 sagt ja etwas da wo die göttin hinschaut ist ein versteckter durchgang na das kann es hier ja noch nicht sein Frage ist es der double jump was nice ist na komm mal runter was nice ist beim double jump dass ich auch in der luft dann nochmal einen extra habe oh ich habe gedacht wäre cool wenn ich noch so einen kick nach unten hätte ich habe ja einen wo kommt der denn her dass ich so einen kick nach unten habe das ist wirklich nice erstmal hier erstmal weiter schauen okay der hat das mörder jojo so oh komm nie man äh ein boss ist das story oh der clocktauer in der mitte hier ist tatsächlich mal der bummerang echt gut ruler sword level 2 ja wenn wir davon ausgehen dass das spiel oder der tower jetzt hier so ein bisschen aufgebaut ist wie bei symphony ist es natürlich nicht exakt also bei weitem nicht ich sollte vielleicht mir das spellbook nochmal aufmachen was sie gerne hätten machen können mit dem spellbook wäre das also wir haben ja hier mehr knöpfe zur verfügung warum das nicht gleich so legen dass du da mit dem knöpfen was anstellen kannst ne also dass ich jetzt nicht nochmal extra ins menü gehen muss diesen ganzen shizzle aktivieren ich glaube den hier hilft es aber einigermaßen gut okay bevor ich hochgehe ups oh shit da muss ich gleich mal aufpassen okay hier ist der durchgang ich sollte also durch den oberen ausgang erstmal mal gucken ob ich mich da durchschlängeln kann okay sollte klappen live up supergut richtig gut oh was wir machen können ist mal können wir es eigentlich ausmachen nein ähm 65 prozent vom schloss bei knapp drei stunden das ist okay ich meine hier waren es wirklich 200 prozent oh hint cards also zwei secret passage eyes of the goddess statue some spells can be cast multiple times das ist äh nett von dir okay so durch das nächste loch durch nach rechts ah hier haben wir den blauen jetzt ne ne das schwert ist es okay warte mal dann mache ich das spellbook aber aus weil der normale ja was ich nicht machen kann übrigens während die magie hier läuft ist äh mit dem bummerang werfen das sagt eigentlich mein mhm 1000 mein experience stand oh harpien und medusen das ist nicht gut safe home nein natürlich nicht ich würde erstmal links hoch ich würde erstmal links hoch na so safe ach geil immer so die hoffnung dass da der nächste safe endlich ist kann ich mich mal oh boss sogar aber ein bisschen fies hier gelegt also wie ich ohne energieverlust hier hochkomme vor allem zwei harpien also lass mich erstmal na kriege ich das hin nein boah so das ist hier echt kein durchgang das ist echt ein boss da oben wir müssen nochmal saven auf jeden Fall oder Energie uns zurückholen ah jetzt kann ich ja mal gucken wo ich den double jump habe ich gar nicht dran gedacht ja hier es sieht so aus als ob es da unten da oben eigentlich weitergehen sollte na aber nein verstehe ich nicht ganz I don't get it ach komm ach komm ich hatte es doch fast geschafft ey wie viel habe ich noch 440 ich weiß gar nicht was eine hp jetzt bringt ich muss die wohl wirklich killen na wo bist du da hat sie mich hab ich so viel energie verloren wie viel energie habe ich denn verloren weird weird oh ey okay so also mit voller energie zwar leider nicht besonders also magie könnte ich gleich noch anwenden aber nicht wirklich groß jetzt hier mit meinem bumerang was anstellen ich equipe schon mal das ice oder das ice das war das spellbook ne ice war eigentlich ganz gut okay wo ist das okay der max slimer okay oh so kann ich rüber das ist gut okay okay oh so kann ich rüber das ist gut okay okay ja der jump kick ist echt cool weil damit mache ich keinen schaden oder macht das ding mir keinen schaden und ich kann trotzdem noch auf die andere seite so noch einen hinterher ui aber ja gut die dinge ziehen eh nicht so viel ab noch ein paar crits hinterher jetzt habe ich das gefühl dass gleich der richtige boss noch rauskommt warum habe ich die impression na komm hoffen wir aufs beste dass jetzt nicht nochmal ein sonderboss rauskommt so einen habe ich noch level up habe ich ihn geschafft oh oh ok war weniger schlimmer als ich dachte dann nehmen wir den safe wieder weil da oben schaut er mir so sackgassig aus ne also an dem boss hier vorbei ey wie viel die abziehen ne die wollen nicht dass ich hier durchschlüpfe also weil hier laut der map sieht es ein bisschen sackgassig aus dass ich vielleicht dann nicht nochmal zurückkomme dass da eventuell ein item ist ups das war der falsche naja der falsche nicht falsch falsch aber ich wollte eigentlich den boomerang den hier machen was ist denn hier für mich ok sag mal was ist das denn hier für eine father demon green stone ok relics ja das ist für die peitsche no green stone wind attacks ok ok na let's ignore oh oh ne das behalten wir schön der tot der tot ist zurückgekommen sterblicher kennst du einen mann der den namen maxim trägt den kennst du doch oder ja was ist mit ihm ich glaube dieser mann hat objekte entdeckt die die kraft meines herren innehaben was du meinst draculas überreste meines herrschers meines lords fragmentierte überreste ah jetzt ergibt das wirklich sinn was zum teufel redest du da überhaupt du hast mir eine antwort gegeben deshalb werde ich dir eine erklärung geben es ist simpel dieses schloss ist eine kreation von maxims willen aber aber er ist doch nicht fähig sowas zu machen ja das stimmt mit dem originalen maxim aber der ah die überreste meines herren haben besitz von allem ergriffen und die zwei geister dieses schlosses haben nun die kraft meines herren zwei geister oh dann gibt es zwei maxims zwei geister sind jetzt in seinem körper ja wir haben einmal den bösen und einmal den guten sozusagen gesehen das ist ein originaler geist und ein böser geist der von meines herren überresten kreiert wurde also ist draculas böser geist den maxim sozusagen das ist ja total lächerlich und so gab es zwei schlösser aha zwei schlösser zwinker zwinker um die beiden geister ja quasi zu repräsentieren und der böse von den beiden geistern will die schlösser am meisten moment was meinst du bei zwei schlössern mit zwei schlössern ja du ignoranter sterblicher hast du dir bist du dir etwa nicht bewusst dass dieses schloss zwei schichten hat weil er es ich will nichts mehr mit dir zu tun haben mache es gut warte läufst du von mir weg dieses schloss so wie es jetzt ist ist nur übergangsweise ja ich muss jetzt weiter und seine vervollständigung dann dazu beitragen helfen okay also hier ist wahrscheinlich der oh ja jetzt bin ich hingegangen sieht auch aus wie das Portal in Symphonie also wahrscheinlich wobei da bin ich jetzt wahrscheinlich im invertierten Schloss oder so das ist der gleiche Ort wo ich war aber irgendwas hat sich verändert ja ich verstehe das hat Tom damit gemeint mit den zwei schlössern Castle A plus B Castle B Castle A ach guck mal und ich war schon in einem Teil von Castle B weil in Castle A war der Part da unten noch nicht aber ich bin ja auch geworpt da sehen wir auch rot wie der Himmel da ist oh nein mein oh shit jetzt ist mein Bumerang weg lass mich ja mal kurz gucken bevor es sich äh hier will ich den Weg zurück gehen aber ich hab das Gefühl ich würde erstmal gerne eigentlich in Schloss A den Schüssel hier anstellen ich hab ja noch einiges was ich machen wollen würde also das Doppelschloss Gimmick ist hier auch aber ein bisschen anders gestaltet also wenn hier der Warp zum zweiten Schloss ist und wir sind ja auch durch die Tür Warps gegangen das heißt die haben mich ja auch zum anderen Schloss gebracht manche Parts sind anscheinend gleich wobei vielleicht sind alle Parts gleich und ich bin mal in Schloss A und mal in Schloss B dem kann natürlich auch so sein so ich will das mal hier kurz in Schloss A dann Sachen durchsuchen so so hier war der Boss hier ist der Safe der wird zum Safe dann sind wir Safe also wir merken uns wo der das Gelbe da oben rechts ist der Wechsel einer der Wechsel zum zweiten Schloss ja guck mal und die anderen Gelben ja auch weil die haben mich ja hier zu Schloss B gebracht und guck mal zusammen ist das 68% aber ich hab 44 von Schloss A und 22 23 von Schloss B das geht dann glaube ich auf 200% am Ende von wegen invertierte Schlösser und den ganzen Rest so hier war ich noch nicht wirklich weit hier waren wir durch will ich hier was aufmachen nicht wirklich noch nicht wirklich noch aber von oben rüber hoffen wir mal ja doch mit Double Jump sollte das gehen ja das Buf mag ich eh nicht so sehr muss ich sagen nehmen wir lieber das Messer so und wo bringst du mich jetzt hin ui was bist du für einer ah den Arme so ok ah ok ich verstehe ich verstehe ich verstehe war ein bisschen fies von mir aber ich hab sein Armour Set gekriegt damit oder? Guardian Armour, Guardian Helm boah ok guck mal was hier passiert also Guardian Armour 111 Guardian Helm bringt mich ja warte mal das Head haben wir da Guardian Glove und da war noch was ne Guardian Boots das mache ich aber wahrscheinlich sehr langsam habe ich wahrscheinlich das Gefühl oder? oder? bewege ich mich jetzt langsamer? aber das wäre natürlich jetzt also bin ich ein bisschen langsamer unterwegs aber was steht das da? was steht denn bei der Beschreibung? vielleicht bilde ich mir das auch nur ein dass ich jetzt langsamer unterwegs bin mir geht der Kopf und den Körper und die Beide und die Beine? die Beine? also das Beaten hier geht ja noch fix weil also diese die Armor der Armor Überschuss, der klingt sehr geil muss ich sagen das wäre jetzt natürlich nicht enorm enorm man sieht wie viel Schaden ich jetzt wieder bekommen habe, alleine durch die Harpier hier einmal aber es ist echt nicht schlecht, so unten und ich kann nach rechts hier kann ich nach rechts was ist das? Tücherei? Nein okay, hier ist eine Sackgasse hmmm, gehen wir wieder zurück na komm da ist mir die Harpier ah, ein Stuhl für meine Einrichtung äh, ein Tisch Antique Table haben wir hier gekriegt das heißt, hier haben wir alles da drüben kommen wir noch nicht vorbei ich sollte wohl erstmal ins invertierte Schloss, eigentlich schon in Castle B würde ich dann sagen, doch jetzt was ist der beste Weg? hoch und dann links, rechts ok hoch, links, rechts na, lass mich durch ups, ich gehe erstmal zum der Safe ist einen drunter, ne? ne, der Safe ist einen drüber wo ist der Safe? Safe ist einen drüber nicht schlecht, nicht schlecht also trotz der Arme hier dass ich trotzdem noch so viel Schaden habe ich habe ein bisschen darauf gehofft dass es sich doch ein bisschen besser ausgeht hat sich schon gelohnt hier nochmal das abzuchecken einfach aber ich glaube es ist schon doch einiges weniger an Schaden der hier einher geht so, nicht hier sondern einen drüber jetzt möchte ich dich aber auch killen ja, weil dann gibt es ein Level ab so wie die coolen Leute das machen so also merken die Warps nicht nur Location sondern auch Schlosswechsel sind die Warps so sieht hier mal so aus als ob es hier was verstecktes gäbe aber nein wir müssen nicht so so wir gucken erstmal unten nach ok aber da oben haben wir schon geguckt ok ok Scalton Blaze da habe ich eine Uhr in meinem Wohnzimmer so die Saves sind auch hier an der gleichen Stelle aber natürlich auch farblich invertiert guck mal der der macht ja kaum Schaden hier so wenn die Saves da sind invertiert also ich hier kann ich bestimmt auch hier mal gucken aber das heißt nicht dass es immer dann leichter ist zwangsläufig guck mal hier guck mal hier muss ich mir aufmachen Tür äh einen hier so ich krieg das Messer wieder ok 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 my boys ich dachte ich hab ihn na komm mal runter ja und das ist die Windmagic deshalb hier werden die Gegner ein bisschen grün die ich hier aktiviert habe kann ich natürlich nicht sagen wie sehr äh das dann hilft oder nicht hilft also doch ich kann schon sagen aber ich müsste dann mal deequipen und gucken was das genau für die Schadensanzeige bedeutet ähm ob da mehr oder weniger Hitpoints den Gegnern abgezogen werden und das wäre vielleicht doch too much dafür so den Part haben wir gemacht ich würde nach unten erstmal ich glaube das war eher sackgassig hier na auch die Medusen haben eine andere Farbe ok interessant ok ich weiß Bescheid ich weiß Bescheid mein Freund komm ruhig her I did it oh heißt das wenn der Weg jetzt hier in diesem Schloss aufgebrochen ist dass er in dem anderen auch aufgebrochen ist das wäre natürlich eine Frage weil hier bin ich natürlich nicht in Schloss A weitergekommen bei Wasser in dem muss bei Wasser komm da haben wir auch ein Verstärkungsitem zur Not hm hier wäre wahrscheinlich was sehr leer hier interessant kann ich mir vorstellen dass es dann ich kann unten und hier nach links oh hier ist ein Safe oh das heißt wir sind bald bei einem Boss oder so wahrscheinlich I suppose ok hier in den Katakomben unten hätte ein bisschen Parallax Crawling vertragen können hinten muss man da so schnell wahrscheinlich unterwegs sein dass man die Kugel da noch sehen kann aber wir sehen ja hier diesen ganzen Komplex irgendwas sagt mir ich bin schon jetzt zu langsam da ist die Kugel nein naa verdammt so knapp ok ich glaube wieder da ist die Kugel die Kugel die Kugel nicht die Kugel das ist der Kugel das ist der Kugel Okay. Das Rutschen ist auf jeden Fall wichtig. Und die Double Jumps gut machen. Hier vor allem. Okay. Healing Mail und den Heart Joker. Okay. Heads. Gucken wir mal. Der Heart Joker. Also senkt natürlich. Deutlich. Aber. Increases the appearance of big hearts. Ah. Ist mir das die weniger Defense wert? Ich weiß noch nicht so recht. Und die Guardian aber ist die Healing Mail. Auch wesentlich weniger Defense aber ich werde langsam geheilt. Wenn Standing Still. Also es sind schöne Sachen, dass ich die Items hier mal habe. Aber geil geht anders. So kann ich hier abkürzen. Ah. Da war ich schon mal durch. Ey. Diese Gottverdammten. Flea Man. Flea Man statt He-Man. So wie es sich gehört. Geh mal runter. Kannste rausgucken. So. Ich will nicht. Ich würde euch wenigstens einmal gekillt haben alle. Da kann ich nämlich hier mal lang. Raccoon Fiege und Lucky Ring. Der mir wahrscheinlich das Lack nochmal erhöht. Erhöht. Okay. Da unten. Ja. Da würde ich eh wieder erst rauskommen. Komm. Gehen wir zurück. Ah ne. Ich muss. Ich muss glaube ich jetzt. Weil ich bin ja wieder rausgegangen. Das heißt. Es ist wieder zu wahrscheinlich da oben. Oh. Aber wenn es zu wäre. Dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können mit dem Laufen. Mal checken wir mal was das bedeutet. Ich will ja nur wieder zum Anfang. Na. Da ist die Kugel schon hier hinten. Okay. Aha. Sie wird. Dann zurückgeholt. Und da. Hier wird sie nicht. Okay. Egal. I don't care. So. Also. Da war ein Safe. Den nehmen wir nochmal. Nachdem wir diese ganze Aree gemacht haben. Wie viel haben wir jetzt schon? 3,20. Also. Durchschnittslänge ist eh schwierig bei diesen Games zu sagen. Wir sind ja bei weitem noch nicht. Kurz vom Ende. Ich sag nicht dass es jetzt um 4 Stunden Ding wird. Können 6 werden. Hat er so insgesamt. Ja. Natürlich davon zu sehen. Wir haben jetzt 78% von 200% wohl. Was bedeutet das konkret? Und auch das was ich dachte. Na. Ähm. Ist jetzt. Äh. Ein offener Gang. Den ich. Aufgesprengt habe. Gilt das für beide Schlösser? Überlappen sich da irgendwelche Sachen? Ist ja mehr wie die Kehrseite der Dimension. Ist das nicht das invertierte von oben? Mehr wie eine andere Dimension. Eine Paralleldimension. Die existiert. Also nicht. Wir sind in Castle B. Hm. Moment. Wo komme ich denn dann da hin? Oder sind gegen... So komme ich hier hin. Okay. Komisch. Ich dachte da wäre ein Zeichen dafür, dass das abgeschlossen ist. Quasi. Na gut. Jetzt gehen wir hier mal nach links. Wo kommen jetzt? Oder fangen wir die Gegner her? Die waren doch vorher noch nicht da. Ging sie nicht nach links? Ach. Da oben ging es nach links. Ach. Ich bin sehr weit runter. Okay. Da müsste hier aber ein Safe sein. Oh. Oh. Der ist ein Boss sogar. Da oben ist ein Safe. Da nehmen wir den Safe. Wobei wir hatten natürlich schon ein Safe. Ja komm. Dann lass mal den Quick Save machen. Da brauchen wir nicht ein Safe-Safe. Weil wir hatten ja gerade einen richtigen Safe. Na komm. Nehmen wir mal hier. Mal sehen, was das bedeutet. Okay. Das ist nicht geil. Äh. Equip. Nehmen wir das Eis mal wieder. Oh. Sogar richtig gut getroffen. Oh. Funktioniert das jetzt anders? Das hat ja anders jetzt funktioniert, ne? Ist das durch den Greenstone jetzt gerade so passiert? Ups. Ah nein, 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 nein. Das ist ja Quatsch. Ich hab ja... Jaja. Nicht durch den Greenstone, sondern ich hab ja... Das Weihwasser. Und das Ding ist, Weihwasser ist für so einen Gegner sekundär geil. Ja, hier wäre wahrscheinlich wieder... Wär wahrscheinlich wieder der Bumerang ganz gut gewesen. Na? Oh, was passiert jetzt hier? Oh, aber... War's das? Oh, es war's. Okay. Bisschen mehr Sorgen gemacht, aber jetzt kann ich ein richtiges Safe mal nehmen. Also hier sind so ein Zapien in der anderen Dimension. oder im anderen Schloss. Schloss A. Hier ist... Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, da ist der Boss... äh, der Safe-Arm. Vielleicht geht's jetzt ein bisschen schneller. Weiß er nicht. Durch den Boss-Arm durch. Zack, 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 zack. Oh, Life-Up. Geil. Was ist das für ein Gegner? Okay, ein fliegender Kasten. Fliegen ist fast oder so. Oder geht's hoch? Moment. Gucken wir hier. Okay, hier wäre ein Specter. Hier wäre ein Elixir. Ich hab den erwischt. Ja, ich weiß nicht, ob es sich so richtig lohnt, die wegzuhauen. Gucken wir erstmal ganz zur Seite. Vor wir hochgehen. Ah, wir sind im... Clock Tower wieder. So, wäre ich hier... Ne, das ist neu, ne? Oh. Kaiser Knuckel. Nichts für hier. Und... Kaiser Knuckel. Kaiser Knuckle. Knuckle. Knuckle Band. Mach meine Strength ein bisschen mehr und meine Defense runter. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mehr Defense jetzt und keine weitere Status-Scheiße. Oh, wie lustig. Da hängt die Leiche da dran. Äh... So. Rechts und nochmal hoch. Und noch eine Windcloak haben wir jetzt. Die lassen wir mal aus. Ich gehe unten und von da aus nach links. Weil da haben wir nochmal den einen... Ups. Oh, haben wir... Arabaki hat mir jetzt gerade ein Level abgebracht. Okay. Das akzeptiere ich. I accept this. Ups. So. Da ist der Durchgang. Wir checken aber erstmal... Unten nach. Sage ich jetzt mal. Okay. Hier. Passt Cent. Ups. Wir checken erstmal hier nach. Wobei... Nein. Wir gehen erstmal da hin. Das ist eh Sackgasse. Ups. Da geht's nicht runter. Okay. Na gut. Warum nicht. So. Aber hier. Gibt's vielleicht was cooles. Oho. Okay. Das muss ich von unten vielleicht irgendwie mal aufdödeln. Habe ich das Gefühl. Indem ich einmal gucke. Komplett drum herumgehe. So. Natürlich mit Medusenköpfen hier. Eligrane Sprungeinlagen mit Medusenköpfen. Was haben wir hier? Big Mana Prism. Ich schätze das bringt uns wahrscheinlich Magie Energie, die geheilt wird. Oh was? Oh. Kreuz. Das ist geil. High Potion. Okay. Das ist nicht cool. Okay. 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 Der erste Disc Armor Level 2 ist gefährlich. Clean Man mit Armor auch so ein bisschen. Da kommt noch einer bestimmt. Ja. So. Okay. Ah. So sind wir. Hier sind wir. Vielleicht sind wir wieder nahe bei einem Boss. Skeleton Rib. Besser als Magrib. Kein. 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 Bronze Armor haben wir wieder gekriegt. Hm. Jetzt gleich. Warte mal. Ja. Dem Castle A nachzugehen ist es sinnlich jetzt erstmal nach links. Ups. Jetzt falle ich schon hier runter. Jetzt falle ich schon da runter. Okay. Da soll ich mir vielleicht ein paar Boomerange dafür aussparen. Medicine Jar. Ah. Jetzt. Ah, now I get it. Dann dürfen wir gleich jetzt wieder hoch. So. Wir hier Machines Moving Above. Da muss ich wieder hoch um das Add-on zu holen. So. Das greife ich diesmal. Ah. So. Jetzt habe ich auch echt wirklich jede Menge Geld gesammelt. Das muss sich irgendwann mal auch lohnen. Aber du bist wahrscheinlich kurz zu Ende so ein ... Muss alle Triforce-Teile kaufen. Irgendwie sowas, ne? Und dann gebe ich alles Geld und es ist trotzdem zu wenig. Ah. Ah. Hallucard. What can I do for you? Fantastische Sinkway. Ah. Hallucard. Okay. Ja. Ist ein Safe in der Nähe. Nicht so richtig, ne? Dann muss ich wohl ... Dann muss ich wohl ... Dann muss ich wohl eine Portion nehmen. Wo habe ich denn? High Potion. Big Mana, Prism, Axie, All ... Gib mal den Drumstick. Ich will noch keinen High Potion verwenden dafür. So, komm her mein Freund. Kannst du rausgucken. Und dann wieder zurück. Ups. Ey, hier kann man echt leicht abrutschen, ey. Kurz vor der Ecke hier. So, hier war das. Oh, super wichtig. Mit dem kann ich, glaube ich, die Wände kaputt machen. Holding Attack down. A charge attack can break some walls. Ah, ja. Super gut. Okay, dann machen wir aber den Windstone erstmal wieder rein. So, ähm ... Unten erstmal, ja. Wenn wir schon mal hier sind. Komm, das ist nicht nice. Ich dachte schon, ich bin hier wieder runter. Ja, die Hitboxen sind nicht geil zum Stehen hier. Die Hitboxen sind echt nicht geil zum Stehen. какой Geld wo ich hin dazu." EEEHHHHHH. Fuck. Hmm ... Fuck it, fuck, fuck, komm. High Potion. Fuck. Fuck it, fuck it, fuck, fuck, fuck. So, ganz runter und dann nach links. Aber es war sehr wichtig, enorm wichtiges Item. Das macht das Progression-Gating wesentlich ungefährlicher. Also, ich habe mehr Möglichkeiten, nicht in eine Sackgasse zu geraten. Mehr Möglichkeiten, mich daraus zu befreien, wenn denn nötig. Okay. Das ist nicht cool. Das war echt nicht cool. Ist hier ein Safe? Ich hoffe, hier. Oh. Oh, boy. Aber da muss jetzt wahrscheinlich ein Boss folgen. Kann ich mir vorstellen. Okay, ja, wir wollten ja eh eigentlich bei den Fischmenschen schauen, aber das ist ja im anderen Schloss. Was? Ui, was ist denn das hier für welche? Gehen wir schnell rüber über die Sub. Oh, aber hier. Permanent Life Upgrade. Ui, und wie viel ist das? 250. Okay. Wer wird trotzdem mal killen. Ui. Spucken die selber welche von sich aus? Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel... 2, 6, 9, 9. So, ich kille mal einen. 2, 5, 0, 6. Oh, hier kann ich ja tatsächlich ein bisschen leveln vielleicht. So, ein, zwei Level kann ich mir wahrscheinlich hier direkt tatsächlich holen. Melty Zombie. Kann ich tatsächlich... Also, ein Level soll ich mir hier holen, wenn die Möglichkeit da ist. Ich würde erstmal komplett so durch. So. Kommt da noch einer? Dann können wir uns das hier jetzt holen. Melty Zombie. Da kommt wahrscheinlich mehr wirklich, wenn ich darauf warte, dass die sich ausspucken gegenseitig, ne? Da haben wir ein Level Up. So. Wie viel? 2, 5, 6, 1. Jetzt haben wir einen hier dazu geholt. 2, 3, 6, 8. Also, wenn ich noch zwei Runden mache, glaube ich, habe ich ein extra Level. Gelegenheit ist gut für sowas. So. Hier kommen die her. Die bringe ich schon auch noch ein bisschen was. Hier war es, glaube ich. Kann ich hier meine 250 Dollar Reduce abholen? Hallo? Ah, aber meine Herzen werden nicht mehr. Die werfen ja auch gut wie keine Herzen. ab. Okay, das war's mit den Bumerangs. Guck mal, wie schnell der nächste Level Up gekommen ist hier, ey. Sentiert sich noch einer. Wie viel Level 25 sind wir? 2, 7. Ah, es fühlt sich nach einer fatalen Gelegenheit an, wenn ich das nicht noch zwei, dreimal mache. Zumindest für einen Level Up noch. Da kommt der RPG-Aspekt eben raus, ne? Bei diesen Games. So. Ja. Das sind drei normale ohne Crits. Die mich wahrscheinlich auch Cursen können. Ist ganz gut, dass ich hier vielleicht auch Cursed Potions farmen kann. 12.09. Ja, einen Level. Den einen Level machen wir noch. Das heißt, eine Runde wahrscheinlich ist es jetzt. Das gehört dazu. Einer. Zwei. Drei. Und der andere von unten. Vier. 250. Ach. Das einzige was ich noch nicht ganz abschätzen kann, wann die Peitsche so richtig rauskommt. So. Warte mal. Nehmen wir den auch nochmal mit. So. Ah. Den. Ja. Komm. Komm mal mit dazu. Da ist der Level Up A. Das ist wirklich ganz gut hier. Und wenn ich das nicht als Let's Play mit euch hier machen würde, hätte ich wahrscheinlich hier noch vier, fünf Level mehr gefühlt, wenn das vernünftig funktioniert. Wo wir das eine Unchrist Potion, was ich verwendet habe, ist hier auch gleich mit rausgekommen. Das sind 82. Ja komm, wir merken uns das mal, falls wir das ein andermal brauchen. Aber, ich nehme den Save jetzt hier oben nochmal mit, wo wir sogar extra aufgelevelt sind. Na? Lassen wir mal speischen. Jawoll. Jawoll der. Mein Freund. Eins. So. Heißt aber, ein Boss könnte potenziell folgen. Hier kann ich auch runter, aber ich gucke erstmal nach links. Ach, da sind sie wieder. Die sind ja auch hier. Jetzt habe ich aber keine Angst vor euch. von Legas. Ich weiß drei Hits. Und das war's. Oben hefte ich wohl ran, aber deshalb gucke ich erstmal unten weiter. Also, oben mache ich wahrscheinlich die Verbindung wieder zurück zu dem Ort, wo ich sowieso hin wollte. das Kreuz gehört mir. Ah, hier ist das Elixier. Da geht's noch weiter runter, ne? Erstmal runter. Okay. Das Kreuz gehört mir. Ah, hier ist das Elixier. Da geht's noch weiter runter, ne? Erstmal runter. Okay. So, hier waren wir noch nicht. Ah, was geht hier? So, die Grünen kommen hier raus. I don't care that much. Nach oben hin wird's wahrscheinlich ein bisschen kniffliger. Wenn wir uns mit denen abgeben wollen. So. Nein, 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 nein. Boah, das ging wirklich fix mit dem hier. Aber... Oh! Geil! Ich dachte schon, das sah verdächtig aus. Guck mal. Wahrscheinlich steht das auch in irgendeiner Hind-Card. Kann man das erkennen von der Textur her, dass ich hier durchkang? Nein, ne? Das sieht doch alles recht gleich aus. Aber meinem überbordenden Intellekt, da kommt so eine Hidden Wall nicht hinterher. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon 30 Hidden Walls verpasst und die eine jetzt hier gefunden. Aber für ein Permanent Health Upgrade... Alles gut. Und, äh, so. Also. Den Crushing Stone. Jawohl. Die hätten das aber... Also, das hätte von mir auch standardmäßig drin sein können. Wobei, ach ne, dann kannst du ja nicht den Energy Circle machen. Earth Ring. Das hätte ein permanentes Ding sein, was ich nicht immer ein... zuschalten muss. Komme ich hier mit der kaputtbaren Wand weiter? Ich glaube fast nicht, ne? Guck nur mal. Aber I doubt it. Ja, schade. Wo sind wir denn hier? Okay. Aber den Part haben wir schon ein bisschen erkundet. Das ist noch vor dem Double Jump passiert, würde ich sagen. Ne? Aber müssen wir wieder hoch. So, ich will aber wieder die grüne, die grüne haben. Die grüne Stein. Ups, falsche Taste. Kann ja mal passieren, nach... fast vier Stunden. Jetzt ist es auch okay. So was ist erlaubt. Nach so einer Zeit. So. Jetzt werden die grünen wahrscheinlich ein größeres Problem. Wobei? Ich glaube, ich kam gut an denen vorbei. Noch den Jump Kick hinterher. War hier ein Boss? Nein. Aber ich muss hier lang. Muss ich ja lang, ne? Oh, ne, ne, ne. Ich gebe mal Bumerang. Bumerang. Ist hier denn was? Nein. Also erstmal... hoch. Ach, da ist der eine safe, ne? Den soll ich eigentlich mitnehmen. Das wäre blöd, wenn ich das nicht mache. Wenn ich schon mal hier bin. wäre bescheuert. So, hier und dann... links. Okay. Und hier hoch. So. Du verbindest mich dann mit dem Part. Das sieht sehr ähnlich aus wie der Weg, den wir da unten hatten. mit den... Grünskeletten. Bone Liquid. Okay. Die sind... killbar. Also es sind nicht wieder welche, die aufstehen. Oh, Story. Oh. Oh! War aber gefährlich, was du da machst. Okay. Skeleton Mirror. Ist aber der richtige Weg, ne? Sonst... Ja. Arschte mich. Boah. Hilf Schaden. Das ist schon nicht unwenig. Ne, nicht wenig, ne? Unwenig ist wieder viel. Nicht unviel, könnte man sagen. Wenn man wenig damit impliziert. Was ist hier hinten? Gar nichts. Rein. Gar nichts. So. Oh, der Spiegel war aber schon kaputt hier. Komm mal her. Komm mal du her. Dass der da noch raushopsen kann. Noch ein Level abgekriegt. Einmal müssen wir die alle killen. Also der Schaden, der steigert sich nicht so enorm. Also was man mit den Gegnern... Was man den Absinker meistert, ist so... Ich mach dann einen Schadenspunkt mehr und kriege einen weniger rein. Türkei. Einmal für mich. Nein, wie eine Hünsche. Oder, äh, Truton. Besser gesagt, Trute. Trute oder Putan. Der Turkey. Das ist der Part, wo das Schwert vorher gewesen ist. No. Ja. Hier sind wir. Das heißt, hier ist gleich der Safe. Hier auf der rechten Seite. Die nehmen wir auch mit. Und alles nochmal neue Items, die ich hier finden kann. Seht ihr an der rechten Seite, ne? Alles nochmal neue Items, die ich entdecken kann. So. Gibt's hier... Ach, hier sind die Ex-Armorz, Alter. Aber ein großes Herz hier auch, ne? Jawoll. Also hier müsste dann wieder ein Durchgang sein. Mal sehen, wo der mich denn hinbringt. Das du kannst, kann ich auch. So. Frage. Frage, 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 Frage. Erstmal... Ich geh erstmal nach rechts. Ach, das war dumm von mir. Das war mega dumm. Da hätte ich nicht so einen Jump machen müssen. Aber Gegner sind ja jetzt keine mehr da. Das heißt, das geht schnell. Gibt's hier vielleicht ein Item? Nein. Hier nicht. Ja, hat mich irritiert. So, hier war ein Bossraum. Hier ist auch ein Bossraum. Okay, dann machen wir... Einen Boss-Safe. Das heißt, doppelte Bosse. Auch. Mal sehen, ob's eine andere Form noch ist vom letzten Boss, oder... Okay. Uh, Legion. Ja. Einer der beeindruckenden Gegner immer. Besteht aus vielen Leichen. So, wir... Equipen... Ähm... Die Magie. Hideo. Hideo. Okay. Uff. Da ist ja... Uff, da hat er, uff, da hat er. Da ist ja einiges. Was geht? Okay. Hideo, Hideo. Was ist da... Der Nukleus? Wie man da sehen kann. Das ist wahrscheinlich nochmal der richtige Boss gleich. Zieht zwar nicht so viel ab, aber dieser permanente Schaden ist eigentlich ganz gut. Okay. Ui. Okay, sollte ich mal heilen? Oh, wir haben ihn erwischt. Ja, vielleicht hätte ich nicht heilen müssen. Legion. Legion. Der Heilige. Die Legion. Ähm. Ich mach mal kurz auf und dann hol ich den Safe hier nochmal. Weil hier wären wir ja auch hingekommen. Da hätten wir Legion wahrscheinlich von der anderen Ecke angreifen können. Oder deckieren können. Aber hier sind wir dann im Clock Tower. Ja. 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 Kann wir ja schon. Kann ich den Safe unten machen. Und kurz mal hier oben durchschauen. Wir sind bei... ...ast 100% über beide Schlösser jetzt zusammengenommen. Bei 3,52 habe ich den Eindruck. Das wird nochmal schneller gehen. Also, dass wir nicht nochmal 4 Stunden brauchen für den Rest. Und weiß auch nicht, wahrscheinlich will ich nicht die 200% dann voll hier erreichen. Aber zumindest will ich doch einen vernünftigen Abschluss hier haben. Weiß auch nicht, ob es dann so einen halben Abschluss gibt. Oder ein Ende, was man schon nach der Hälfte des Spiels, wie bei Symphony, erreichen kann. So, I'm not sure. Ups. So, ich wollte eigentlich auf die Map mal schauen. Also, es lohnt sich oben erstmal lang, würde ich sagen, ne? Weil das andere war ja der Warp. Den wir hier schon mitnehmen können. Komm. Ups, das brauchen wir natürlich nicht. Also jetzt noch nicht so direkt, sondern ich wollte eigentlich nur Abouma-Range machen. Was ist hier los? Was hältst du denn da noch mehr aus? So, äh, hier oben, ne? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, was uns hier bringt. Was uns hier das alles bringt. Erstmal auf der Seite schauen. Hier ist leider nix. Hier vielleicht? Nein. Nope, nope. Gebt mir das Kreuz. Aber Hard Max akzeptiere ich. Ups. Die geben auch nur einen Schaden, ey. Das ist ganz gut hier. Oh, wirklich? So, darf ich mal weghauen? Batsche! Okay, fehlt da was? Ach, links kann ich noch hoch, okay. Ne, oder? Links. 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 Und all das Geld, was ich verdiene bisher, noch keine Gelegenheit, irgendwas davon auszugeben. So, wo ist hier links? Ein weiter. Ist hier oben? Ist das hier oben? Hier ist der Durchgang, ne? Ja. Geh mir hier durch. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid. Was so die Eckchen hier angeht, durch die man durch kann. Was bist du denn für einer? Der armlose Geist. Der Spriggern. Der ist ja arm dran. So. Wo sind wir hier? Deine Gegner erstmal. Aber das muss noch nichts heißen. Ui. Da ist der Bilder. So, ein High Potion. Okay, Skeleton Spear. Auch die brauchen nur einen. So, was haben wir denn hier? Da, wo die Göttin hinschaut. Rechts, links. Ne, das ist es wohl nicht, ne? Wahrscheinlich wieder für eine durchlässige Wand. So, da ist bestimmt noch einer. Ne, keins. Egal, einer hier. So, und wo bringst du mich hier hin? Ne, Kathedrale. Also, eine der Kathedralen. Ui, das geht wirklich sehr hoch hier. So, hier ist die Hero-Statue für unsere Inneneinrichtung. So, I-Frames. Oh. Da ist sie schon weg. Lass mich zurück, 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 zurück. Eine weitere Hint-Card. Die sechste mittlerweile. Ich habe nur die Geraden bisher, ne? Die Hint-Cards. Zwei, vier, sechs, oder? Zwei, vier und sechs. A red book and a dagger share a secret. Also, wenn ich einen Dagger habe, Feuer. Und dann kriege ich bestimmt einen besonders starken Zauberaufsatz. Oh, kann ich noch... Na, geil. Hoch kann ich ja noch nicht, trotz des Double Jump. Och, komm. Hau mir das doch nicht an. So. Lass mal hier gucken. Schüssel Mayonnaise. Nein, Big Mana Prism natürlich. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, ist auch nicht so gemein. It's sealed! Das haben wir mal... Ah, ich habe diese Türen ganz vergessen. Die sind natürlich auch immer noch da. Dann gucken wir nochmal unten links. Fuck. Da haben wir noch ein Eckchen, wo wir nicht hingeschaut haben. Hier nehme ich. Das war nicht nice. Hier ist auch nichts. Also außer den Gegner, den wir jetzt einmal fertig machen. Das war's, ne? Das war's, ne? So. Also unten, unten, unten. Und dann nach links. Ups. Falsche Richtung. Und dritter ist auch noch hier. Boah! Das macht doch nicht sowas. Ich denke, ich hab dich. Und dann lädt der Peninski hier auf. Hier, so ein One-Hit. Das ist geil. One-Hit ist immer gut. Ganz links runter. Okay. Ich hätte hier wahrscheinlich kürzen können. Nee, hätte ich nicht. So, hier war der Armlose, ne? Oder auch nicht mehr. Okay. Vielleicht war er hier. Nein, hier gehen wir jetzt nach. Gehen wir einmal durch. Gehen wir einfach durch. Macht ja nichts. So, erstmal hier. Erstmal hier, komm. Komm her, du Arabaki. Komm mal, du her. Ein Kippstuhl. Und hol du die Ladio. Da ist das Ladio. Das gute Radio. So, unten eine Weste. Blizzard Rope. Okay. Blizzard Rope. Defense ein bisschen drunter. Intelligence ein bisschen. Sollen wir uns mal wagen? Ja, komm. Resistance to Ice. Aber wahrscheinlich ist ja ein Grund, dass es hier ist. Auch wenn wir einiges an Defense einbüßen jetzt. Äh, richtig? Nein. Ich gehe noch einen hoch erstmal. Weil hier ist ja der Warp. Wenn es wie bei dem anderen Schloss ist. Und hier wäre nochmal ein Durchgang, ne? Und hier haben wir eine Wand, wo wir breaking können. So. Reicht das? Nein. Volle Pulle. Jawohl. Health Max up. So. Energy Stone. Boss Time. Puh. Ich gebe mich hier mal... Nicht zu schnell reingerutscht. Ich gebe mich hier ein Save. Ich sehe, du bist immer noch am Leben. Also Kampf gegen Maxim jetzt. Maxim, nein. Du bist nicht Maxim. Ha. Jetzt hast du mich entdeckt. Was zum Teufel bist du? Ich bin ich selbst. Aber nicht das Ich, das du in der Vergangenheit kanntest. Die unterdrückten Sehnsüchte dieses Mannes, gemeinsam mit dem durch Dracula besessen sein, von Draculas Überresten, die haben diesen separaten Geist erschaffen. Und dieser andere Geist ist, das bin auch ich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er sich meiner Existenz bewusst ist. Also hast du, Lüdi, gekippt, ne? Aha, natürlich war ich das. Sie gehört mir. Aber er ist dann einfach weitergegangen und hat seine Erinnerung verloren und weiß nicht mal, wo sie ist. Aber er wird bald seine Erinnerung zurückbekommen und wenn er das macht, gehört sie mir ganz. Ich verdamme dich. Bist du dir sicher, wenn ich sterbe, wird dein bester Freund mit mir sterben? Ah, dein Tod steht kurz bevor. Stirb, du Hund. Shit, war das eine gute Idee? Der Schatten hier. War das eine gute Idee, oder hier zu saven? Vielleicht war das keine gute Idee, da zu saven. Wir werden mal gucken, was passiert, wenn ich ihn habe. Ich glaube, so schwer sollte der nicht sein. Aber eventuell ist das der Fake Game Over hier dann, ne? Oder wenn ich den jetzt besiege. Gucken wir mal, sonst werden wir uns hier dann killen lassen, falls das tatsächlich der Game Over wäre. Also, wenn ich gewinne. So, wir equippen mal das Spellbook. Ah, ist vor allem mal ganz gut, ne? Erinnert fast schon so ein bisschen an ähm Oh, erinnert ein bisschen an das Gesicht wie bei Ghouls and Ghosts, wollte ich gerade sagen, so Gargoyles Quest. Okay, Poison. Das hier, ne? Das sieht sehr Gargoyles Questig aus. Schon Capcom-Style, dieses Gesicht. Okay, wir haben den Besieg. Mal gucken, was passiert. Okay. Besiegt ist er. Game Over ist ja nicht, ne? Oder so. Oder ein früherer Abspann. Hm. Hm. Interesting. Mal sehen, was passiert, wenn wir ins hiesige Schloss zurückgehen. Ich trau mich fast schon nicht zu saven jetzt hier. Nicht, dass ich in der Sackgasse oder sowas bin. Ui. Ruler Sword 3. Habe ich noch Curse? Okay. Einmal besiegen ist gut. Guck mal, hier ist gar kein Warp, ne? Hier wäre eigentlich der Warp im anderen Schloss. Okay, das war Quatsch. Also links oben bin ich mit Doors Closed nicht vorbeigekommen. Boah, ey. Schau's dir an. Ah, ich muss wieder, glaube ich, ganz nach rechts und zurück, da hier nichts wirklich ist. Das ignorieren wir einmal. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Da wir jetzt wissen, wo wir hinwollen. Das wird hoffentlich fixer gehen. System mal abschalten hier. So viele Books habe ich noch nicht gefunden außerdem hier, ne? Rechts, rechts, rechts. Gleich rechts, 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 rechts. Volle Puder rechts. Also ich habe fast alle Furniture gefunden, die da war. Und hier alle. Braun ist anscheinend Furniture. Und blau sind wohl wichtige Items. Hier ist das Safe Raum. Nicht ganz. Dann drüber ist das Safe Raum so. Aber da müssen wir ja auch hin. Also nicht zum Safe Raum, aber das ist die Richtung, wo wir hin müssen vorbei. Das habe ich doch gesaved. Also wenn wir den Spirit jetzt besiegt haben und das uns das falsche Ende bringt. Aber es wäre ja ein bisschen assi, ne? Wenn du dich hier quasi in eine Sackgasse mit einem Bad Ending einarbeiten kannst. Ja, aber nicht mal die Wahl ihn nicht zu bekämpfen. So ist das richtig? Ja. Ups. Aber die ziehen mir ja kaum was ab. So ist das hier. Nein. Ein drüber. Der falsche Maxim ist Toast. Frage ist, ist, hat das dem richtigen Maxim geschadet jetzt? Oder ist das jetzt in einen Körper übergegangen vielleicht? So, ich kann ja jetzt kaputt machen. Ich müsste jetzt eigentlich nach unten rechts, würde ich sagen. also 100% Punkt 4. 54 das Schloss 2. 46 das Schloss 1. Wir haben viel mehr von Schloss 2 schon bereits erkundet als vom Schloss 1. Ich würde jetzt mal nach unten rechts gehen. Warte mal, hier das lohnt sich nicht. Ach, die Harpien, ey. Ich mag sie nicht. I don't like them. Wir ziehen ihnen zum Glück nicht mehr so viel ab. So. gleich den rechten, den nächsten rechten Ausgang nehmen. Wenn ich einen drunter bin. Na, das ist nicht nett von dir. Du Harpier. So, hier runter, oder? Runter. So. Wami, hier habe ich das jetzt zerstört auf der anderen Seite. Oh, und es, ja, das hier hatte ich doch mit der Maschine zerstört und jetzt ist es hier offen. Ja, 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 das gilt vielleicht für beides. Okay. Bei Wasser, lassen wir mal. Okay, hier sind diese Arabaki. Das sind jetzt fliegende Roboter. Das sieht ja aus wie Fässer, ne? Was hier ist? Keine Ahnung, was hier ist. Der war auch leer beim anderen, oder? Ja, habe ich das Gefühl. Ach komm. So, erstmal unten gucken. Oh, die Ecke ist das. Okay, dann war ich in safe. Okay, das gibt es auch in dieser Welt da unten dieses Konstrukt. Interessant. Interesting. Let's check it out. So. Müsste ja das gleiche sein dann, ne? Aber mit Arabakis hier. Oh. Okay, aber um einige schwerer. das ist nicht gut. Okay. Es ist schon angekommen. Es ist schon angekommen, ey. Stark. Es ist schon angekommen. Was ist da? Das Ding verletzt mich auch noch. Äh. Oh. Ja gut. Ähm. Scheiße, diese Arabaki sind kacke. Oh, okay. Jetzt vernünftig drausspringen, ey. Oh, wirklich? Jetzt schon wieder? Kann es sein, dass mich die Arma langsamer macht? Die Guardian-Scheiße? Ich anequipe den Shit mal. So, lass mich jetzt mal kurz gucken. Ancient Armor. So. Guardian Armor ist eh schlechter. Ist alles schlechter, ne? Also was die Defense angeht, okay. Also. Lucky Charm, Lucky Ring, Chaos Ring, Strength and Foley Water, Holy Book. 119. Gib mal auf die Windcloak. Okay, was haben wir denn noch? JB's Bracelet. Das brauchen wir vielleicht nochmal für irgendwas. Bagonette. 133. Guardian Glove. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Einbildung von mir, dass die schwer sind. Ich meine, seitdem ich es hier anhabe, dass ich ein bisschen Träger spiele, oder sonst. Oh, Lucky Ring. Kommen gleich. 20 dazu. Zählen wir nochmal ab und probieren es noch ein paar Mal. Das heißt, es braucht wirklich Speed und Präzision. Das ist echt wirklich anstrengend hier gerade. So. Das fährt auch viel, viel schneller. Okay. 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 Komm, das ist doch Stuhl. Oh, das war knapp, ey. Die dürfen mich gar nicht erwischen, ey. Fuck. Ich habe eine Option hier noch. Ich habe so ein Invisibility... Ja, doch. Invincibility Potion. Ich werde es mal probieren. Ich gebe mal hier ein Quick Save kurz. Der andere Save ist da oben, aber ich will das mal... Warte mal, machen wir mal hier auf No. Lassen wir es mal hier einen neuen machen. Mann, das ist ja anstrengend, ey. So, also, hier rauf. Item. Medicine Jaw. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Über zwei Sekunden. Oh, Quatsch, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich kann hier nochmal laden. So. Oh, fuck, ey. Das war's. Das war's, ey. Ja, das reicht nicht mehr, ne? Dass du einmal gehittet wirst und dann... Vor allem, wenn's so... Das ist doch nervig, Leute. Wieso macht ihr denn sowas? So. Es fängt gleich... Es fängt gleich damit an. Mann! Also, ich probiere es noch zwei, drei Mal. Und dann mache ich es so lange... Dann gebe ich euch eine Pause. Und mache es so lange, bis ich es geschafft habe. Verdammte Hacke nochmal. Weil wir müssen ja jetzt hier nicht eine Stunde ohne R sehen, wie ich hier durchstruggle. Jetzt meine Konzentration auch weg. Verdammt! Vielleicht brauche ich auch eine Pause zum Durchschnaufen. Hm. So. So. So, das ist gut. Shit, das war shit. Oh nein. Fuck. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein, da ist noch... Du musst da doch ein bisschen kulant sein spielen. Wieso bin ich da aufgestanden? Why? Why, 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 why? Why? Wenn ich das gleich schaffen sollte, hoffentlich, brauche ich, glaube ich, das hätte ich dann noch eine Pause. Warum bin ich da? anste Nein! Ich war doch gar nicht so schlecht. Oh. Leute, ich mach jetzt hier eine Pause. Ich bin durch. Wir sehen uns gleich wieder. Holy shit. Mann! So, einmal den Frust kurz durchgeatmet. Ich weiß nicht ganz, was ich ihn machen soll. Ich hab vorhin gesagt, eventuell, dass ich einfach jetzt hier 500 Mal versuche, bis ich hier durch bin. Aber irgendwie... Ich hab den Eindruck, da muss noch was sein. Also, vielleicht kann ich mich nochmal ein bisschen selber beschleunigen. Lass mich mal den Weg mal angucken jetzt hier. I'm not quite sure. Ich geh hier runter. Guck mal, was ist da hinten eigentlich? Seht ihr das? Don in der Ecke, da ist auch... Oder... Jetzt... Ach nee, ich geh hier zur Seite. Weil viel schneller... Ich könnte in der Theorie... Wo kommt der denn jetzt hier? Ich könnte den hier machen. Also. Okay. Das ist zum Beispiel ein Ding, was für den noch ein bisschen Zeit sparen würde. Aber ich musste ja punktgenau das machen, damit er wirklich auf den Rand erwischt. Ja, das, was ich gesehen habe, ist das jetzt hier zurücklaufen, ne? Ja, das hatte ich gesehen. Jetzt jetzt hier runter... Oh, was ist das da? Guck mal, da ist auch eine Tür, ne? Wie komme ich denn hier hin? Ja. Also hier auf der Map... Ah, vielleicht komme ich von der anderen Seite dahin und dann gibt's da was Verstecktes oder so, ne? Okay. Also irgendwas ist auch hier nochmal... Könnte es mal mit dem... Ist das vielleicht schneller sogar? So viel schneller ist es nicht, aber ich werde damit nicht zurückgedrängt, ne? Dann kann ich den hier machen. Den hier. Den hier. Das hochspringen. Okay, nicht voll ausreizen. Der zweite nur ein kurzer Jump. Also nicht gedrückt, sondern... Der zweiten antippen und der letzte gar nicht erst. Hm. Komm, ein, zwei Mal noch. Und schon verschissen. Das ist eine Stuhl, ey. Da ist es schon. So, und einmal tippen, zweimal tippen und nur einmal springen, ja, okay. Ähm, vielleicht kann ich mich durchrutschen durch die... Vielleicht kann ich da durchrutschen. Ja. Weil da kriegst du vielleicht einen Energieverlust, aber scheiß drauf. So, try it again. Eins, zwei, drei. So, komm her. Ah, zu weit. Oh. So, 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 so. So. Und wieso springst du denn da, Kollege? Oh, ich hab's geschafft. Oh Gott, ja, das war's, das Durchrutschen. Oh, das Durchrutschen. Hat sich's überhaupt gelohnt? Wahrscheinlich doch, ne? Magiebuch hier. Old Book. Okay. Ah, okay, okay. Das ist der Trick. Fuck off, guys, hier. Ist hier oder so hier? Ach ja, hier. Hier bin ich ruhig gekommen. Ah, fuck off. Aber gut, das Einmal weggehen. Das war die entscheidende Idee. Durchrutschen. Auch wenn ich's nicht ganz perfekt gemacht habe, war andersrum sie nicht möglich. Das ist der Part, der mir am meisten Energie geraubt hat. Nicht geil am Ende. Och. Was sind diese Arabakis? Ich hasse euch. Mit der Kraft von 1000 Barkis. Und ich drück hier auch. Arabaki. So, wenn's links geht, hoch und dann links durch komplett. Und hier ist einfach nichts, ne? I don't know what this could be. Fliegende Gegner. Nerv, 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 nerv. Das Ding ist wahrscheinlich, wenn das Game nicht so ausgelegt wäre, dass du eben da so durchdüsen möchtest, ne? Ein bisschen mehr bedacht. Das packt den Onus leider auf mich. Weil ich dann zu speedy sein möchte. Aber sie hat auch kein Speedrun jetzt hier. Oben durch, unten durch, oben, ne? Oben. Nehmen wir kurz raus, damit er... Die Harpien nicht uns hier nervt. Ja, ich geh hier nochmal kurz durch. Und dann düse ich hier durch. So. Unten. Let's rutsch. Oh, ja. Was wirklich? Dass mich das Ding noch trifft. So. Ist ja wahrscheinlich einfacher, wenn ich jetzt komplett nach links gehe und dann den Weg unten zum Wasser. Ich könnte das zwar auch von hier aus machen, aber hier gehen wir durch den alten Bossraum wieder durch. Warum den einen Safe? Den wir noch mitnehmen können. Ach komm. What are you buying? What are you selling? So. Safe. Dann haben wir den Raum, wo es dunkel ist. Ne? Das ist er. Hier einmal kurz durchsliden. Zieht zum Glück jetzt mittlerweile auch kaum was ab. So, jetzt equippen wir... Statt dem Lucky Ring einmal die... Äh, wo sind sie denn? Die Goggles. Night Goggles, so. Langsam. Vorsichtig. 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 Nicht hochspringen. Geht dann immer weiter. Ach ja. Das hatten wir schon gemacht, ne? So. Vorsichtig. Unten lang war besser. Na? Jetzt kommt doch da, wo es aufgeteilt ist. Uiuiui. Das war nicht gut. Hier unten lang war besser. So. Jetzt kommen wir zu den... Zum Wasser. Jetzt equippen wir wieder... Das Lucky Ding. Was hatten wir? Den Lucky Ring. Ups. Nicht wieder zu. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Just. Ich schätze mal, es ist Just Belmont, ne? Also... Justy? Justin? Der einzige, der einen französischen Namen natürlich nur hätte. Von den Belmonts. Aber ich weiß nicht... Ja, Just ist schon richtig, ne? Alles andere wäre Quatsch. Also, alles andere hört sich scheiße an. So. Also. Jetzt mal zu meiner Linken. Da war ich noch nicht bisher. Nö, 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 nö. Die brauchen drei hier jeweils gerade im Moment. Da wäre ein Herzle gewesen, ne? Hätte ich mir gleich holen können, ne? Bei den Märmännern. Bei den Märmännern. So. Jetzt. Runter. Schön durchdüsen lassen wir mal. Also. Runter oder rechts? Gehen wir jetzt mal runter. Runter. Hard Gloves. Hard Gloves. Hardened Leather. Die geben mir 10 Defense mehr, aber ich verliere natürlich 20 Luck. Ich würde das Luck erstmal beibehalten. Guck mal, der Part war, glaube ich, leer bei B. Hm. Hätte ich gleich doch rechts gehen sollen. Shit, ich glaube, ich hätte doch rechts gehen sollen. Na, der würde mich erstmal verbinden. Was da? Ah, naja, gut. Lass uns erstmal rechts gehen. Ähm, weil ich glaube, hier könnte der Weg weiter sein. Und, ähm, wenn ich mich nicht irre, verbindet mich wahrscheinlich, wenn ich da rechts gehen würde, da wo es auch alternativ weiter ging. Was ist denn hier los? Wofür von euch sind denn hier? Ähm. Wird mich das, ähm, mit dem Raum mit dem Stahl, mit der Stahlkugel verbinden? Da war ja die eine Ecke, wo ich nicht durch konnte, ne? Das ist ganz praktisch. Naja, mach's nicht, aber ein Blue... Oh, ich hab den Bluestone bekommen. Okay, wie komm ich denn dann da nach unten hin? Das heißt also, ich mach Wasserschaden jetzt. Natürlich würde es mehr Sinn ergeben, wenn ich Feuerschaden... Äh, oh, Eis. Okay, Eis könnte vielleicht helfen hier bei den Gegnern auch. Oh ja, das macht... Oh, das macht deutlich mehr Schaden bei denen, ne? Ja. Also Eis ist ganz gut für Wasser... Gegner. Okay, dann... War doch korrekt, dass ich das gemacht habe, aber nicht in der Art korrekt, wie ich dachte. Sag mal. Ich quäl's dich gleich. Ne, ich geh jetzt weiter, bis es... Bis es weg ist. Die Kurse. So, seid mir, seid mir doch egal. So, erstmal runter, oder? Ja, dann vielleicht doch hier runter. Vielleicht bringe ich das jetzt dahin, wo ich dachte. Oh, das bringt mich zu einer neuen Location. Warte mal. Ja, Heimgang. Nein. Oh, nee. Hier ist neue Location, ne? Dann gehen wir gleich dahin. Wie komm ich denn dann da drüben? Wobei... Oh, was bist du denn für einer? Da haben wir dich. Oh, that's nice. Nail of Blood. Ah! Da haben wir schon mal eins der Körperteile. Das ist ein Relic wahrscheinlich, ne? Nail of Blood. Increasing strength. Cool. Cool, 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 cool. Ja, sehr gut. Da war, glaube ich, hier der... Skelett... Dieses... Das Wandskelett, ne? Mit dem... Der Giraffenhalster quasi. In dem anderen Schloss. Gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass wir das gemacht haben. Nicht gut. Was ich weniger gut finde, ist, dass ich hier auch nicht wieder vorbeikomme. Fuck! Fuck! Ihr wollt mich wohl verarschen. Ich bräuchte echt ein Item, wo ich von einem Schloss zum anderen wechseln kann. Oh, boah! Oh, boah! Den einen Raum da unten rechts. Wir machen hier fertig, ey. Wieso ist denn hier nichts? Guck mal, wieso kann ich hier nicht durch? Was bräuchte ich denn so eine Fledermauskraft oder so? Rauf, rauf. Rauf, rauf. Rauf, rauf. Rauf, rauf und davon! Kann ich curse, ey. Wie haben wir hier durch so? Ich bin in Schloss A jetzt, ne? Okay, links hoch. Ich nehme jetzt mal den Save. Vielleicht entcurse der mich ja auch. Ich kann auch nicht dashen mit dem... Ah, jetzt ist eh egal. Aber den Save nehmen wir mal. Äh, zurückworpen, ne? Da waren ja sowieso sehr viele Durchgänge. Ich muss mich ja einfach durchkennen, ey. So, hoch. Ah, das ist wirklich nice. Dass das so funktioniert. So, was gab's hier noch? Nicht wirklich was. Nicht wirklich was. Manche Räume sind sehr ähnlich gestaltet, muss man sagen. Unabhängig davon, ob es zwei Schlösser sind oder nicht. Also auch innerhalb eines Schlosses sind manche Räume recht ähnlich. So streckst du auch die Spielzeit ein wenig. Machen wir mal rückwärts den Shit. Speedrunner schätze ich mal, die Bigfitten das gar nicht erst, sondern die wissen, wo was ist. Schön Zelda. Mountain ohne Lampe, Style. Zelda 3. Komm. Ich hab doch gedrückst. So. Dann können wir wieder den Lucky Ring. Because I'm a lucky man. Ging das nochmal weiter? Yeah, we understand. Irgendwie so, ne? Ein guter Song. The Worth. Mit Band, könnte man sagen, ne? Ist das noch Pop? Lucky Man, Bittersweet Symphony. Gute Lieder. Jetzt hab ich Poisson. Gift. Hab ich Bock, das zu heilen. Wär ich schön nur nachts haben, wenn ich vergiftet bin. Und entgiftet. Ja, okay. Was meine halbe Energie gekostet. Ah! Just! Maxim. Du bist es wirklich dieses Mal, oder? Also, ich sehe, du hast mein anderes Ich gefunden. Ja. Ich verstehe. Ich war fast von ihm übernommen worden. Dracula Stärke war so überwältigend. Sag das nicht. Du musst stark bleiben. Hör mich an. Als er Lüdi zu diesem Ort gebracht hat, hat er sie in einem Schloss, das aus meinem Hirn geschaffen wurde, versteckt. Dadurch, dass ich meine Erinnerung verloren habe, habe ich sie geschützt. Aber ich glaube, ich habe mein Limit erreicht. Sie ist im Raum des Lords. Des Königs. Du schloss es. Mit, äh, diesem Kopfschmuck. Bracelet. Oder, ne, Bracelet ist, äh, das ist nicht auf dem Kopf, sondern Bracelet ist so auf dem Arm, ne? Äh, kannst du auch Eingang bekommen. Ich kann dich doch nicht einfach hier lassen, oder? Du musst. Wir können ihn nicht, äh, Lüdi übernehmen lassen. Ich, ich verstehe. Sobald ich Lüdi gerettet habe, komme ich für dich zurück. Geh nun. Es hängt von dir ab. MK's Bracelet. Vielleicht gehe ich hier aus dem Bildschirm oder so wieder weg. Okay. Jetzt ist er nicht mehr da. Ähm, ich wollte doch hier warpen eigentlich. Ah, ich bin hier oben drüber. Oh, ein Glück, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Ich wollte eigentlich in den Warfraum. Aber ja, es ergibt Sinn, dass dort der Echte jetzt ist. Nachdem ich seinen Schatten, ich, besiegt habe. Ein Glück, dass ich nicht aufgepasst habe. Ein Glück, dass ich unachtsam war. Da wollte ich hin. Boah. Das wäre ja nochmal hart geworden sonst. So. Das ist mich jetzt hier unten rausgeworfen, in Castle B. Von A. Jetzt möchte ich die komplette Runde machen. Und gucken. Ja, da gibt es einige Stellen, wo ich weiter kann. Ich bin ja recht schnurstracks hier durchgegangen. Okay, ja, die sollten jetzt nicht so das Problem für mich sein. Die Man-Eater. Damit sind wir wieder bei allem, was so grau war. Okay. Kann ich auch einfach durchdüsen. Meine Freunde. Hoch. Unten habe ich schon geguckt wohl. Habe ich. Ja. Da war kaum. Ja, war wahrscheinlich was. Jetzt nicht mehr. Ah, vorsichtig. Den sollen wir zwar recht fix haben. Die ziehen ja kaum was ab hier. Das lohnt sich ja fast gar nicht mehr, mich mit denen abzugeben. So, hoch. Rechts. Da geht es zum Beispiel weiter. Dass die mehr als einen brauchen. Das verwundert mich. So, hier bin ich in den Weide gegangen. Weil hier auch nichts ist. Nein. Hier ist doch was. Hier ist doch bestimmt was. Hier ist ein Save. Okay. Und ein Boss. Ist das... Kenne ich die Ecke? Ich bin ganz sicher. Aber hier bin ich natürlich viel zu spät jetzt. Es sollte nicht allzu hart sein. Was auch immer mich hier erwartet. Nein. Mir ist Kreuz. Oh, kürz. Die Penner. Hier ist auch nichts. Tiny Slime. Okay. Irgendwas muss hier noch sein. Silver Dishes. Auch mal wieder zurück zu mir daheim. Sozusagen. Zu meiner Butze. Dass die mit einem nicht weg sind. Aber ich habe ja auch jetzt das Eis equipped. Oh, hier gibt's, äh... Oh, hier gibt's, äh... Puzzle-Action. Okay. Schieben wir mal runter. Ist doch noch nicht für was, aber ich mach's mal. Ah, falsch. So kann ich's nicht weiterschieben. Ah, I get it. Okay. Oh! Oh, what can I do for you? Willkommen. Warum hast du einen Shop in einem Ort wie diesen hier? Nun denn, da ich ein wandernder Händler bin, ähm, habe ich während meiner Reise, wurde ich aus Versehen von einem, äh, dichten Nebel eingesaugt und hier bin ich. Aber du musst doch dann auch nicht einen Laden hier öffnen, oder? Zuerst habe ich einige Zeit, äh, versucht, einen Ausgang zu finden, also konnte ich keinen finden. Und ohne andere Option habe ich eben einen Laden aufgemacht. Also, what can I do for you? What are you buying? What are you selling? Okay. Warte mal, bevor wir... Was können wir verchecken? Ein Opal haben wir. Nicht besonders viel zum Verchecken. Hast du was Spannendes? T-Shirt. Mach mich intelligenter. Sell it. Strong Medals. Embedded in its frame. Shin Guards. Close Helmet. Plate Coat. Defense runter. Long Metal Armor, that protects its user above the knees. Ich sollte erst mal... 25 von... 20 von denen. 20 von dem. ein bisschen was können wir ja schon mal nehmen. Die anderen Sachen sehen leider nicht so spannend aus, es sei denn, ich brauche das irgendwie für so ein Gimmick-Style, aber so richtig geil sieht das hier nicht aus, was er hat. Hast du was vergessen? Nö, ich wollte mal gucken. Okay, also Händler hier, ist das markiert? Nein, natürlich nicht. Of course not. So. Also, ich muss die Wege so nehmen, dass, ähm, ich die verdammte Kiste auch noch schieben kann. Ja, also das heißt, einmal nach rechts. Und mal nach links. So, ich kann hier nur nach rechts. Oh, das war schon, okay. Na gut. Ich dachte, das wird schwieriger. Aber gut. Hier können wir Geld farmen, irgendwo mit 5 Münzen. Aber zurückkomme ich dadurch nicht. Oder? Doch. Bleib offen. Live Max up. So viel war hier unten nicht, ne? Dann kann ich wieder hoch und rechts weiter erstmal. Mein Glück, dass es hier so bleibt. Der hat auch einen komischen Platz für seinen Laden hier unten. Das ist eh bei solchen, also Läden in Dungeon Crawler, ne? Du bist mitten in so einem super gefährlichen Dungeon. Halte Kerker, die von Monstern übergubst. Und dann gehst du durch die Tür ein und da ist, ja, hier, willkommen in meinem Laden. Gut. Machst du denn da? Warte mal, ich gebe den hier mal jetzt nicht den Bluestone, gebe mal den Redstone. Macht auch keinen Unterschied. Gebt mir mal den Greenstone. Okay, die macht das nicht so einen Unterschied. Zub, zub, zub. Zub, zub, zub. Wuppel, wuppel, sub. So sagt man doch. Nein, sagt man nicht, aber vielleicht sollte man das sagen. Das hilft einem mit der Konzentration. Oh! Das ist ein Steinerstart. Okay. Das ist ein Steinerstart und die Cursed. Ich finde ja, man sollte eigentlich, wenn man den Bumerang wieder fängt, die Herzen noch wieder zurückbekommen. Alles andere wäre ja ein bisschen Quatsch. Oh, nein, 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 mein Freund. Boss-Time. Das hilft trotzdem ab, wobei ich glaube, der sollte recht pipifax jetzt sein, weil wir doch viel spät hier hingekommen sind. Mal gucken, was passiert. Das ist ein Stein, man. Das war's, oder? Nee, es war Teil 1. Okay. Das war's aber jetzt. Ja, ist der Unterschied, wenn man den einen Boss am Anfang verpasst hat. Und jetzt, der es fertig macht. Okay. Auch noch ein Bossraum. Wahrscheinlich instakill, wenn ich in die Stacheln reingerate. Ja, immerhin. Ja. Ja, immerhin. Da ich den Double-Jump hier habe, ist es halb so wild. So, und jetzt? Uah. Ui. So sieht das hier aus. Ach, das Blut von den ganzen Käseblut zermärtschten Leuten hier. Spiegel, und der Yellowstone-Nationalpark. Das ist doch was. Lightning Attacks. Okay. Was ist da oben? Wie komme ich denn da hin? I don't get it. Muss ich irgendwie hochfliegen, ne? Wenn das Wasser hochgeht, komme ich hier auch nicht wieder zurück. Oder das Blut. Hier war der Boss. So, ähm. Hoch, saven. Oh, nein, nicht. Oder auch nicht. Ich dachte, da wäre, weil der Safe da direkt an der Seite war. Aber vielleicht kann ich das eigentlich... Ja doch, geht schon. Ich muss nur einen Umweg nehmen. Wir sind aber bei 5 Stunden fast. Wir sind bei 114 Prozent. Rechts weiter. Ups. Ich habe mich trotzdem getroffen. Also, wir könnten hier entlang. Oder wir könnten da oben. Ich gucke erst mal hier kurz. Was das hier bedeutet. So, kann ich das kaputt brechen? Das gilt es zu ermitteln. Also nehmen wir den Crushing Stone. Nope. Oder? Liegt das daran, dass ich... Nein. Das ist nicht eine dieser Türen. Also, zu ist da. Aber Mana Prism habe ich gekriegt. Das ist doch nice. Immerhin. Und eine Büste. Eines Weisen. Die Büste des Weisen. Nope. Auch wenn es cool ist für die. Aber. Ich würde dann doch lieber meine Boomerang behalten. Denn wie ein Bum, 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 Bumerang komme ich immer wieder bei dir an. Glückwunsch am Blümchen übrigens. Jasmin Wagner. Wo ich das gerade aufnehme, kam die Nachricht. Schmanger. Schön für sie. Das freut mich sehr. Mit 40 plus glaube ich jetzt sogar. Da ist sie jede Menge schöner Wiegenlieder. Die sie intonieren kann. Wenn denn nötig. Stimmt nötig. Wer will denn dann auf coole Blümchensongs verzichten? Zum Einschlafen. Niemand. Nobody. So, oben. Ah ne, das war nicht. Dann, äh, durch den Safe-Raum links und weiter hoch. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Aber das sähen wir auch mal im Safe-Raum. So, zackadi-zack. Zackadi-zack. Don't look back. Na? Na? Jetzt nimm ich mal durch. So, hier hoch. Also, ich bin von rechts. Oder ich könnte hier hin. Und hier, hier war ich auf der, ah, hier war ich auf der anderen Seite. Das ist der Part hier. I get it. Hier bin ich. Da oben. Ich werde es leider nicht sehen, aber es ist die andere Seite jetzt hier. Vielleicht kriege ich endlich mal die Redermaus-Power hier oder so. Nee, to-quas. To-quas. Das ist ein Item. Ja, okay. Dann weiter zurück. Dann haben wir hier fast alles. Außer dem Part, wo ich nicht weiter kann bisher. So, wo wollen wir hin? Durchgang. Da gibt es einige Sachen. Ganz links, glaube ich, könnte ich kurz zum Eingang die Wand zerbrechen. So. So. Ein Ankeres Potion. Nochmal gekriegt. Kann sogar sein, dass hier nochmal ein Bosskampf irgendwo dazwischen ist. Nee, 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 nee. So. Wir sind wieder hier in meinem Revier. Ich könnte rechts hoch. Wieder links runter, rechts hoch. Könnte Sinn ergeben, wenn ich da durchkomme. Da gibt es zwei Durchgänge und einen kompletten Part vom Schloss, den ich ja noch erkunden kann. Aber ich könnte auch von der linken Seite. Ich gehe erst mal hoch. Habe diese Decision jetzt mal getroffen. Och komm, Curse muss doch nicht sein. Curse nervt. Curse ist nervig. Langsam und ich kann nicht sliden. Nicht dashen. Gar nichts kann ich machen. So, hier hoch. Ah, da sind wir. Der Aufzug. Das geht fix, ne? Weiter hoch. Nein, hier komme ich nicht durch. Jetzt lockt. Aber noch weiter hoch komme ich. So, ist das auch gelockt hier? Oder was war der Hinderungsgrund? Das war der Hinderungsgrund. Ich konnte hier nicht hochspringen. Ich hatte den Double Jump noch nicht. Okay. Padded Armor. Bringt ihr was? Nope. Viel zu schwach. Viel zu schwach. Oh, sind wir aber langsam bei Draculas. Hier? Nein. Nein, das hier noch nicht, ne? Oh, hier aber schönes Parallax-Frolling. Ja, hier ist... Oh, hier ist das nice. Ach, guck mal, hier wäre fast beim Anfang, wenn hier die Anfangs-Zombies da sind. Och, guck mal, die... Die sind ja knuffig. Die sind ja knuffig. Knuff-Zombies. Castle, Topfloor. Oh, doch beim Dracul. Ich habe das Gefühl, ich muss beide Anhänger tragen. Oder die... Das war das, ne? Bracelet, ne? Okay. Topfloor da. Ach, checken wir jetzt mal durch. Wir sind ja eh hier wieder... Alles neu macht der Mai. Aber sehr ähnlich aus zu dem Aufzug, den wir auf der anderen Seite haben. Auch hier wieder reused. Wahrscheinlich mit dem anderen B-Schloss. ist diese Art von Raum dann viermal insgesamt. Oh, Aboss. Dann saven wir mal. So. War's das? Nee. Ich glaube, das kann ich brute forcen. Ja. Da bin ich auch ein bisschen zu spät. Ich akzeptiere es. Back to the Labyrinth. Was kriegen wir hier? Das Green Book. Wind Magino. Habe ich jetzt alle Bücher? Nee, eins fehlt, glaube ich. Bold Book, Wind Book. Machen wir das Bold Book mal an. Mal gleich mal gucken, was das bedeutet. Das Blitzbuch. Dass die sie blocken können hier. Aussteigen. Was habt ihr davon? Wenn ihr euch mir entgegenstellt, ihr Schweinchen. Dracula-Schweinchen. Nope. Oh, dann kann ich mal den hier machen. Oh. Guck mal, welcher das ist. Hat gar nicht getroffen, da die geblockt haben. Aber der ist, das ist tatsächlich, das ist gut für, das ist ja schon der, der, äh, nicht Travel Belmond, sondern Richter Belmond, der Move aus Rondo of Blood, ne? Gut. Ups, nein. Ein Spellbook machen wir aus. So, wo sind wir denn hier? Ja, können wir gucken, hier können wir gucken. Einiges an Plätze. Ein paar Ectoplasms. Safe? No. 0, 2, 4, 6, 8. Das seht ihr auch, ne? 0, 2, 4, 6, 8. Herz. Muss ich genauso viel Herzen haben, oder was? Oder was bedeutet das? Okay, I don't get it. Aber gut. Vielleicht getten wir das ja anders. Da geht's hoch. Ist das schon hier quasi Boss-Time gefühlt, oder? Der Run-Up zu Dracul. 1, safe. Gibt's einige Abzeigungen, wo ich noch lang kann, ey. Das ist, das ist Dracul, oder? Ne, hier komm ich... Oh, hier ist zu. Dracul. Weil zu. Ah, Moment. Komme ich hier durch, wenn ich die Bangles anhabe? Äh, die Bracelets. Im Case. Bagonet hatte ich da noch. Ich glaube, ich muss hier die beiden equippen. Ich hab ja meins und seins. Okay, dann gebe ich mir wieder das Bagonet. Und... Hautglobs werden, plus 10. Lucky Ring, Earth Ring, Lucky Charm. Lucky Ring, komm. Lass mal dabei bleiben. Weil hier komm ich noch nicht durch. Da geht's wahrscheinlich wirklich Richtung Boss-Time. So, das müssen wir jetzt mehr. Wir müssen ja auch noch zum B-Schloss. Warte mal, wie viel haben wir? Hier, 66 in B, 54 in A, 120 insgesamt. Bei 5 Stunden 10. So, äh, rechte Seite runter mal. Nope, da ist nur wir nicht. Also, linke Seite runter, rechte Bahn wäre hoch. Links runter. Nicht, dass wir hier nochmal Items verpassen. Das wäre ärgerlich. Und ich schätze, wir müssen auch alle Körperteile von Vlad finden, ne? Ach, lass mich einfach durchdüsen hier. So. Linke Seite. Guck mal, hier ist die Tür offen. Gibt uns den Weg zu einem Safe frei. Alright. Hier ist auch offen. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Praktischer Aufzug, der immer hinkommt, wo ich ihn in der Theorie brauche. So. Ach, die Anfangs-Zombie ist wie nice. Es ist lockt! Aber warum? Ah, A plus B. Das ist beides gelockt, ja. Dann kann ich unten, muss ich unten lang. Sliden ist wahrscheinlich sinniger hier. So, äh. Wollen wir mal links, warum bin ich da nicht in die Tür hier reingeb... Das ist ein Grund wahrscheinlich, warum ich nicht in die Tür da unten rein bin, ne? Ich muss mal gucken, die war wahrscheinlich gelockt auch. Was brauche ich denn, um die Regenbogentüren zu öffnen? Da brauche ich was. Das ist eine Regenbogentür, ne? Ja. Sogar eine andere Regenbogentür. Das ist die hier. Ich bin in Schloss B. Warte, Moment. Buschel verwirrend, alles hier. Aber Metroidvanias machen Spaß, also... Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, die... Castlevanias, die wie Metroid sind, nicht der moderne Genre-Begriff. Ja, so, ähm... Runter und dann links. Das hat man eben auf seinem Gameboy-Advanced-Miller. Ich glaube, als ich das mir geholt habe, hatte ich ein SP. Ich glaube schon. Schau es dir an. Könnte ich hier die beiden Bracelets equippen müssen. Nee. Den war nicht so. Na gut. Das ist alles noch hier so Reste von... Zufluss-Symphony of the Night gespielt mit Equip das und... Zieh das an. Was sehe ich sonst? Ich hatte den Lucky Ring, ne? Okay, dann... Können und sollen wir hier weiter... Oh. Nun können wir nicht. Safe Raum. Hm. Also wir können bei allen Bereichen da nicht weiter. Das heißt, ich muss komplett runter und dann einmal... Äh... Weiter links schauen. Da sind noch zwei Durchgänge, die ich in der Theorie machen kann. Düsen wir mal durch. Ach Gott, ja. Jetzt muss ich wieder das hier machen. Das ist auch... Beschäftigungstherapie hier. Statt dann gerade einen Durchgang zu machen. Aber das wäre dann ja kein Level-Design, ne? Wenn kein... Ein verschnörkeltes Dingsbums ist. Muss ich denn lang bewegen, muss die ganze Zeit. So. Also mein Gefühl wäre, die hätten gerne wirklich schneller... Das hier so machen können hier, wenn man selber fährt. Wumms. Wie der Autoruf-Button es macht. Okay, komplett links. Kann ich den hier machen? Oh, war ich hier? Ja. Ach, curse. Na, komm. Komm, 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 komm. So. Hier sind zwei ausgehend. Ich könnte eigentlich zurück und dann auch noch... Ja, jetzt gehen wir erstmal hier. Erstmal die oberen uns angucken. Ups. So. Gucken wir erstmal hoch. Und schauen, was hier Phase ist. Ja, hier war ich doch gar nicht bisher, ne? Oder ich war einmal kurz mal reingeluscht. Da ist hier nur ne Rüstung. Tatsache. Lost Unique. Ich guck bei der nächsten Gelegenheit mal rein. Aber ich bezweifle, dass die mir hier zu dem Zeitpunkt des Spiels groß weiterhilft. Dann links und komplett runter. Äh... Ja. Gucken, was das war. Ah, warte mal. Das kriegen wir weg. Das kriegen wir weg, ne? Das ist doch das Gestein, was bröggelt. Oder? Nope. It's not. Okay. Schade. Gut. Dann müssen wir wieder zurück. Und unten lang diese verschnörgelte Dingse. Da sind nämlich noch zwei mögliche Wege. Das schockiert mich jetzt so ein bisschen. Oh, was bist du denn? Okay. I accept this. Ich akzeptiere dein Opfer. What can I do for you? So treffen wir uns wieder. Hat er andere Sachen jetzt hier? 800? Castle Lab 2. Das kaufe ich. Von allen Sachen. Keeping one. Okay. Also, äh... Da oben ist drei Kühl. Castle A müsste ich diesen ganzen Mittelpart noch machen, ne? Aber gut. Ein Mysterium gelöst. Was auch immer hier los war. Der ist von allein gemacht. Der Ritter. Zurück. Runter. In der Mitte. Durch. Ah, es geht so schneller. Mit ein bisschen Damage. Aber relativ egal. Hauptsache speedig! Oh, ich krieg ne Portion. I accept this. Schön durchziehen. Schön durchziehen. Außer das hier. Denn wie ein Bum, 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 bummerang haben wir doch gesagt. So, runter und links gleich. Erste links. Rechts. Rechts will ich wieder zurück. Also links. Also links runter und dann schnörkeln. Also links runter und dann schnörkeln. Boah, ist ja gefährlich hier. Ne, das wollen wir nicht. Ne, das wollen wir nicht. Ja, ich kann mich erinnern. Hier waren wir auf jeden Fall. Vor vielen, vielen Stunden mal. So. Also erstmal ganz runter. In der rechten Seite. Oh, ich kann da durchsliden. Durch den Peninski. Das hat mir keiner gesagt, ey. So, runter und hier. War das ne verschlossene Tür? Oder ist es etwas, wo ich... Ich treffe das ja auch nicht. Das kann sein, dass ich das in der anderen Welt erstmal kaputt machen muss. Da war ja was, ne? Oder im anderen Schloss. Aber einmal probieren sollte man trotzdem. Yellowstone Nationalpark. Gut, dann links durch. Also erstmal hoch. Und dann nach links durch. Da ist nämlich ein Dingsi, was ich kaputt machen kann. Das weiß ich. Was ist das so, geht hier, ey. So, das ist das richtige links. Ja, komplett links durch. Ach ne, hoch. Hoch. Das ist die Ecke. Alles klar. I get it. Oh, Side Table. Okay. Ne, unten. Nach unten. Oh. Ganz nach unten muss ich. Gut, dass ich aber nochmal hochgegangen bin. Jetzt hab ich meinen Tisch leer. Dann ist hier aber langsam mal wieder... Ist das hier unten die Ecke, wo mein Haus ist? Oder meine Wohnung. Hier der Crate-Schädel. Einige Crate-Schädel. Richtig rum, bevor ich raufgehe. Ja, 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 ja. Hier sind wir. Beim Gigaraum. Also HR-Giga, nicht MBC-Giga. Hans Rödi. Zuletzt eine kleine Reportage über Species. 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 Gott, wie spricht man in diesem Film aus? Species. 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 Gemacht. Und da hab ich eine Reportage. Eine Reportage. Darüber gesehen. Species. 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 Schieß. Wie schießen. No. Oh boy. Englisch sprach, schwere Sprach. So, oben müssen wir rüber. Komm ich hier durch? Komm ich durch? Kommt er durch? Kommt er nicht durch? Ja, das Herz nehme ich noch. Herz will ich noch haben. So. Also da können wir, glaube ich, Steinen gleich kaputt machen. Hier war Stein-Menschen-Action. So, hoch, hoch. Slide, slide, slide. Tut mir slide da. Und der Unterschied, das hier, macht so einen Blink. Na, wenn ich drauf haue. Okay. So, Equip-Tricolor. Blink, blink, blink. Kaputt, kaputt, kaputt. So, aber das ist jetzt der Part. Hier ist es noch neu in dem Schloss. Weh, hier geht's gar nicht weiter. Dann gibt's Ärger. Dann gibt's Ärger! Aber es geht weiter. Sogar zwei Orte hier. Dann gucken wir erstmal, bevor wir uns verbinden. Gucken wir zum Safe. Oh, das heißt, äh, ein Bossraum potenziell. Potenzieller Bosski. Der uns vorstellt, wie viel haben wir? 5,30. Gucken wir mal, und hier ein Potion. High Potion sogar. Das heißt, wenn mich das hier so ausstattet. Für die Vars. Ah, sowas hier, ne? Schau's dir an. Wie das lockt. Aber vielleicht... Oh, es könnte sein, dass ich diesen Schlüssel jetzt dafür... Guck mal, hier ist ein Fragezeichen. What the fuck? Oh nein. Was bedeutet das hier? Ich komm da nicht durch. Ich komm da... Ich komm hier nirgendwo durch. Okay. Nirgends, ne? Könnte es der Warpraum sein? Ich save einmal hier kurz. Oh. Ich dachte, hier komm ich hoch. Fuck. Fuck, 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 fuck. Der gelbe Warpraum würde mir hier einfallen. Der bringt mich... Aber wo bringt er mich hin? Das ist lockt. Wer muss hier wieder zurück? So viele Wege, die immer verschlossen sind, ey. Okay. War echt der Save hier. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Gelbfarben hat nicht so viel gebracht bisher, ne? Aber vielleicht bringt das für später was. Da der Händler verschiedenen Räumen auftaucht. Muss das ja nichts heißen. So. So. Rechts. Hoch. Komplett rechts. Ne, nicht komplett rechts. Beim langen Raum nach unten. Okay. Das kriegen wir hin. Mal gucken, das ist langsam der Controller, den ich angeschlossen habe. Nicht von der Strommangeleit. Aber ich hab den anderen angeschlossen, der vorhin aus... Also vorhin. Für euch vorhin. Der mir aber ausgegangen war. So, hier runter, ja? Durch den Save-Raum. Hoch. Wir wollen... Castleby sind wir, ja? Gelber Raum. Okay, Castleby. Zum gelben Raum wollen wir. Was? Das haben wir noch getroffen. Also nicht nice. Wenn mich das noch getroffen hat. Ah, diese... Diese Türen! Lass mich doch nicht nur raten hier, was ich machen kann. So gut diese Spiele sind, sie nehmen wir tatsächlich eben so... ... sowas in Kauf. Dass hier gestreckt wird. Secret room behind the goddess, oder where the goddess is looking. Die Gredding guckt nach vorne. Hier? Nein. Ach tsch. Ist irgendwo noch ein Furniture versteckt? Was man an dem Fragezeichen da drüben erkennt. Wir wollen zum gelben Warp mal einmal. Ach, den hab ich vergessen. Boom. Nur weil ich den vergessen hab. Wenn ich dann durchtauchen wollte. So. Oben lang, unten lang. Wo lang? Unten lang. Immerhin also wirklich flott hier. Wir haben gesagt, wenn du schon so flott unterwegs bist, dann machen wir es doch nochmal extra kompliziert. So. Oh shit! Wo ist mein Bumerang? Oh, ich hab so lange drauf aufgepasst. Jetzt hab ich ihn verbaselt. Das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. So langsam wird's noch wieder Zeit für eine kleine Pause für mich. Einfach mal kurz die Batterien kurz aufzuladen. Das Praktische an dem Setup, was ich hier habe, ich kann wirklich einfach auf Pause drücken mit der Aufnahme. Da ein paar Stunden später, oder je nachdem, wann ich wieder ran kann. Einfach wieder ran. Solange es keinen Absturz gibt, natürlich. Und das wird alles in eine Datei aufgenommen. So ein bisschen mit der ganzen Erfahrung mit der Videoproduktion. Ich meine, jetzt sind wir eh beim Wegeabfahren. Kann ich ja ein bisschen in die Kästchen plaudern machen. Wir wollen die Zeit ja auch vernünftig füllen hier. Ihr habt vielleicht mal gesehen, vor vielen Jahren hab ich das mal gepostet, wo ich ein bisschen so meinen Produktionsablauf hier für YouTube-Videos mal gezeigt habe, weil meine Erfahrungswerte, wir sind ja aus meiner, in Anführungsstrichen, richtigen Arbeit dann rausgekommen. Also das, was ich dann gelernt mitbekommen habe, wie Fernsehproduktion funktioniert. Im Speziellen, was wir uns bei Game One für Lösungen ausgedacht haben damals. Mit Video Captchern und dann Schnittprogramm rein, Audio aufnehmen und alles drum und dran. Sieht heutzutage mit den verschiedenen Setups, die man daheim haben kann, natürlich alles ein bisschen anders aus. Okay, da hoch und links. Mal gucken, ich hoffe, das reicht dann. Sieht heutzutage ein bisschen anders aus, mit von wegen, ich hab natürlich auch ein permanentes USB-Mic mit einem Schwenkarm hier an meinem Tisch. Ich hab eine Kamera, die ich dazu schalten könnte, wenn denn nötig. Wobei bei solchen Let's Plays finde ich gerade, wenn man zu verschiedenen Zeiten dazu schaltet. Es ist nicht immer nötig, eine Facecam drin zu haben, ne? Also das ist das, was ich mir sozusagen angeeignet habe. Mein Gefühl einfach, Facecam ist nett, wenn du wirklich Reaction oder so haben willst, ne? Facecam ergibt für mich am meisten Sinn, wenn du beispielsweise eine Nintendo Direct oder irgendwelche solche Geschichten hast, wo du dann auch Emotionen ablesen kannst und willst oder, ähm, nach links durch, okay. Oder wenn es beispielsweise ein emotionales Game oder so ein Horrorspiel ist, ne? Man muss nicht bei jedem, sagen wir, nicht böse gemeint, aber 0815 Game, muss man eine Facecam nicht unbedingt dabei haben, weil die nimmt dann auch entsprechend ein bisschen weg von den Spielen. Das ist auch so, klar, das ist natürlich auch ein egozentrisches Ding, ne? Wie solche, ähm, dann Sachen als Streamer oder Influencer, wie man's nennen will, dann funktionieren. Das, äh, ist ja auch nahbarer für viele zum Zuschauen. Ich finde, bei solchen Let's Plays lasse ich gerne das Spiel für sich sprechen mittlerweile, ne? So von wegen der Gewöhnungsphase aus, wie ich mir mal rumprobiert habe und man kann bei so einem Spiel eine Facecam reintun. Ich brauch's hier nicht unbedingt. Ich finde, die Spiele können auch für sich eigentlich gut vermitteln, was sie vermitteln wollen. Bei sowas würde ich drei verzichten, aber wenn ich's dann machen kann, mach, brauche ich... Ah, fuck, das lockt. Ist das das Richtige, wo ich hinwollte? Nein, ich wollte einen drunter. Äh. Einmal zurück, einen drunter. Aber ich, also ne Facecam wäre hier, aber ich mach die nicht bei allem rein, ne? Muss ja auch nicht, dann unbedingt. Ähm, aber was ich dann auch früher gemacht habe, ich meine, ich hab hier mein Capture-Setup aufgestellt. Ähm, ich hab ne 4K-Capture-Karte in meinem Rechner eingebaut, also die bis zu 4K kann in 60. Das Einzige, was ich nicht kann, ist HDR, weil es noch ein bisschen ne ältere 4K-Karte ist. Allerdings, ähm, gibt's dann mittlerweile Moderne, die das dann auch können, aber ich finde, das ist fast schon eher kontraproduktiv. Okay, das, das ist cool. Lass uns hier mal entangehen. Das ist fast eher kontraproduktiv, würde ich persönlich sagen, weil, so kannst du natürlich dann HDR-Content mittlerweile auch auf YouTube hochladen, aber Leute, die dann kein HDR haben, das kann auch durchaus mal ein großer Schmuh sein. Ich hab auch so gesehen auch schon mal Sachen gecaptured, äh, mit der Windows-Capture, wo ich HDR für mein Video-Out dann hatte und dann hab ich einfach die Windows-Aufnahme benutzt, wenn's dann PC-Games gewesen sind. Bei PC-Games muss ich natürlich nicht die Capture-Karte anwenden, weil dann hast du sowas wie, äh, NVIDIA Shadowplay. Ich hab ne NVIDIA-Grafikkarte und die haben ja mittlerweile so eingebaute Capture-Optionen, was ganz cool ist. So, ich werd jetzt hier einmal ganz nach links gehen. Jetzt sind wir wieder direkt am Anfang des Spielers. Aber mit unseren neuen Fähigkeiten natürlich hier. Mal gucken, was uns das bringt. Einmal hier durch. Ähm, und HDR ist dann so halb so wild, aber ich hab hier mein Setup, äh, so aufgebaut. Ich hab hier ein 8er HDMI-Switch, der sogar, also eine Fernbedienung hat, äh, um dann die Sachen zu wechseln, aber auch normalerweise, der wechselt automatisch auf deine, diese 8 Kanäle. Diese 8 Kanäle sind in meine Capture-Karte reingefüttert und nochmal gesplittet, dass sie zu mir an den Fernseher gehen. Also, ich kann Sachen, die ich dann zocken will. Ich muss einfach nur das Gerät, die Konsole oder was auch immer anmachen, ähm, das mit diesem 8er-Split verbunden ist. Das schaltet sich automatisch auf den richtigen Kanal um und, äh, geht auch automatisch an meine Capture-Karte, ob ich es captchern will oder nicht, das gehupftige Sprung des Öfteren. Ich will oben einmal gucken, Moment, das ist zu verfrüht hier, wo ich hier runtergehe. Ähm, was so ein kleines Problemchen geworden ist, es ist mittlerweile, das Setup habe ich vor etlichen Jahren mal aufgebaut, also so, dass ich nach Möglichkeit Geräte angeschlossen habe. Ich habe ältere Konsolen, die ich nicht so häufig benutze, wie die 360 oder die PS3, die sind in einem separaten, äh, separaten Stromleiste, dann dran, die meistens aus ist, weil die müssen ja nicht dann permanent im Standby sein oder so, das wird ja auch nerven nach einiger Zeit. Oh, schaust du dir an, deshalb bin ich hier nicht weitergekommen, ne? Okay, dann gehe ich doch nach unten. Das schaffe ich auch jetzt erstmal nicht, ne? Ich brauche vielleicht einen Wallkick oder so. Aber ja, so, diese Konsolen sind so damit verbunden, aber wenn ich denen die Stromleiste mal anmache, um mal 360 oder PS3 zu captchern oder zu spielen, auch natürlich, ich capture ja nicht nur, sondern ich spiele die Sachen ja auch auf Vorberatung in letzter Zeit, habe ich es vielleicht durch die, äh, Retro-Club-Geschichte nochmal gesehen, da habe ich ja ein bisschen nochmal ein Augenmerk auf PS3 und 360 gelegt. Die sind ja auch mittlerweile ihre, ja, so sagen, die 360 ist, äh, 17 Jahre alt, ne? PS3, 16 Jahre im Moment und die Wii. Also, das sind schon Classic Konsolen. Muss man leider so unumwunden sagen. Wollen wir nehmen den Safe hier mal mit. Wenn wir schon mal hier sind, ich glaube, das hatten wir vorhin zwar, aber, lass es nochmal mitnehmen. Das Problem hier, wo ich da jetzt zugestoßen bin, ähm, mein Setup ist jetzt hier so, ich habe meinen Rechner vor einiger Zeit aufgerüstet, aber aufgerüstet in der Richtung, äh, was den Festplatten, äh, Speicher angeht. Da bin ich von Festplatten zu SSDs gewechselt und habe die in einem RAID jetzt hier drin, dass sie möglichst dann schnell, ähm, miteinander agieren. Das ist für mich wichtiger für den Videoschnitt und das Capture, ne? So kann ich 4K-Material aufnehmen und dann gut schneiden, ohne dass ich zu viel Verzögerung habe, weil da schnell von den SSDs gelesen wird, weil das meine Windows-Platten sozusagen sind, oder mein Windows-Speicher. Ähm, am Rest habe ich hier noch nicht viel groß gerüttelt, aber das werde ich irgendwann mal, nicht demnächst würde ich sagen, aber es wäre mal wieder wirklich, seit, nach fast 10 Jahren, wo so das Grunddesign meines Rechners jetzt hier ist, wo zwischendurch immer wieder zweimal abgedatet wurde, aber das Grunddesign steht seit 10 Jahren so, mit dem Aufbau, was ich im Schraubkast damals gemacht habe, aber wenn ihr da schon bei YouTube bei mir zugeschaut habt, das war in 2012. Ähm, jetzt hier mal gucken. Jetzt ist wieder der Eingang, ne? Ist hier was Verstecktes? Fuck, da könnten wir hoch, aber wir wissen noch nicht wie, ne? Und hier ist der Eingang direkt. So, ich will rechts und dann runter. Ähm, und ich nehme natürlich, wenn die Möglichkeit da ist, ein 4K gerne für euch auch. Ich habe hier 4 Terabyte an SSD-Speicher, mit dem ich aufnehmen kann. Äh, sind natürlich auch extrem große Dateigrößen, wenn man nicht zu viel Kompression haben möchte. Und YouTube macht ja auch noch mal extra Kompression mit rein. Beim Streamen ganz zu schweigen. Für Streaming verzichte ich dann auf 4K, aber wenn ich selber Capture und das Spiel auch 4K anbietet richtig, und dass ich das machen kann, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Ähm, mein, äh, HDMI-Switch ist nicht 4K geeignet. Letzte Trouble. So, jetzt kann ich das mal aufmachen. Und, äh, ich muss das im Moment noch, ähm, da ich nicht alles in 4K natürlich aufnehmen muss, maximal von der PS5 oder der Series X. Ja, und wenn es sich vom Spiel her anbietet, dass 4K da überhaupt was bringen, dann, ähm, habe ich das separat in meinen Switch hier. Ich habe nämlich nachher noch so ein HD, der HDMI-Splitter, besser gesagt, der Switch geht in den HDMI-Splitter rein, für Fernseher und für, äh, die Capture-Karte. Und ich schließe dann, anstatt den Switch, schließe ich die PS5 oder die Series X, muss ich einmal das Kabel wechseln, wenn ich dann unbedingt auf 4K-Capture aus bin. Zum Spielen sind die sonst direkt an meinen Fernseher angeschlossen und gehen dann nicht über den Switch rüber, dass sie die, äh, dann auch mit 4K, äh, habe ich das gerade gemacht? Ja, ne? Dass sie, äh, dann, äh, nicht 4K, äh, also wenn, wenn 4K nötig ist, dass sie es dann auch machen können. Oh, fuck, hier komme ich gar nicht durch. Verdammte Hacke, ey. Oh, wie mich das ärgert. Okay, dann muss ich hier nach rechts gleich. Gut, aber dann machen wir den Crushing Stone weg mit dem Yellowstone Nationalpark. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich muss wieder mittlerweile ein bisschen umstecken, wo ich mir das eigentlich so zurechtgelegt habe, dass ich nicht umstecken muss für alle Sachen, die ich machen brauche. also für entweder Capturen oder Zocken, Screenshots machen, wie auch immer. Habe auch viel natürlich mit Screenshots dann gearbeitet, zum Beispiel, ähm, für die, äh, Bildererstellung vom ABC der Videospiele, jetzt Teil 2, also dem Richtrückbuch, was ich geschrieben habe, und dem zweiten mittlerweile auch. Ja, und das habe ich dann natürlich auch über meine Capture-Einheiten hier gemacht, damit ich eigene Screenshots machen kann. weil man will ja auch gute Screenshots haben, ne? Und nicht, äh, Standard nur Pressematerial nehmen, wobei ein paar gute Presse-Sachen ab und zu mal dabei sind, äh, wenn sie repräsentativ sind für das Spiel, aber in den meisten Fällen habe ich das selber gemacht. Lange Zeit, langer Aufwand, ich hoffe, es hat sich auch gelohnt, und ich hoffe, dass, äh, es euch dann auch gefällt, so wie es innerhalb der Bücher dann umgesetzt ist. Also wo ich das aufnehme, steht der Release vom zweiten ABC der Videospiele noch bevor. So brauche ich immer, dass, äh, es, äh, bei euch dann angenommen wird. Okay, also runter und dann ganz rechts. Alright. Ne, das ist nicht runter. Das andere runter. Ähm, und ich habe mir das mittlerweile auch so eingerichtet, wenn es jetzt so Let's Plays wie das hier sind, ne? Früher habe ich mit dieser Capture-Karte separat aufgenommen, wie gesagt, meinen Ton und mein Videobild aufgenommen und dann händisch mal, ähm, alles so zusammengebaut mit einem entsprechenden Rahmen, wenn es nötig ist, mal in den Soundleveln dann nochmal gedreht und so. Und das ist natürlich etwas, was sich nicht zu tausend Prozent ersetzen lässt. So händische Arbeit, die das nochmal alles wirklich auf den Punkt genau macht. Ähm, aber ich habe für mich dann so ermittelt, wo musst du welche Art von Arbeit reinstecken und das wird dann auch dem Endprodukt. Dann, ähm, träg dem bei, ne? Und für so ein Widthplay wie das hier zum Beispiel, wo ich auch sage, hey, eine Facecam ist, ich weiß nicht mal, ob es nice to have wäre, ne? vielleicht sogar dann ablenken, wobei ich die auch mit dem Knopfdruck hier machen kann, aber da es solche Streaming-Programme wie OBS gibt, die man natürlich hauptsächlich dazu benutzt, dass man, ähm, dann seine ganzen Streaming-Angelegenheiten, wenn ich dann bei YouTube oder Twitch dann streamen würde. Ich mache das natürlich auch mehr bei YouTube, äh, mittlerweile, weil das hier alles miteinander verknüpft ist. Ne, einen zurück und dann links hoch. Hier hoch irgendwo. Ne, auf der anderen Seite. Gehen wir da mal hin. Wenn ich solche Let's Plays wie die hier aufnehme, mache ich das ganze Setup vorher. Das heißt, ich richte zum Beispiel eine, hey, spiele ich mit der Konsole oder mit dem PC? Von wo kommt das Bildsignal rein? Lass mich den Ton mal testen. Ähm, brauche ich Autoducking dazu? Also habe ich ein moderneres Spiel, wo beispielsweise Sprachausgabe drin ist und Cutscenes, die ihr hören müsst? Weil das geht ja auch nicht so direkt, wenn ich jetzt hier beim Spielen bin, da ist es ja keine Regie sozusagen hier, die dann den Ton lauter dreht für Cutscenes, während ich die Schnauze halte und dann kann man so eine Funktion namens Autoducking mit reintun. Jetzt bin ich zu weit unten, ne? Oder? Warte mal, wo wollte ich hin? Jetzt bin ich zu weit unten. Jetzt bin ich zu weit unten. Okay, ich muss rede zu viel und achte zu wenig. Aber diese Kerze will ich haben. So. Ich will ich noch so. Oh, ich will ich kriegen, ihr habt mir so viel Ärger bereitet am Anfang. Und ich kann hier, anstatt, dass ich das jetzt hier streamen würde, sondern frei nach meiner Zeit sagen, hey, solange der Rechner an ist und ich mal für ein paar Stunden weg kann oder so, ist das auf Aufnahme und statt dem Stream wird das auf Festplatte aufgenommen, wird auch dann mit variabler Bitrate inkodiert. Das heißt also Spiele, die ein bisschen mehr Bitrate brauchen, wie das hier zum Beispiel. Das hat knackige Pixeloptik und sehr viel Abwechslung im Bilddesign hier. Wird dann das Let's Play direkt in eine Datei aufgenommen und ich kann während des Let's Plays Pause machen, weggehen. Auto-Ducking brauche ich jetzt hier nicht, weil der Ton eh dann gleich geschaltet ist und den habe ich vorher austariert. Wobei ich nehme jetzt auch, um eine Safety zu haben, weil ich mache die Tonabmischung vorher und ich schaue, okay, was ist die ungefähre Lautstärke, hört sich meine Stimme noch, gut, dann ist der Hintergrund vielleicht dann doch zu leise, wenn ich das so drin lasse und wenn das alles für mich stimmt, in den meisten Fällen klappt das, auch wenn ich danach aber merke, oh, bei meinem Austarieren ist was schiefgegangen, man hört meine Stimme kaum. Das ist das Einzige, was ich nochmal extra dazu packe, ist dann, dass die Tonspuren nochmal separat im Video aufgenommen werden. Es gibt den Mixdown, das heißt also Mikro als auch In-Game-Sound, die Spur, die ihr dann auf YouTube hört, ist dann eine Audiospur, aber im Video ist auch nochmal, oh, it's locked, fuck off, ey. Da muss ich, it's locked, warum ist es locked? Da muss ich oben, ein oben, okay, links, links, hoch, okay, zweimal links, dann hoch, fuck off, ey. die Türen können gerne jetzt langsam aufgehen, dass ich zur Not dann doch nochmal in den Schnittprogramm kann und dann die meinen Ton als auch den In-Game-Ton neu abmische, vielleicht ein Kompressor oder sowas noch mit drauf, da so ein bisschen Schnittarbeit dazukommt, wenn es irgendwie verrafft ist, aber ansonsten, Entschuldigung, ansonsten kann ich die Datei, so wie sie gecaptured ist, hochladen, dauert natürlich dann entsprechend Länge, weil das kann manchmal echt viel sein, so als Beispiel, so habe ich zum, so wie jetzt hier, das Metroid Dread Let's Play aufgenommen, da hatte ich ja auch kaum Zeit, also außer das Spielen selber, ich bin am Tag, wo es rausgekommen ist, am Morgen habe ich es angemacht und am Abend war ich fertig, weil ich sowieso auch spielen wollte, aber auch das Let's Play machen wollte, dann war ich das ganze Wochenende weg, Metroid Prime sage ich schon, Metroid Dread, falls ich Prime gesagt habe, ich meine Dread natürlich, vor etlichen Monaten, das Let's Play war knapp zehn Stunden lang, inklusive wenn ich kurz mal Pausen gemacht habe, eben so in der Form wie hier, mit Autoducking aber auch, weil wir auch ab und zu mal dann eben, nochmal Cutscenes und andere Sachen gehabt haben, wo es sich gelohnt hat, da lauter zu sein, okay, rechts und dann wieder hoch, und das war am Ende bei so, boah, 80 Gigabyte oder so, in 1080p aufgenommen, mit 1080p 60 und variabler Bitrate, das ist schon was, ja, mit meiner Internetleitung hier, hatte glaube ich die ganze Nacht hochgeladen und dann bei YouTube inkodiert, damit das eine Video zehn Stunden lang dann sein kann und ich konnte das erst, als ich schon auf dem Event war, wo ich das Wochenende über eingeladen war, da konnte ich auch nicht zu Hause das kümmern, sondern mit TeamViewer nochmal unterwegs mal gucken, was mein Rechner gerade macht und den dann runterfahren, wenn alles fertig ist, aber sobald es dann auf YouTube war, konnte ich das dann mit meinem Laptop dann extern machen, als das alles mal gerendert wurde und so ein Zehn-Stunden-Let's-Play ohne extra Schnittaufwand im Nachhinein fertig haben, was ihr euch dann angucken könnt und nicht so extra Kinkerlitz hier, ne, und ja, so halte ich das dann eben auf, je nachdem, welcher technische Aufwand wie wo nötig ist und das jetzt hier ist nicht der größte technische Aufwand für mich zum Glück, aber ich kann dann speziellen technischen Aufwand, was jetzt Schnitt angeht, sagen, okay, dann kriege ich es immer noch hin, gute, vernünftige Let's Plays zu machen, die mir gefallen, die euch auch gefallen, die mir auch dann entsprechende Pause-Möglichkeit geben, als auch dann, it is locked. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Alles ist locked. I'm not that sure. Wo könnte ich jetzt noch hin? Da ist zu, unten ist zu. Habe ich hier irgendein Item, was ich übersehe? Na, jedenfalls, um den Gedanken einmal abzuschließen, ich könnte dann Schnittaufwand machen, wenn es so Videos sind, wie zum Beispiel die Geschichte der Module, wo ich dann Videos aufnehmen kann, auf Text entweder schreiben oder aufzeichnen kann, Musik nochmal darunter legen und dann kann ich das so aufteilen in Schnittaufwendige und weniger Schnittaufwendige Videos und die aber trotzdem dann dem gerecht werden, was sie da machen wollen oder kurz schnell Sachen produzieren, wenn keine Zeit ist und das Produkt nicht signifikant besser wird, indem man dann exponentiell mehr an Arbeitszeit reintut, weil es ist ja auch dann nicht nur Arbeit, sondern es macht ja auch Spaß und ich will ja nicht dann nur dran sitzen und sagen, in einem Video schneide ich jetzt eine Woche lang, weil ich dann einzeln jeden Sound hoch und runter pegeln muss. Ich glaube fast, ich muss hier mal wieder für euch eine Pause machen und dann mich selber mal umschauen, weil das wäre jetzt meine das wäre jetzt so mein mein letzter Weg hier. Wir haben noch nicht, wir haben noch eine Seite fast mit Feinden durchgehend. Wir haben also noch nicht alles gesehen hier im Spiel. Das wäre jetzt so mein Gedanke, wo ich da durch kann, aber ich kann hier nicht durch, ne? Und erst wieder weitermachen, wenn ich dann weiß, wo ich für euch hin kann oder nicht hin kann. Ich musste irgendwie in die Mitte kommen. Also, links oben konnte ich nicht, weil das war so komisch vom Jump her. Hier, it's locked. Unten, it's locked. Ganz unten, it's locked. Hier komme ich in Castle wie das Gelbe hier. Auf der linken Seite komme ich in Castle wie unten an. Castle wie unten das Gelbe. Komme ich in Castle A da oben an, sodass ich in Castle B wieder auf der Seite auftauche. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle echt, Leute, eine Pause. Also, einmal für mich kurz durchatmen, aber ich werde dann auch erst wieder hier on Air gehen, wenn ich den richtigen Weg gefunden habe, weil das wäre jetzt... Ich wüsste es jetzt nicht direkt. Ich müsste jetzt ein bisschen Trial and Error machen, tatsächlich. glücklich, ja. Dann sehen wir uns gleich und in einem Moment hoffe ich, dass ich zwar erschöpft, aber glücklich bin ob der Lösung, die ich gefunden habe, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis in einem Moment. Oh, okay, Leute, knapp. Ich glaube, es war jetzt knapp eine halbe Stunde, wo ich nochmal rumgeguckt bin und geschaut habe, welche Ausgänge machen was. Schaut euch mal an diese Message, die ich gerade hier sehe. Held Maxims Bracelet above head. So, ich habe Maxims Bracelet equipped und ich bin jetzt hier, wo diese Tür aufgegangen ist endlich. Uh, äh, ich bin hier oben in Castle A bei einer verschlossenen Tür, aber die gelbe, also da, wo ich dachte, wo ich Maxims Bracelet in Castle B, glaube ich, benutzen musste. Moment. Nehme ich, ah, an dieser Stelle ganz oben beim Safe Raum einen drüber war dieser andere Durchgang, der, wo ich dachte, dass der mit Maxims Bracelet aufgeht, ging ja nicht. Aber jetzt ist diese Tür damit aufgegangen. Boah, ey. Okay. Und jetzt sind wir schon beim Run-Up für das Schloss, äh, für Dracula. Heißt das, ist das jetzt schon, ist das Boss Time? I'm not that sure. Aber, hm, es könnte. Speichern wir. Aber wir haben ja noch einen guten Teil des Schlosses noch nicht erkundet. Ich weiß nicht, ob ich da sonst noch was übersehen habe. Es ist jetzt das, was mir am ehesten einfällt. Guck mal, Parallax Thrallings auch. Sieht aus wirklich wie bei Symfony und Rondo. Hint card 3. Kann ich hier drunter? Oh! Äh? Was ist hier passiert? Ich hab mich geduckt. Okay. Ich dachte, ich kann da unten durch. Warte mal, was sagt denn die Hint card? Das ist jetzt Hint card 3. Kneel before round gate to be taken to a different place. Ich hab das jetzt einfach so, weil ich dachte, der Boden kommt da jetzt so durch. Aber. Ja, Mann! Okay, also wo schmeißt du mich raus? Nur diese beiden? Zwischen diesen beiden Gates geht's entlang. Okay. Und es gibt nur dieses eine round gate, ne? Okay, ich weiß nicht, ob das so viel jetzt hier bringt, aber das war jetzt eine nette Überraschung. Na gut, wir haben hier gesaved. Wobei, ich hab jetzt hier so ein bisschen was schon wieder was gemacht, ne? Komm. Vielleicht ist es noch nicht der richtige Boss. Kann ja auch sein. Weil ansonsten hätte ich echt wirklich viel übersehen jetzt gerade auch schon im Moment. Wenn es so richtig ist und wir den schlagen können, beschwere ich mich natürlich auch nicht. Warte mal, ich ziehe mir aber auch Maxims Bracelet mal an. Vorbei. Äh, mein Bracelet. Mal sehen, ob das was bringt. Da. Was, wer bist du denn? Ui. Okay. Okay. Gut. Äh, warte mal. Ich glaube aber nicht, dass ich die Bracelets jetzt hier brauche. Aber, ich hab ja ordentlich Potions mir gekauft. Dann ziehen wir wieder die Bagonette an. Und was hatte ich noch? Guardian. 145. Nehmen wir mal den Guardian Glove. So. Ui. Ja. 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 Komm, nehmen wir ein Elixier. Keine falsche Bescheidenheit und ich kann ja einfach mal meine... Oh, Moment. Ich hab den Bumerang und das Gelbe war es, ne? Aber den Crushing Stone, ich lade ja eh nicht auf. Nehmen wir Gelb, aber wir machen auch das Gelbe Buch mal an. Weil das ist geil. Ja. 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 Jawohl, gebiedelt. Pazuzu, da bist du. Aber das war nicht der letzte Boss hier, oder? Lüdi. Süßt. Bist du also wirklich süßt? Geht's dir gut? Bist du verletzt? Mir geht's gut. Maxim hat mich hier sicher versteckt. Wo ich verstehe. Ist er nicht mit dir gekommen? Maxims wartet. Maxim wartet auf uns draußen, glaube ich. Hey, was ist mit der Person passiert, die mich hier hingebracht hat? Du meinst, dass du nicht weißt, wer dich gekidnappt hat? Bis Maxim gekommen ist zu meiner Rettung, war ich... äh... wurden mir die Augen verbunden. Ich verstehe, okay. Lass uns sehen, ob wir hier rauskommen. Ja. Lass uns gehen. Ah, so. Da hast du dich also versteckt. Er... versteckt. Also, er ist wirklich ein dreister Mann. Oh nein, Lüdi wurde entführt. Nochmal. Ich werde sie für mich behalten. Nein, schüßt. Rette mich. Verdammt. Ich muss mich beeilen. Also, ich dachte, jetzt kommt der Abspann, aber nein. It's not the Abspann. Okay, okay. This seems to be korrekt. Hoffe ich. Jetzt hat er... Ah, da ist diese Tür, die von der anderen Seite zugewiesen ist. So. Nee, Bumerang, bitte. Okay, okay, das öffne jetzt wieder Wege. Okay, gut. Kein Boss, finaler Boss fällt hier, mit Pazuzu. Ja, wir müssen das ja noch im Just irgendwie auf bedröseln. So. Ich lande... Ach, super gut. Ja. Oh, jetzt kann ich hoffentlich all die anderen Wege öffnen. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. So. Das heißt aber, die sollten nicht mehr so leicht sein, ja? Jetzt bin ich natürlich... Oh, shit. Okay. Die spucken... Poisson. Nein, die spucken... die spucken Gift. Okay, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit einfach nur durchgetankt hier. So, aber warten, bis das Gift mal kurz weg ist und danach saven. Weil sonst heilt mich das Ding nicht. Okay, jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich... dass Gegner mich killen können. So. Ich glaube, es ist ja auf der Boomerang da. Ich werde es vernünftig machen. So, ich kann einfach den Weg jetzt hier runter, hoffentlich. Ich muss jetzt auch mal die Schlüssel für die anderen Türen finden, ey, langsam. Sonst wird das nix. Okay, gehen wir rechts lang, äh, links lang. Ne, 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 Min Jong. Bumarange. Oh nein, nicht die hier. Kann die nicht ausstehen. Die Arabakis. Arabakis Kiesbauer. Nein, Arabella war das. Die Pingai. So, da gibt es eine Tür. 02468 steht jetzt hier wieder unten. I don't get it. Oder man kann hier vielleicht auf mich hinknieren, das Warp. Ne, ne. So. Das sollte hoffentlich uns jetzt genug Möglichkeiten geben. Geh mal ganz nach außen. Ja, das mit dem Herz, also der Special Move ist super. Also, das Kreuz meine ich, das Kreuz, äh, mit, äh, dem gelben Buch. Das ist wirklich sehr, sehr Rondo of Blood. Na komm, das bist du aber. Was hab ich hier? Castle Drawing. Wir sind bisher auch noch nicht mal, ich bin, glaub ich, nur einmal noch mal in meine Wohnung zurückgekehrt. Keine Ahnung, wo das jetzt hier ist. Noch ein Bosskampf. Okay, aber da ist bestimmt ein Save. Hier ist ein Save, ne? Save ist ein Save. Oh. Viel mehr hätte ich jetzt auch wirklich nicht gewusst, außer alle Türen nochmal abgehen und hoffen, dass das mit Maxim's Bracelet klappt. Oh, warte mal. Ich will auch natürlich einmal saven hier. Wobei, na, brauch ich nicht. Der andere Save war ja direkt davor. So, eigentlich. Gib mir das Bolt Book. noch ein Crit dahinter her. Und einer noch. So, jetzt habe ich natürlich alle meine Magie verbraucht. Oh, aber der haut schön rein. Der Kollege. Oh, 64 Schaden, ey. Aber geschafft. Dein Level ab. Oh, nein. Ich habe den Orb gar nicht genommen. Steel Tip. Oh, das sieht was passiert ist, wo ich den Orb nicht genommen habe. was passiert jetzt? Shit. Gar nicht dran gedacht gerade im Moment. Und er ist ja auch nicht nochmal da oder so, ne? Warum nicht? Verbaut mir das jetzt nicht das Ende. Steel Tip. Also, dass er die Gegner besser durchhaut, wäre natürlich cool. Erinnert mich an das Game Boy Castlevania. Das sah nämlich auch so aus wie so mit so einem Stahlball. eher. Okay, hier sind wir. Genau, von der anderen Seite war ich schon hier. Aber das hat ja ganz gut geklappt, obwohl meine Abwehr war nicht gut genug wieder, ne? So wird das nix mit dem Ende. Können wir dabei bleiben. so wird das nix. Guck nochmal hier kurz, weil ich will ja auf die Karte freigeschaltet haben. So, jetzt ist die Karte frei, ne? Dann kann ich jetzt unten schauen. Kann ich mit diesem Steel Tip auch noch irgendwas kaputt machen mehr? die Johnnies. Okay, die machen mir nicht so viel Angst. Die kann ich, glaube ich, durchtanken. It's locked. Ja, das kenne ich schon von der anderen Seite her. So, wenn wir jetzt den Schlüssel finden, was auch immer der Schlüssel dafür ist. Okay, hier. Einmal immer sicher hier, ist dann safe. Nope. Da geht's hoch oder runter. Ex-Armor Level 2 auch noch. Gucken wir erstmal kurz hier. So, einmal weiter. Immer heißer, immer weiter. Holy Ring. so. Hm. Hm. In welcher Richtung? Ich glaube, ich gehe einmal zurück. Das sieht für mich nach dem längerfristigen Weg hier aus. und das andere hat zwar auch eine Abzeige nach unten, aber es können vielleicht Bonusräume sein. Das eine sieht auf jeden Fall aus wie eine Sackgasse auf dem Map. Ui, was ist das? Okay. Holy shit. Ah, guck mal. Andelabe der 3. Chandelier. Das ist, das ist, das ist, ja, den kann ich noch ändern, den Safe hier, okay. Da kommen wir nicht unten durch, okay, da habe ich es einmal gecheckt. Das muss wohl von der Unterseite dann sein. Das ging auch nicht mit Maxims Bracelet oder mit meinem auf. Das will ich nicht. Oh, habe ich ein Level abgebracht. I accept this. Ich zeige die, zack. Müssen wir die noch einmal erledigen. Welcher Level bin ich denn? 32. So, 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 runter. Sechs Stunden haben wir durch, ey. Wir müssen wahrscheinlich hier Richtung sieben dann gehen. Ach, wohl eigentlich so ein kleines vier Stunden Let's Play machen. Hustekuchen, naja, kleines, relativ kleines. Aber, überkomplizierte, okay. It's locked. ich gehe mal in der Mitte hier durch. Ich hoffe, dass er dann beide freischaltet. Bei der linke und die rechte Seite. Und wenn ich hier rechts stehe, soll ich die rechte fallen? Nein, nur die linke. Ach komm, das ist doch nicht fair. hier mal schauen. Vielleicht wäre hier auch was. Okay, dann nicht wirklich was. Aber, ich gehe nochmal rauf, um auch die linke Seite freizuschalten. So, jetzt müsste ich alles haben. Alles blau. Alles blau. Mein Freund. Und Kupferstecher. So. So, einer ist das hier. Was ist los? Wieso konnte ich nicht? Ach, ich habe mich geduckt. Deshalb konnte ich nicht. Verdammte Master Lizard. Die mag ich nicht. Boah, der? Der stellt sich aber wirklich an. so, warte mal, wo will ich überhaupt hin? Links oder rechts? Oder runter? Gehen wir erstmal links. Boah, das ist nicht gerade rumbekleckern, was ich hier mache, aber egal. ich mag diese Lizards nicht, ey. Ich mag die echt nicht. So, jetzt haben wir mal einiges, wo wir gucken können. Schrank. Guter Schrank. Ein Klosett. Boah, die haben aber. Boah, Bloody Glove. Was passiert mit dem Bloody Glove? Boah, Defense, oh, Defense richtig hoch. Okay. Irgendwas, wo ich nochmal steigern kann. Da. Guardian Helm statt die Bargare. Ja, wir haben ja herausgefunden, dass es nicht wirklich langsamer wird. Wind Cloak. Das meiste geht runter. Intelligence und Luck geht mit den Nightgoggles drauf, aber Defense sehr weit runter. Ja, lohnt sich nicht wirklich. Und Ancient Armor. Haben wir was Besseres? Das ist die Ancient Armor. Nein. So. Bluestone, Redstone, immer den Blue Stone. Und gib uns mal ein Potion. Ich kann das Michael mal hier oben schauen. Ui! Tu-Saft-Nase, ey. Heaven's Ring, okay. Das klingt gut. Also, Holy Ring, wie er kursiert, increases the strength of the axe. Oh. Na gut, vielleicht ist ihm egal. Und deswegen all diese schweren Gegner jetzt hier weggehauen. So viel Potions verloren. Äh, Links. Na nee, erst mal runter und dann links. Das ist ja eine Jacques Gass. Könnte ein Item sein, was da ist. Fuckin' herz, nur ey. Äh. So. Runter und hoch und links. Erst mal. Okay, in solchen Fällen habe ich gesagt, da werden wir uns an den Raum zurücksetzen. Ich muss echt mehr aufpassen. Raumeingang, so. Der rutscht tatsächlich auch. Der Penner rutscht. Okay, also sehr vorsichtig bei dem hier. Aber ein Save können wir gerne mal geben. Nicht, dass der hier ist. Ich gucke erst mal unten, oder? Ups. Okay, da und da würde ein Save sein, aber... Erst mal unten gucken, da. So, gibt's denn... Hier war der Merchant, oder? Auf der anderen Seite. Raidmail. Uuuuuh. Noch ein bisschen mehr. Summer Clothes? Überhaupt nicht. Man lasst mich intelligenter wirken, die Summer Clothes. Oh, hier ist aber sehr hell. What can I do for you? So, hast du gute Sachen hier? Oh, jetzt wird's mal teurer. Okay. Oh, das ist der gute Shop, oder was? Magic Necklace. Pettigons hoch. Silver Boots. Oder hab ich denn 1099? Bloody Love hab ich eins. Erst mal kurz gucken. So, wieder 10... Oh, High Potions hab ich gekauft. Ui. Okay, das war vielleicht ein bisschen... Dann gib mir aber... 21, so Potions. So, also irgendwas, was hochgeht. Enorm hochgeht. Morion. Kabacette. Earguards wearing this helmet reduces hearing. Höre ich dann keine Sound-Effekte, oder was ist los? Magic Necklace. Intelligence geht eben hoch, ne? Kerber-Chatter. Warum nicht? Wo hab ich was zum Verkaufen? Nope. Findet man kaum was zum Verkaufen. Wahrscheinlich kommt dann noch ein Shop mit ultra teuren Sachen. Oh, Plate-Mate haben wir. Aber wir können die... Was haben wir? Morion-Kaba-Chatter war das andere, ne? Statt der Windcloak. Hä? Scheiße, das ist beides mit dem Kopf. Fuck! Ich hab gar nicht drauf gepasst. Shit. Umsonst Geld ausgegeben. Aber Kabacette ist besser als Morion. Ja, fuck. Shit. Nicht auf die richtigen Stellen geguckt. Äh, nein, hab ich nicht. Tut mir leid. Naja, whatever. Warum ist denn hier so viel Sonne? War hier immer noch... So ein Safe. So, äh... Mh. Mh, mh, mh. Ups. Ach, falsche Taste, ey. So, wir sind in Castle A. Wir wollen... Links weiter. Echt nur Einserherzen, ne? Äh, jetzt haben wir auch ein paar High Potions. Hat sich hoffentlich gelohnt. So, ähm... Erstmal runter. Oh, 250 hier? Das ist natürlich ordentlich. Aber eher weiter oben. Ja, das... Da zu farmen lohnt sich nicht. Mal mal durch. Greet Amulets. Damit krieg ich ordentlich Monetas wahrscheinlich, ne? Increases the user's luck in finding money. Ja, okay. Joa, ist doch schön. Wenn wir es brauchen. Zum Farmen irgendwo. Ich hoffe, dass wir es nicht wirklich groß machen müssen. Wahrscheinlich ja für die Leute gedacht, die wirklich 200 plus Prozent wahrscheinlich auch noch machen wollen. Ich schätze, das hat wahrscheinlich plus über 200 Prozent für die beiden Schlösser. Erstmal runter. Okay, da ist bestimmt noch einer. Oh, das war ganz gut. Der ist mit zurückgerutscht. Ah, die ist lockt. Aber das wollten wir einmal kurz checken. So weit dürfte der Safe nicht sein. Hoffe ich mal. Auf der anderen Seite unten. Okay. Am Ende vom Gang. Okay. Vorsicht bei denen. Hui. Das ist nicht so geil. Teapot und Teacup haben wir hier gefunden. Schnell zum Save. Ach, die machen auch nur einen Schaden. Das ist also halb so witzlos. Safe. Wahrscheinlich Boss auf der Seite. Oh. Gott, oh Gott. Da haben wir mal alles gefunden, was hier in der Ecke ist. Nur Leben ab? Okay. Gut. Dann müssen wir wieder zurück in die Mitte und dann runter. Okay. Sechs Stunden zwanzig. Insgesamt bisher. Aber ich bin ganz froh, dass es weitergeht. Nach der. Wie geht es denn hier weiter, Aria vorhin? Aber ich schätze mal, dass es viele wahrscheinlich so gegangen sind. Wenn wir gespielt haben. Wo genau. Welche Tür kann man wie vor machen? Die müssten echt auf der Map eingezeichnet werden. Und nicht so wirklich ein, ja, noch ein Ratespiel, was du anstellen musst. Okay. Komplett durch, geradeaus, bis man rechts unten nicht mehr weiter kann. Ah, fuck. Aber ein Level ab. Nicht schlecht. Natürlich, was die Spriggans hier. Okay. Okay, also ganz durch. Nochmal. Ganz durch. Und erst, wenn man hier rechts drüber kann. Hier war der... Hier war der Springteufel. Äh, der... Ja, die Springteufel sind hier. Aber... Ähm, der Verkäufer war da unten. So, einer von denen ist noch hier, glaube ich. Und Spriggans da. Wer Glück gehabt. Ich glaube, das ist sonst nur ein Cleeman. So, hier runter. Hier runter. Ich habe auch erst einen Teil von Dracula gefunden, ne? Okay, die... Lizards sind nicht cool. Okay. 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 Hier die ganzen Bones. Bones und Apes. So. Links oder rechts? �rr. Was sagt denn der Rest der Karte? Der Rest der Karte sagt erstmal runter. Weil Sackgasse, also wahrscheinlich Item. haben. Ah! Holding some furniture. Aber war das nicht im anderen Schloss jetzt? Guck mal, wie viel ich gefunden habe jetzt. Holy shitballs. Schau es dir an. Wozu richtet man den Raum denn jetzt hier? Na, egal. Boah, wie viel ich eingesammelt habe. Anscheinend gilt er für, ist der Raum bei beiden Schlössern. Das ist der Einrichtungsraum. Okay, müssen wir uns merken. Ja, schön. Schön ist das. Wenn ich jemanden besuchen will, wird er dann von meinen Skelett-Bogenschützen empfangen. So gehört sich das. So, rechts oder... Falsche Taste natürlich wie immer. Rechts oder links. 69, da oben haben wir noch nicht. Wir sind gerade in Castle A, ne? Castle A müssen wir da unten nur erstmal gucken. Ich würde erstmal rechts gehen, weil links, glaube ich, wäre dann der korrekte Weg, wie wir weiterkommen. Gehen wir erstmal rechts. Hey, hey. Nicht drauf verzichten. Gut, die verträgt aber einiges. Oh, aber... Ich bin auch sehr gut geschützt, muss ich es dann sagen. Außer von dem hier. Das Feuer zieht mir kaum was, aber wenn ich auf sie raufspringe. Das ist weniger gut. So, erstmal oben gucken. Ein Teufelchen. Ah. What does this do? Die drücken die Schalter. Best Symphony of the Night, die Teufelchen. Richtig rum. Gehen wir mal ganz hoch. Ist da, wäre dann safe. Hier, dann will ich wieder in die Ecke zurückkommen, wo ich vorher war. Ein Drumstick, okay. Boah, 400. Aber wenn ich hier durch diese Tür gehe, dann ist wieder das Dilemma, dass ich da nicht ganz hochkomme, ne? Die andere Seite hatten wir ja schon. Ja, das hier. Na gut. Also. Rechts. Moment. Ach, wieder falsche Taste. Ich glaube, das kriege ich nicht raus mit L und R hier. Also, wenn ich da runtergehe, ein weiter rechts, wo ich gerade bin. Das sollte ich machen, weil das sieht sackgassig aus, aber wahrscheinlich voller Items, kann ich mir vorstellen. Oh, das ist normale Manny da, gell? Boah, die zieht aber ab. Ja, wirklich? So viel? Wie viel verträgst du denn? Xie. Das ist ja nicht cool. Oh, oh, oh. Le Water. Ja, da komme ich nicht durch. Noch nicht. Da komme ich nicht durch. Erstmal hier. Ach, ein Save. Sehr gut. Sehr gut. Wollte schon ein Potion nehmen. Hallo Potion Seller. Wäre wieder soweit gewesen. Erstmal hoch. Da war eine verschlossene Tür in Schloss 1. Ja, dann gehe ich hier erstmal runter. Und check mal. Links erstmal. Okay. Das ist nicht cool. Oh, na okay. Der verträgt nicht so viel. Das soll ich nicht mal voll machen. Glaub ich, eine gute Stelle hier. Och, aber dann nimmst du auch auf, Gregor. Wenn du hier schon fahren willst. Machen wir mal bis 70. Damit ich wenigstens etwas in der Hinterhand habe. Mal voll machen. Habe ich jetzt keinen Bock. Das dauert mir dann auch doch zu lange. Dann ist es auch doch zu lange. Ich wette, ey, mein Controller muss langsam leer gehen. Ich habe den schon wirklich vor langer Zeit getauscht. Diese PS5-Dinger halten eben nicht ewig. Was sagt die Hint Card 1? Okay, ja, damit wir am Wasser vorbeikommen. Vielleicht hier unten irgendwo. Können wir vorstellen. Wenn das eh hier in der Nähe war. Also kriege ich kein Item, womit ich unter Wasser atmen kann. Sondern ich muss die Möglichkeit finden, das Wasser abzulassen. Okay, wie sieht es hier aus? Nicht so gut. Was kann ich für dich machen? Jetzt kommen die geilen Sachen. Ich habe kein Geld mehr. Keramic Mail. Oh, fuck. 15. Oh. Jetzt kommt der geile Scheiß. Ah, Keramic Mail. 15.000 habe ich nicht. Sammeln werde ich jetzt auch nicht. 216. Ah, die hätte ich so gern. Das ist Kabacete. Na gut, na gut. So. Da oben müssen wir eigentlich nochmal gucken. Aber erstmal schauen, was hier Phase ist. Ich schätze, das ist der Mechanismus, um die Caves zu drainen. Aber ich habe nicht den korrekten Schlüssel. Hm. Schlüssel ich nicht habe. Aber ich schätze mal, das ist wirklich der Mechanismus, um die Caves zu drainen. Level ab. Akzeptiere ich. Als adäquaten Ersatz im Moment. Ui, what? 133? What the fuck ist das denn? Holy shit. Okay. Dann lass mich mal hier durch. Das hat mich jetzt gespookt, muss ich sagen. Die sowieso nicht viel Schaden. So, wohin? Hoch und rechts. Ich glaube, da und links war das Wasser. Genau, hoch und rechts. Ich benutze aber auch gleich den Safe da noch einmal. Weil meine Energie ist nicht gerade ausreichend. Da war der Safe. Oder? Wo war der Safe? Warte mal. Wo war das Safe? Links. Also, ich brauche einen Schlüssel, um da unten die Cave zu drainen. Ist ja klar, ist ja logisch. Oh, ja okay. So geht's auch. Boss Fight! Ich hab grad gesaved, also egal, ne? Aber let's get the Bolt Book. Was bist du denn für einer? Oh! Komm, größerer. Jetzt kann ich Spellbrook ausmachen. Okay. Okay. Ich hoffe, dass es Spock und Pike gut geht. So gut es geht eben. Okay. Und ich schätze auch der Cop. Oh, ich hab ihn. Das waren doch die Beinze. So, jetzt nehm ich aber auf. So, ich guck mal. Drei, neun, zwei, drei, next. Drei, neun, zwei, okay. Es füllt nur meine Energie auf, anscheinend. Okay. Das ist relativ egal, dass wir es vorhin verpasst haben, den Orb. Äh. Okay, dann gucken wir weiter. Okay, das bringt nichts. Hier komm ich ja gar nicht weiter. Okay. Aber hier ist der Safe, oder? Okay. Wo war denn der Safe? Oben. Na gut. Na gut, na gut. Dääh. Okay. Jetzt, glaube ich, wird's tatsächlich wirklich mal wieder Zeit für mich für ein Päuschen. Ich glaube, es ist doch ein langes Spiel, das ist so lange, als ich erwartet halt, ganz ehrlich. Das kommt davon, wenn man es seit 20 Jahren nicht mehr gespielt hat. Spaß macht es ein bisschen verworrener als die anderen, habe ich das Gefühl. Wo sie gemerkt haben, oh, wir müssen das noch ein bisschen länger machen für unterwegs. Sagen wir sonst immer, ja klar, natürlich müsst ihr immer so viel Game wie möglich dann haben. Aber... Oh, das kann ich kaputt machen. Ah, in der anderen Welt kann ich es nicht kaputt machen. Oh, und dann ist es auch in der anderen Welt weg, Potenzial, ne? Okay, ähm... Quip? Jawohl, ich gehe aber erstmal kurz. Ja, der U, da ist oben auch noch was. Das hole ich mir auch nochmal erstmal. Wohl Helmets, okay. Und sonst ist Cabacceto und der andere Shit. Wo ist wohl Helmets? Einer weniger. Gut, dass ich diesen Shit nicht verkaufen kann. Mir die Plate Mail zu holen, oder was auch immer das für eine Mail war. Oh. 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 Hinknien bringt mich auch irgendwo hin, ne? Where am I? Das kenn ich schon. Das bringt mich da nach oben. Das bringt mich da nach oben. Oh. Das ist neu. Oh. Das ist wirklich neu. Oh, was ist das denn? Warte mal, hier war ich ja noch gar nicht. Maximstür. Hier war ich. Maximstür geht jetzt so auf, auf beiden Welten. Heißt das hier ist ein, ist gleich ein Boss-Fight? Ein anderer. Das wäre der Boss-Fight gewesen. Mystical Rope. Intelligenz hoch. Hidden Power ist ja das Ding, okay. Was auch immer die Hidden Powers sind. Ah, und jetzt ist das auch in dieser Welt weg. Hm, interesting. Also ich muss mich auf jeden Fall noch irgendwie eine Fledermaus zu legen oder was anderes verwandeln. Ich habe auch wirklich noch keine Körperteile von Dracul. Wir sollen das einigen von, ne? Da müssen noch vier sein. Ich glaube, fünf sind es insgesamt, ne? So, Moment. Moment. Und rechts, da oben. Wenn ich jetzt hier durchgehe, gehe ich dann ins andere Schloss. Oh, Entschuldigung. Komm schon an die Mikes ran hier. Da bin ich wieder hier. In meinem Revier. Wo ich mich hinknie, okay, also er wechselt zwischen den dreien. In der Art Quick Travel. Aber ich muss wieder zurück ins andere Castle. Na? Das haben wir jetzt aufgemacht, aber es ist nämlich das, wo wir konkret hinwollten. Warte mal, ich muss noch einmal kurz gucken. Okay, warte mal, da waren wir runter. Wo war ich denn jetzt die ganze Zeit unterwegs? In A oder in B? Hier bin ich reingegangen, ne? Aber in B. Aber in A, meine ich. In A bin ich hier reingegangen, okay. Schloss A. Ah, das gute A! Wie Schloss Nummer A. So, nächstes Save ist dann das Bräuschen für mich. So kann ein Wochenende auch drauf gehen. So, wir können rechts durch. Nicht hier oben. Aber hier. Jetzt hör mal auf. Na? Wurzeln sollst du? Medicine Jar. Ach, das war kurz und verwundbar, ne? Okay. Die Pixie ist mir relativ egal. Muss ich sagen. Äh. Oh, okay. 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 Dann wieder ganz nach links. Weil hier, da ist das Wasser. Hier komme ich nicht hoch. Dann wieder ganz nach links. Okay. Äh. Oben rüber, glaube ich. Nee, unten rüber. Wir haben es ja entschieden, den Part zu machen. Hier durch den Safe-Raum. Genau. Umfoh? Umfoh? Ach komm. Wie viel? Wie viel verträgst du? Du dumme Pixie. So, bin ich schon... Oh, nee. Da war das Wasser. So. Hier war das Wasser. Geradeaus, bis ich... ...die andere Seite komme. Äh. Runter. Und dann... Äh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich gucke mal, wenn ich es durchhabe, ich gucke mir mal einen Speedrun an. Jetzt, wo ich es dann einigermaßen Intus habe. Wir brauchen die wahrscheinlich 50 Minuten oder so. Je nach Ende natürlich. Das ermittelt werden muss. So, hier unten hatte ich geguckt. Da war mein Furniture-Room. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Das sind schon Ex-Armors Level 2, aber das reicht für die. Oh, da haben wir aber auch einen Disc-Armor. Aber der ist auch nicht so schwer. Nee, das wollen wir nicht. So. Bone Archer. Runter mit hier. Von der Kante wollen sie nicht fallen. Das ist ihr Verderben. Sie sind kantenscheu. Sie geben sich nicht gern die Kante. Vielleicht doch, aber... Ja. Zumindest auf eine gewisse Art von... Kante so... Das mal links, ja rechts scheint wieder ein... Diese Tür kannst du nicht öffnen, du Johnny. So sein. Da gehe ich erstmal nach links. Was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Hm. Okay, ich glaube, ich habe es. Moment. Weißen, ob das so geht. Äh, nee, ich habe es noch nicht. Hm, wie? Ich muss die beiden ja irgendwie... Ah, doch, doch, doch. Ich habe es. I think I get it. An Physik muss man hier gar nicht erst denken. Denke ich mal. Und ich habe es natürlich falsch gemacht. Und ich muss erstmal hier hoch. I get it. Ja. Fast richtig gemacht. So, weil ich brauche ja das hier, um hier hoch zu kommen. Den hier schubsen. Das hier machen. Schieberätseln für den Sokobahnmeister. Das ist ja gar nichts. Das kriege ich. Mit dem kleinen Finger hin. So, vorsichtig. Ja, Physik ist nicht. Hinkriege ich es. So. Durchtauchen. Noch mehr Rätsel. Oh. Ich sage für den Sokobahnmeister kein Problem. So, da muss ich ein bisschen Platz lassen, weil sonst komme ich nicht hoch zum Schieben. Das brauche ich nämlich, genau. So, das bringt mich. Okay, reicht das? Gucken wir mal. Oh, es reicht ganz knapp. Kommt jetzt gleich ein ganz schwerer Kampf, wenn ihr mir so viele Items gebt. Okay, puh. Skeleton-Glas. Ich hätte ja Glass-Skeleton gesagt. Aber gut. Wenn ihr so meint. Was sind das für welche? Sind es Blütskelette? Red Skeletons, ja. Ui. Oh. Hat sie gerade das Skelett rausgeweint? Das wäre ja was. So. Jetzt kommt bestimmt irgendwas Bossiges, oder? Ball zumindest. Wo komme ich hin? Da unten. So. Guck erstmal hier. Ein Mimic. Guck. So macht man das. Und Card 5. Rare Ring. Was macht er? Appearance of Rare Items. Okay. Aber. Wir wollen die Hint-Card uns ja auch nochmal angucken. Wo machen wir auch nicht. Äh, äh, der Benutzt tatsächlich auch sein, sein Dingsi, wie ein, ein Peitschi, der Peitsching Geng. Okay, ist das gut hier, was ich mache? Ja, erstmal noch nicht. Erstmal unten gucken. Weil da ist eine Sackgasse, glaube ich. Oh, nicht nur eine Sackgasse, sondern eine Bossgasse sogar. Equip, äh, nicht den Crushing Stone. Oder den Yellowstone. Und gib mir mal eine gute Bolt Book. Wir saven direkt davor. Legion. Ja. Okay, Legion. Okay, schnell raus hier. Ähm, Spell Book aus. Okay, gehen wir da durch. Was ich hier, muss ich durchwutschen. Ich weiß nicht, ob das schon gut ist hier. Ich muss mich mal endcursen. Hmm... 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 Okay, ich darf nicht zoom heran, aber... Das ist nicht gut. Hm, ich glaube, ich muss ihn in der Mitte treffen. Wenn er ganz offen ist. Ja, das war ganz gut. Das hat sich echt gelohnt hier. Habe ich noch genug Health? Ja. Ja. So, der Save war da hinten. Kommen wir eh wieder zurück. Und? Cypher's Charm. Okay. Meinen Sie Cypher Billnardis, oder? Oder Cypher hatten Sie hier anders geschrieben. Cypher's Charm. Speeds up the rate at which MP are restored. Hm, alright. I guess... Ups. Das war ein bisschen too much. Spellbook. Machen wir mal aus. Und hier einfach mal gucken, ob hier was passiert. Das Tor zur Hölle. Aber das? Oh, das ist ja mal... 250, ne? Wie viel bräuchte ich denn für diese 15.000? 60 von denen, ne? Um mir diese geile Mail zu kaufen. Wo war der Verkäufer? Mal kurz gucken, wie viel Geld habe ich denn? 5.300. Das heißt also... Hier Stück... Das sind 1.000. 40 Stück sind 10.000. Also 40 Mal machen jetzt noch. Vielleicht mal meinen Mathe. Nicht ganz richtig. Aber ich glaube 40. Für 10.000. Das nehmen wir nochmal mit, ne? Warum nicht mal ein bisschen grindy? Wenn hier das möglich ist mit 250. So. Wuppdiwupp. Wubbeldiwupp. Wubbeldikatz. Wubbeldiglatz. Äh, wie waren wir? 9.000. Das machen wir jetzt mal. Das gehört dazu. Ist ja auch ein RPG. Na? RPG-Elemente. Und wenn ich jetzt hier mal 3 Minuten grinde. Um mir 30... ...ne Armor zu holen, die 30 um 30 Fährte bessere Defense hat. Dann finde ich das legitim. Ich muss mich nur noch dran erinnern, wo der... ...maledite Schock war. Ist auch schon ein bisschen... Ja, der wird ja nicht eingezeichnet. Ey, Leute. Warum zeichnet ihr das nicht ein? Das sollte man eigentlich einzeichnen. Damit man sehen kann. Wo es hingeht. So. Weiter. Noch gar nicht mitgezählt. Wie viel sind wir? 13.000. Klar, haben wir gleich. In-Game-Time sind nur 5 Stunden. Aber in echt habe ich 7 fast gespielt. Ja gut, wir haben zwischendurch ja nochmal... ...neu geladen, ne? Ich weiß nicht, ob die In-Game-Time die Menüs auch zählt. Oder zählt sie da? Ne, bei Menüs geht sie nicht weiter, ne? Nur reine Spielzeit. Also auch erst auf die Karte gucken... ...und Transitions oder so. Das werden wahrscheinlich aber nicht mitgezählt. So. 15.306. Komm. Ich mache mir nochmal 1.000 extra. Damit ich mir noch ein bisschen Wechselwild hab. Ah, nehmen wir noch einmal. So. So, wo war der Verkäufer? Ich glaube... ...ja, eher auf der anderen Seite der Map, ne? Wir gehen hier erstmal weiter und merken uns das mal für... ...das andere Mal. Gehe ich jetzt noch nicht kaufen, aber ich habe ja das Geld dann schon mal... ...wenn er jetzt hier direkt nebendran gewesen wäre. Er ist wahrscheinlich einfach mitgenommen. Dann wäre er nochmal kurz zurückgelaufen. Na? Geh mal hoch hier. Mein Freund. Also. Oder war der Verkäufer auf der... Nein, 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 nein. Da war er nicht. Wieso bin ich da nicht rechts weitergegangen? Ach, weil da ist eine Sackgasse, wo ich gesagt habe. Lass mich erstmal links. Jetzt gehen wir jetzt erstmal. Oh Gott. Ihr macht mir keine Angst. Ihr Skelettaffen! Oh, was geht denn hier ab? Okay, wo muss ich denn hin? Oh shit, das... Oh shit, was geht denn hier ab? Okay, wo möchte ich denn hin überhaupt? Okay, also ich möchte da nach links. Ich glaube, ich habe es. So. Oder habe ich es? Oh shit, das ist echt schön. Oh shit. Okay. Nee, ich hab's noch nicht. Warum wird das jetzt auf einmal kompliziert? Also die darf ich nicht zuerst runterballern, weil die fallen in das Loch. Das muss also das Erste sein. Das soll nicht in das Loch fallen, ne? Nee, 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 nicht der zuerst. Sonst kann ich den hier gar nicht schieben. Oder... Ach, einer reicht. Einer reicht, okay. Dann müssen die beiden in das Loch fallen. Ich dachte, ich muss alle drei da nach oben hinpacken, aber nein. Einer reicht. Die füllen nämlich das Loch jetzt. Jetzt kann ich den schieben und den rüberpacken. Oh no. Oh no. Oh no, das reicht nicht. Scheiße. Warum reicht das nicht? Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Vielleicht ist es doch richtig. Okay, das ist ein Spalt zu Matsch. Es gibt mir ja da auch die Möglichkeit, da durchzurutschen einmal. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhängt. Kurz gucken, was das hier bedeutet. Okay, diese Reihe kann ich jetzt hier nicht schieben. Okay. Ja, das war doch komplizierter. Wahrscheinlich muss ich irgendwie hiermit einbeziehen, dass ich... Oh, Moment, Moment. Ich habe ja noch... Oder? Ich habe ja noch eine andere Option. Ich kann nämlich den hier machen. Oh, ich glaube, das könnte es sein. Moment, Moment. Ich will nichts zu falsch machen. Hier komme ich... Doch, ich komme rauf. Okay. Okay, okay. Ja, das sollte... Das sollte... Doch, das sollte klappen. So, hier komme ich nämlich so hoch. Ja. Okay, ich glaube, das klappt. Dann kommt nämlich auch das hier zum Tragen. Ah, nein, 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 nein. Einen falsch gemacht. Einen falsch gemacht. Fuck. Aber ich glaube, ich bin exakt auf dem richtigen Weg. Ich weiß, was getan werden muss. Ich weiß auch, was ich falsch gemacht habe. Ihr werdet sehen, was ich falsch gemacht habe. So. Wäre ja nicht umsonst, dass man dieses Rondel da auch noch hat. So. Wir machen das. Halb hier durch. Jetzt hier einmal drauf. So, warte mal. Ich weiß, was ich... Genau, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Das müssen wir nämlich tun. So. Dann habe ich nämlich noch genug Platz. Ich bin so klug, ey. Ich bin so klug. Dann kann ich das hier nämlich runterschieben. Ich habe noch genug Platz. Hier durchzutauchen. Hier hoch zu gehen und das jetzt zu schieben. Ah, ich bin so gut. Und ich kann dann den hier machen. Ganz bequem. Oh, ich bin so klug. Oh, ich bin so karl, u-karl. Oh, da ist ein Schlüssel. Bloodgate-Key. Ah, und da wissen wir ja, wo wir das für benutzen müssen. So. So. Crushing Stone. Jetzt haben wir wieder tatsächlich endlich mal hier. Oh, das können wir aber eigentlich mit dem Aufladen sind auch nicht gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir das hier so benutzen. Das ist safe, Leute. Ich mache hier die wohin angekündigte Pause. Jetzt haben wir den Floodgate-Key. Und ich bin in einem Moment wieder für euch da. Ich ruhe mich kurz aus. Bis gleich. Klack. So, und weiter geht es. Bin ich wieder ein bisschen erfrischter. Wahrscheinlich weniger Pausen gemacht, wenn es nicht so lang gedauert hätte, bis wir so weit kommen. Noch kurz mal daran erinnern, wo wir gerade waren. Level 36, 5 Stunden in-game. 5 Stunden 18. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ganze Let's Play 5 Stunden 18 dauert. Jetzt nicht 7 Stunden. Ich denke, vielleicht bei 8 kommen wir potenziell hier raus. Wir haben 160 Prozent vom Schloss. Es fehlt uns noch der ganze Part da oben links im Castle B. Das Wasser wollen wir ablassen. Das Wasser ist hier in Schloss A, wo wir uns gerade befinden. Auf der rechten Seite, da wo das Gelbe unten rechts ist. Genau da. Ja, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo der... Da wir den Schlüssel jetzt gekriegt haben, um das freizugeben. Ich werde aber erstmal hier gucken, ob ich hier was machen kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch nicht irgendwie so Form of Bad oder was auch immer wir hier kriegen können. Ach, guck mal. It is locked. Wir kommen hier nicht weiter. Und hier ist wahrscheinlich... Gar nichts. Knien? Irgendwas? Hier, Fragezeichen wieder. I'm not sure, was diese... Diese Räume sind wahrscheinlich auch Warps, hätte ich jetzt gedacht. Potenziell. Aber irgendwas ist da noch nicht. Oder... Ähm... Vielleicht ist in der anderen Dimension dann Verkäufer. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die Verkäuferräume haben nicht ganz so ausgeschaut, ne? Na gut, gucken wir mal. Also, da war das Safe. Oben ist eine verschlossene Tür. Dann lass uns mal hier... Och, komm. Nervt mich hier nicht so rum. Ich wollte gerade speeden. Aber ja, schreibt gerne in die Comments. Sind solche Let's Plays eher was für euch hier? Also, ich spiele natürlich auch gerne die Sachen, die mir Spaß machen. Ja, das sowieso ist ja klar. Aber, äh... So, mein Eindruck ist es, dass es solche Art von Spielen natürlich euch dann auch entsprechend gefallen. Aber es kann natürlich auch noch mal ein bisschen mehr RPG-ich sein. Noch mehr als das jetzt hier schon ist. Äh, einfach dem Weg folgen und dann runter. Okay. Ah, und dann kann ich ja auch den anderen Pass mir angucken, den ich nicht angeguckt habe. Aber ja, ähm, das ist so das Ding eben. Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt so, wenn ich mal ein paar Wochen frei hätte, dann könnte ich vielleicht so auf die Art, wie ich das gerade mache, wirklich mal so ein Lufia 2 Let's Play aufnehmen. Oder ein Breath of Fire 3 oder so. Aber das sind dann eben wirklich die zwischen 20, 30 bis 60 Stunden, je nachdem, wie lang so ein Spiel dauert. Aber das ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, ich glaube, Runden lang gehen, sehe ich da gerade. Das ist okay. Da können wir nämlich auch den Save nochmal mitnehmen. und hoffentlich uns auf den finalen Weg jetzt hinbegeben. Das macht Spaß, aber es ist tatsächlich, es ist schon eins der verworreneren äh, Metroidvanias. Im Castlevania-Metroidvania-Sinne. Nicht Metroidvania als Genre. Da gibt es bestimmt noch weit verworrenere als das hier. Oh, aber ich will nicht mein Kreuz verlieren. In Boom, 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 Boomerang. Hopps, hopps. Was haben die denn für komische rote Augen, ey? Oh, wie viel, wie viel kriege ich denn damit? Moment, ich habe 4, 3, 7, 6 fürs Nächste. Wir haben den falschen, 4, 3, 7, 6 4, 1, 4, 3 Das heißt, über 200 Experience für einen von den Johnnies. Das heißt, das waren also jetzt schon knapp 1000 über 1000 Experience, die ich hier hatte, 2, 5. Dann müssen wir mal ein Level uns holen. Ohne, dass ich zu viel Energie verliere. Aber das ist natürlich attraktiv. Und ich hier innerhalb der kürzester Zeit wirklich ein paar 1000 Und, komm, wir sind schon bei 881. Ja, wenn es eine gute Auflevelstelle gibt, das ist so das Dark Souls-Prinzip auch. Das habe ich auch in meinen Playtruths dann regelmäßig gemacht oder bei Elden Ring auch jetzt zuletzt. Wenn ich irgendwo eine gute Gelegenheit hatte, okay, hier habe ich ungefähr eine Loop, wo ich möglichst schnell mir noch ein bisschen was verdienen kann, hat sich natürlich je nach Spiel oder je nach Punkt bei Elden Ring geändert, weil man natürlich auch unterschiedliche Anzahl an Experience dann gebaut hat. Aber ich habe dann immer geschaut, bevor ich irgendwie ein neues Gebiet reingehe oder gefertige, und ich habe gerade Seelen und ich brauche noch so ein bisschen was, oder Runen sind es ja bei Elden Ring, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte-Währung. Um mich aufzulehnen, bin ich kurz dann zu meinen Ecken da geworbt und habe mal, okay, lass mich mal vier Minuten meine Runde drehen. Da haben wir den einen Level ab, dann bin ich ein bisschen unbeschwerter und besser vorbereitet, vor allem in den nächsten Partien. Schaut euch mal an, jetzt innerhalb von so einer Minute noch ein Level. Und wenn mir jetzt auch noch einfällt, wo der gottverdammte Laden ist, nachdem wir Geld gegrindet haben, dann wird es wahrscheinlich noch besser aussehen. Boah. Das haben sie bestimmt mit Absicht hier so reingetan, damit du hier wirklich ein bisschen leveln kannst. Ich mache jetzt schon 73 Schaden, vorhin war das unter 70 noch, vor den 1-2 Level-Ups. steigt es jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. So. Ich muss mein Timing noch mal verbessern, also dass ich die treffe, aber die mich nicht. Lassen ab und zu auch mal Geld fallen. Geld ist natürlich mir jetzt nicht so super wichtig und da ist schon der nächste Level ab, ey. noch ein bisschen durchziehen. Wichtig für die Steam Achievements, ne, die ja super wichtig sind. Ne, keine Ahnung, was da für Steam Achievements da kommen. Die ploppen ja hier ab und zu mal auf, aber ich hatte es in der Steam-Version hier natürlich noch nicht durchgespielt. Das Spiel hier. 74 Schaden jetzt nach dem letzten Level ab. Da ist das Timing ein bisschen besser drauf. Beim Glas stehen bleiben, dann geht das schon. So, jetzt kommen wahrscheinlich bald der Nächste. Ich weiß natürlich nicht, ob, ich muss mal kurz gucken, ob dann beim Level ab, waren etwas über 200, die dazukommen sind. Vielleicht wird das auch weniger, also nicht nur, dass die benötigten Erfahrungspunkte für den nächsten Level steigen, sondern auch, dass das verdient ein bisschen weniger wird. So, haben wir noch ein Level aufgestiegen. Und bei 41 4, 8, 4, 5 müssen wir bei 4, 6 oder 4, 5 sogar sein. 4, 6 4, 7, 4, 5 Jetzt geben die nur noch 100. Okay, bei Level 41. 4, 8, 4, 5 jetzt 4, 7, 4, 5 Okay, dann kann ich das sparen jetzt. Mache eine Runde hier. Wenn gut ist. So. Also. Erstmal unten durch und dann, okay. Und ich bin nun jetzt so, jetzt nach oben. Das ist so eine Highspeed-Ecke. Ne, da muss man nicht zu viel aufpassen. Ah, ja, ja, ja. Hier muss ich das Rätsel lösen, natürlich, ja. So. Ist da oben was? Da ist, oh. Da ist was, ne? Da war ich jetzt auch nicht hingegangen. Ein Grammophon. In meine Wohnung. Ein Phonograph, Entschuldigung. So, hier wahrscheinlich ein Alter. Oder gar nichts. Gar nichts zum Beispiel. Absolut gar nichts. So, aber hier ist was. Eine Lightning-Rope. Oh, interessant. Mystical-Rope war die Intelligence und Hidden Powers. Ganz anders ist meine Magie auch noch verstärkt. Blizzard-Rope, High Resistance to Ice. Lightning-Rope, High Resistance to Lightning. Intelligence wird hochgepackt, aber meine Defense geht runter. Uh, lass uns das erst mal. Warte mal den Crushing Stone. Nehmen wir den Yellowstone-Nationalpark wieder. So. Da unten so ein Weg. Gucken wir erst mal links. Ach, so einer ist hier. Guck mal, jetzt wirft er auch noch. Jetzt habe ich den Crushing Stone gerade weggepackt und jetzt ist er da. Au, und der Öffn. Läffen wir das auch in der anderen Welt dann. Wahrscheinlich, ne? Jetzt richtig Crushing Stone weggepackt habe. Sharon Stone, Crushing Stone. Oh? Wieso läuft's denn? Oh, und mein Controller ist wieder auf. Ich hab den noch gerade aufgeladen zwischendurch. Okay. Nicht, dass ich das nochmal mache. Das habe ich jetzt aufgemacht, wahrscheinlich für den... Damit ich in der... äh... in Schloss... hier. In Schloss B dann nochmal hinkomme. Dann laden wir nochmal auf. So, sie wechseln siebzig. Achtzig. Arthro Skeleton. So. Das reicht, ne? Mal kurz gucken, was wir hier an Items gekriegt haben. Nicht so viel. Wo bringst du uns hier hin? Mal kurz nochmal schauen. Da kann ich hoch. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich hoffe, da ist was Vernünftiges. Hauptteil von Dracula wäre mal wieder cool. Ne, ein Buchregal. Na gut, was wirst du machen? Boah, 400? 400 und Bookshelf. Haben wir gekriegt. Und hier wäre es nicht günstiger gewesen. so, hier kann der nicht hoch. Wir können ihn ein bisschen belagern. Und ich muss hoch, hoch und dann rechts. Okay, ich weiß, die hier hatte ich schon besiegst. Hier war nämlich absolut... Au, warte mal. Wenn ich hier absolut gar nicht so habe, aber hier hinten ist vielleicht was. Hab ich hier geguckt? Hab ich wahrscheinlich schon, ne? Okay. Nero Kai! Machen wir den Slidy. So... hoch. Hoch. Ups. Boxhandschuhe. Okay. Was? Hat nicht gereicht? Okay, nach unten hin war es cooler, weil die sind auch an den Rand gegangen. Freiwillig. Hier muss ich so ein bisschen davon überzeugen, mit meiner Peitsche an den Rand zu gehen. Das will ich nicht haben. I don't want that. So... Komplett durch. Okay. Na? Komm, lass ich... Lasst euch mal hier wegzimmern. Äh... Rund... Ach, nicht. Hier war mein... Ah, hier war meine... meine Wohnung, ne? So, putting some furniture in. Kann mich hinsetzen. Bisschen Süppé... Süppé genießen. Musik spielen? Ne. Nur einfach eingereicht. Ich hab bestimmt bei Weitem noch nicht alles, aber sieht schon recht voll aus. Also beschweren würde ich mich jetzt nicht. Was? Boah, da wollte ich doch nicht runterspringen. Ich wollte doch sliden in den Kerl rein. Gib mir ein Slidy Slide. Es tut mir Slide, wie man so schön sagt. So, jetzt sind wir bei denen angekommen wieder. Die mag ich nicht. So. Rechts oben hoch. Da ist das Wasser. Ich glaube auch, der Verkäufer sollte da bald irgendwo sein. What can I do for you? Kannst du sagen, dass der Verkäufer war... war der... auf der anderen Seite, wo der... wo der Skate ist, oder wo ich den Schlüssel benutzen muss für... ähm... den Schlüssel benutzen muss für... ähm... Okay. Hier ist das Wasser. Da wollen wir noch nicht hin. Hört mal auf damit. Ein Glück. Ja, schon hätte ich... hätte ich noch mal saben sollen. Vorher. Also. Runter und... links. Ja, es ist doch nicht nice, was du damit machst. Arschloch. Nein, 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 nein. Oder war hier Legion? Ist, glaube ich, schon richtig. Das hat man schon mal gemacht hier, ne? An der Stelle. Auf über 70. Oh, wir kommen. So. Ups. So. Rechts eigentlich. Aber gucken wir mal, was links war. Gar nichts. Nein, gar nichts. Jetzt. So, jetzt aber. Ja. Wie gehe ich richtig? Was soll hier? Ist das der gute Verkäufer? Da, Keramic Mail. 227, kann ich mehr kaufen. I'll do this. I did it. Was zum Verchecken? Natürlich nicht. Cool, 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 cool. Äh, Plate Mail. Gib mir Keramic Mail. Du safti Windcloak. Steigert meine Strength. Aber die Windcloak ist schon ganz gut, glaube ich. Was richtig, was sie steigert, glaube ich, habe ich sonst nichts. Ich kann natürlich hier auf Nightgoggles oder sowas gehen. Habe ich was besser als Carbaceta? Ich labere auf nicht. Und der Bloody Glove. Auch nicht besser als das, ne? Nee. Ja, also. Doch, es sind diese Räume, ne? Wo der Merchant ist. Aber es kann sein, dass in den anderen leeren Räumen dann Merchant nach und nach auftaucht. So, ist das das Loose Gate Raum? Das ist er. Bloodgate. Water drained away somewhere. Oder soll ich den ganzen Weg nochmal machen? Ich kann mal gucken hier, wie viel Schaden machen jetzt die Pinunskis. Die hier, ne? Die haben sonst viel Schaden gemacht. Ein. Geil. Ab einem bestimmten Wert, glaube ich, äh, glaube ich, ist wahrscheinlich der Schadenswert exponentiell, das exponentiell sinkt. So, ähm. Rechts wieder hoch. Und dann zurück, wo das Wasser war. Und dann zurück, wo das Wasser war. Vielleicht geben sie auch nicht mehr wirklich Experience dann ab. Aber so viel würden die sowieso nicht mal abgeben, glaube ich. An dieser Stelle des Spiels. So, zack, die zack. Falsche Ecke. Ein hoch. Oh, for God. Dann nehmen wir hier nochmal das Herzli. Das Herzli mit. Och, komm. Du bist, du bist ja niedlich. Mein Freund. So, ähm. Durch den Safe Raum und dann links. Okay, okay, okay. Got it. Safe Raum. Und links. So, ein zweiter ist hier irgendwo noch. Oh, ne, überhaupt nicht. Hier runter. Hier ist korrekt. Der Wasser ist gone. Gucken wir mal hier lang. Armplates, okay. Okay, das Carbacete soll ich nicht austauschen. Aber, Windcloak. Auch nicht. Die Armplates sind nicht so geil. Ah, schade. Na gut, na gut, na gut, na gut. Geheimversteck? Leider nicht, leider nicht. Jetzt brauche ich endlich mal was, was die anderen Türen öffnet, ey. Oh, was ist das? Leggings. Guardian Boots, Leggings. Oh, Leggings ist verglichen mit der Windcloak, geht's nochmal rauf. Habe ich zwar keine Windresistance mehr, aber... Leggings, not as Baggins, äh, bad. Oh, wie niedlich, Blaze Master. Och, wie niedlich. Och, wie niedlich. Boah. Wirst du mich ja, wirst du mich ja noch reinhauen, ne? Da kriegst du ja noch nötbein weg. Oh, de Blaze Master. Könnt ihr da übrigens unten überleben, wenn da alles voller Wasser war. Boah. So, jetzt will ich ein geiles Item haben, ey. Das Ding, was die scheiß Türen überall öffnet. Oder ein Boss. Äh, ich save mal hier. Falls wir das nochmal machen müssen. Komm ich wieder raus? Nein. Der Tod. Da warst du also. Gib mir Lüdi wieder zurück. Macht dir keine Angst. Diese Holde Maid ist nun mit Maxim. Aber warum? Lass Lüdi aus dem Spiel. Diese Holde Maid wird seine essentielle Rolle in der Vervollständigung dieses Schlosses spielen. Was meinst du damit? Dieses Schloss ist in einem Übergangsstadium und bereitet sich auf die Wiedergeburt meines Herrn vor. Aber das Schloss ist nicht komplett, bevor diese beiden Schlösser eins werden. Was macht Schiss denn da gerade mit seinem Arm? Gott, oh Gott. Hoffentlich ist das, was ich denke. Also wütend schütteln, denke ich natürlich. Äh, wir müssen, äh, Must Rizoviev. Okay, wir müssen den Geist seines Freundes, sich dem entledigen. Maxim ist ein Mann von großer Stärke. Es wird nicht so einfach sein, wie du planst. Er ist geboren von meinem Lord, also weiß er, wie er seine Kraft verstärken kann. Okay, hm? Wenn etwas bei dir, wirklich dir nahe steht, ist der Effekt auf dich extra groß. Was ist, ist er der Sohn Draculas, was? Ja? Nicht Lüdis Blatt. Oh, wenn er Lüdis Blatt vergießt, dann wird er ultra böse oder so. Lass sie weg. Oder bleib weg von ihr. Okay, du wirst nicht, äh, eingreifen und jetzt werde ich die, äh, Kerze deiner Seele, deine Seele auspusten. So. Ich wette, danach kriegen wir das Türöffnungs-Item. 100.000, 100.000 Experience haben wir überschritten. Ähm, wir benutzen das Bolt Book und 129. Crit, 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 crit. So. Crit, 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 crit. So, noch einer. Oh nein, flieg doch nicht zur Seite. Du Safti. Okay, ähm. Wir deequippen. So. Okay. Einen Schaden macht er. Oder sind es nur die... Oh, damit macht er sechs Schaden. Ja, das ist natürlich... Wir haben es geschafft. Okay. So ein bisschen aufleveln und die Super... Oh nein, der hat ja eine zweite Stufe. Ich sage es doch gleich. Dann nehme ich, äh, einmal... Big Mana Pri... Äh, warte mal. Oh, nehmen wir einen Big Mana Prison. Und, äh... Lassen wir ihn mal richtig machen. So, Spellbook machen wir wieder an. Och, ne. Das ist doch nicht fair. Oh nein! Verschwendet! So, jetzt aber. Ach, ne. Schade, war nicht so gut. Okay. Keine gute Idee, das Mana Prism zu verschwenden. Oh, ich kann auf ihm reiten. Sagt mir das doch einer. Ich reite dich tot. Ich reite dich, du Tod. Aha, du bist zu spät. Dieses, äh... Diese Schlösser werden bald eins sein. Ich hab den Tod getötet. Bin echt gut aufgelevelt, ey. Aber ich wette, das reicht nicht. Also, so easy wird wahrscheinlich nicht das Ende werden. Und... Griffinswing. Was macht der Griffinswing? Ähm... Äh, Relics. Griffinswing. So. Up, down. Ah, okay. Okay. I jump. I get it. Ah, okay. Auf dem Boden muss ich es machen. Alright. Also ein bisschen anders als bei... Symphony. So, und jetzt kann ich überall in der Ecke... Wo ich vorher nicht hochgekommen bin. Wie zum Beispiel, ich gehe mal jetzt hier ganz nach rechts gleich. Okay. Okay, das sollen wir wahrscheinlich... Aber ich kann immer noch nicht durch die Türen durch. Durch die Türen geht es immer noch nicht durch. Oh, das ist wirklich nice. Kann ich das auch in der Luft nochmal machen? Weil der fliegt ja nicht... Ups. Ich muss ein bisschen üben nochmal. In der Luft geht es nicht. Ich kann es echt nur vom Boden hier machen. Und ich glaube, ich kann es dann auch nicht nochmal wiederholen. So, was wollte ich testen? Wir gehen erst mal ganz nach rechts hier gleich. Und weil die beiden hoch sind. Genau. Ey, das Päusen. Zieh mir mehr ab. Das ist der ganze Schüssel von denen. So, wopp, 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 wopp. Ah, aber jetzt wird dieser kleinen Kram das ganze Schloss nochmal durch. Und dann da ganze, ganze kleine Schüssel sich angucken. Und sehen, ob das so geil ist. So richtig rum. Ja, ich will mal da hinten gucken, weil da ist zum Beispiel recht viel. Nach dem Bossfight hier. Hier zum Beispiel. Womit wir das Herz herkriegen. So, hier wäre das nämlich mit dem Wasser sonst gewesen. Ups. Oh, Schreck habe ich gemacht. Das ist natürlich... Oh, nee. Na. Okay, ich muss. Na, verdammt. Das Timing ist es unten oben und erst kurz danach, den Jump Button. So, muss ich den irgendwo reinstoßen. Nö, muss ich den einfach nur killen. Okay. Oh, ein Schlüssel. Der Skalki. Ja, es gibt verschiedenfarbige Türen, aber mal gucken, welche der hier aufmacht. Okay, ja, lass uns doch nochmal bekämpfen, müssen wir den nicht. Ja, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Also ich kann jetzt alle Türen... Oder nicht alle Türen, aber ich kann zumindest vielleicht alle Türen öffnen und ich kann in die Bereiche, wo ich vorher sonst nicht hinkonnte. So, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen methodischer angehen. Also. Ich gehe mal zum Warp jetzt. Ich will... ...den Part, den wir noch nicht gemacht haben... ...der gelbe Warp... ...der werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich will irgendwo nach links... ...nach Schloss... ...also das andere Schloss, also nicht das, was ich jetzt bin, sondern das danach. Genau, ich will zu B, ich bin bei A. Ich gehe hoch. Aber ich säfe erst mal ab. Wäre ja blöd, das nicht zu machen. 37. Uiuiui. Werden über 8 Stunden. Also, Spaß gemacht auch bestimmt, oder? Sage ich jetzt einfach mal. Und mir hat es Spaß gemacht. Trotz der... ...kleiner Vereine hier und da. Ah, ich habe mich auch geil vorbereitet hier. So. Also, warte mal, wo überhaupt der jetzt jeweils hin? Ach, warte mal, ich will vielleicht erst mal... ...ich will einmal ganz nach oben. Jo. Lass mich mal kurz hier durch. Okay, da lässt er mich nicht durch. Schade. Okay. Okay. 95% habe ich von dem Schloss. Ein bisschen was fehlt mir hier noch. Ja, die Patrim, wo ich nicht durch konnte. Rechts, da. Jetzt kein Part ganz links. Nervig. Ja, aber nee, das soll... Nee, das... Doch, das ist ganz gut. Da lass uns mal hier lang. Mal hier durch, dann können wir nämlich hier runter. Ich will einfach nur in den linken Part da rein. So. Hier wahrscheinlich das gleiche, ja. Ja. Kommen wir noch nicht durch. So, wie will ich... Wie will ich am besten hier? Links, rechts runter. Und einen fallen lassen. Durch, 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 durch. Was wird uns denn noch fehlen? Wir drei Kühe. Nicht mehr so fehlen, ne? Oh, hier ist der... Hier ist ein Aufzug, oder? Das ist nur so vor. Nee. Eine von den anderen, die aufzugslosen Ecken. Na, Ektoplasma ist mir egal. Wenn du hier bist. Noch einen weiter runter. So, mein Freund. Können wir einmal hier auf den Save nehmen. Wobei wir gerade zwar schon einen Save hatten, aber... Save early, save often. Wie man so schön sagt. So, jetzt können wir das mal tatsächlich machen. Und das kommen hier hoch. So. Skalki was just... Oh, das ist nice. Okay, er wird... Ich muss ihn nicht nochmal benutzen. Was ist denn eigentlich hier? Hier was? Nein. Na gut. Skalki... Ach, super. Genau, wo wir hinwollten. Der Mimich. Ein kleiner Mimich hier. Mimicicu. Na, welcher Film ist das? In welchem Film kommt der Name Mimicicu vor? Ich kann den deutschen Namen nur. Keine Ahnung, wie der... Alles wo hieß, aber wir haben doch Frau Heiss sehr viel geguckt. Wahrscheinlich ein absolut schrecklicher Film. Ah, ich verrate es euch in 10 Minuten oder so. Falls es euch interessiert. Ich glaube, weil... Wenn der Name jetzt nicht klingelt, wird er... Nicht... Auf einmal geschuppen von den Augen fallen. Oder? Vielleicht? Na gut, der Film heißt Aus dem Dschungel in den Dschungel. Mit Tim Taylor. Dem Heimwerker King. Der einen Geschäftsmann spielt. Also Tim Allen. Schauspieler. Äh, spielt einen Geschäftsmann. Dessen Sohn... Oder der nicht wusste, dass er einen Sohn hat. Der... Mit seiner Ex-Frau... Ex-Freundin... Weiß nicht, wie er dann aufgewachsen ist. Aber im Dschungel aufgewachsen ist. Aha. Jetzt kommt er als Dschungelboy... Zu seiner... Neuen Familie. Weiß nicht genau, was der Grund war. Du nimm du mal deinen Sohn. Was, ich hab'n Sohn? Ja, und es ist im Dschungel. Und dann ist es so... Tarzan in New York irgendwie. Aus dem Dschungel in den Dschungel. Oder was in dem Dschungel aus dem Dschungel. Kann auch so sein. Eins von den dreien. Da hab' ich ne Ecke übersehen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Da will ich einmal durchdüsen. Da unten. Na? Nervt mich nicht. Das war die Ecke, oder? Ja. Ich dachte, hier wär' vielleicht noch ein Item. Aber war's leider nicht. Aber der... Dschungelname sozusagen von dem Sohnemann war Mimi Siku. Richtig rum, hier? Weiß rum hier, ne? Dabei ist hier... Ne, von hier bin ich gekommen. Alles klar. Hier bin ich gekommen. Aber da gibt's, äh... Viel, äh... Viel Zeit, um Geschichten zu erzählen. Wenn dann... Ein vergleichsweise langes Spiel ist. Es wird jetzt nicht... Ich glaube nicht, dass es jetzt das längste wird, was wir hatten. Das ist ja, wie gesagt... Oder vorhin erwähnt. Immer noch... Äh... Mystic Quest mit knapp 10 Stunden. Aber es wird das zweitlängste Let's Play hier. Also am Stück Let's Play sein. Hier auf dem Sender. Auf dem Kanal. 7,46... 8 Stunden plus ist ja auch eine adäquate Länge für ein Handheld-Spiel. Muss man dann sagen. Oh, da hab' ich ein Äckchen übersehen. Quark. So, wieder zurück. Nein! Oh! Da war mein Boomerang. Twilight Cloak. Okay. Mein Boomerang ist weg. Scheiße. Oh, 2,39. Luck. R of Darkness surrounds its user. I do this. Oh, jetzt hab' ich einen schwarzen Schatten. Der mitzieht. Verdamm' noch mal, ey. Mein schöner Boomerang. So, welche Ecke hab' ich verpasst? Okay. Die kann man auch nicht so easy dann durchtanken. Durch die dann erst. Die Flemeren. So, welche Ecke hab' ich übersehen? Da. Ist hier denn was? Ja, tatsächlich. Na gut, hat sich gelohnt. War noch ein großes Potion, glaub' ich, das. Ne? Ich bräuchte so eine Art Screw-Attack, äh, wo ich auch Gegner angreife, wenn ich sie schon berühre. So, jetzt kann ich die andere Tür öffnen hier wahrscheinlich. Oh, das nervt. Pikemeister. Dass ich nicht den, das Gute habe. Oh, guck mal, der, oh, der zieht ja richtig ab. Was ist denn da passiert? Warum zieht mir der Pikemeister so, kann, kann, kann es, kann es sein, dass die Leggings, dass die Leggings besser sind als die Twilight Cloak? Oder ist da einfach so, so gut der Typ? Wo sind die Leggings? Da sind sie. Ne. Noch mehr abgezogen sogar jetzt. Scheiße. Das ist wieder einer, der, äh, wohl jetzt, äh, nicht so easy. Fuck. Gedanken gemacht, bin ich jetzt so überstark für alles. Todschön weggeballert, aber diesen Johnny hier. So, was war's? Äh, Twilight Cloak, ne? Und wir nehmen mal einen Potion. Na gut, einmal killen wollte ich den zumindest. Den Pikemeister. Links oder runter? Können wir jetzt mal runter. Weil, was da? Na, schon mal besser. Ja, die sind, die sehen immer gefährlicher aus, als sie sind. Die können meist nichts. Die großen Geisterkölle. Livemax up. Das waren 50, oh, und da sind Items, ne? Oh, ja, die sind, oh, die machen jetzt tatsächlich Schaden. Okay, die Eule hier. Eule mit Wäule. Hier sind normalerweise diese Slider in der anderen Stadt, äh, in der anderen Stadt, im anderen Schloss. Okay, Item hier. Boss vielleicht sogar. Candle Holder, oh, wieder was für mein Haus. Für meine Wohnung. Äh, irgendwo. Und safe. Oh, warte mal, wie sieht's denn im anderen Schloss aus? Ja, okay, das ist gut. Das ist eine Sackgasse. Lass uns das erstmal machen. Hm. Smiling Statue. 400 Euro. Wie geil. Wie geil. Also, das sind auch Belmont-Skelette hier. Das ist Simon Wraith. Ah, das ist Simon Belmont. Geisterformen. Die so tun, als ob sie Simon Belmont sind. Haben hier auch das Bandana oben dran. Oh, die Gegner, die peitschen. Das ist auch mal was. Oh, oh, ist das ein Teil von Drei Kühl? Ah, wir gucken gleich. Rushboots. Okay. Useable Sidejumps. To smash. Oh, wie geil. Ja. Also, das ist für, äh, da bei Dracula oben gedacht. Also, hier wahrscheinlich noch nicht. Ich kann's ja mal probieren. Also, ich würde auch die anderen Boots erstmal wieder anziehen, aber... Das ist natürlich, ja, das ist geil. So, ich hatte... Was hatte ich hier? Da was... Was war was mit mehr Defense da? Als die Armplates? Nein. Da hatte ich da so noch was anderes. Da. Den Bloody Glove. So, waren wir hier? Noch nicht. Geh mal ganz nach rechts. Oh, halt noch ein Level Up. Das akzeptiere ich. So. Ah, wir waren auf der anderen Seite. Ups. Anti-Venom. Anti-Venom. Okay, ich will nur die Tür hier öffnen. Skalki, wo sie ist? Ja. Okay, aber haben wir schon mal. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Moment. Ah, ich weiß, was das ist. Könnte das... Warte mal, ich will es mal testen kurz. Eventuell haben wir noch nicht alles. Aber hier ist diese Tür auf dem Boden. Hier, das hier. Ähm. Hm. Vielleicht später später nochmal. Gut, ich wollte hier nur mal gucken. Let's get back. Ups. Die Zombs. Die Classic Zombs. Ach, ihr Zombies. Wollen wir jetzt diesen Fake Simon hier weghauen. Zum Glück ist meine Peitsche ein bisschen länger als deine. Die ist ja auch nicht echt. Nur ich hab die echte Peitsche. Den echten Vampir... Vampir-Killer. Mit dem Y. Das Killer. Nehme ich doch lieber die Axt als das. Aber ich will wieder meinen Bumerang haben. Mal mit der Axt kann ich gehen, wenn sie das hier machen. So. Runter. Boss. Was ist das? Ach, Buch. I don't need this. Warte mal. Könnte das hier zum Beispiel... Wo bin ich gerade? Ne. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwo nochmal durch. Würde jetzt erstmal nach rechts. Wollen. Wo bin ich jetzt hier Phase? Das war ich hier schon mal. Oh, das haben sie mit Absicht gemacht. Damit ich hier nicht so schnell... durchkomme. Bin ich hier richtig? Da wollte ich hin. Ja. Korrekt. Oh. Aber die machen schon Schaden. JJ Bonepillar. Achso. So heißen die. Okay. Hier geht es doch leider nicht weiter runter. Und da irgendwie hin. Aber ist okay. It's alright. Okay, die anderen habe ich gar nicht getroffen, die... Also die auf die gleiche Art waren. Aber... Ähm... Andere aufgespießte Wesen hatten. In der anderen... Im anderen Schloss. So. Hier... Kann ich rechts. Bevor ich da weitergehe. Boah, die haben mir auch ein Level-Up schon gegeben. JP Bonepillar. Okay. Hier war ich schon. Kann ich hier direkt runter? Jetzt mal einen weitermachen. Sicher ist sicher. So viel kann es echt nicht mehr sein. Oh, warte mal. Nope. Aber mal checken. Der war ja ganz nett. Unsinnvoll. So. Mal ganz links gucken erst mal. Äh, ganz rechts gucken, bevor wir nach links gehen. Ja, was soll denn das? Hey! Jetzt ärgere mich nicht. Okay. Hier sind wir. Alright. Oh, wo sind wir? Wo sind wir? Ich gehe jetzt mal runter. Ist das ein möglicher Save hier vielleicht? Ja. Dann würde mich, glaube ich, nochmal bald ein Boss jetzt erwarten. Bei fast exakt acht Stunden, die wir jetzt hier haben. Und wenn man vom Teufel spricht. Ui, was bist du denn für einer? Ah, ich hab... Okay. Okay. Das ist nicht gut. Hm. Okay. Das ist nicht so geil. Das ist besser. Äh, ups. Die equippen wir. Okay, das Timing. Die hat echt ein fieses Timing. Jetzt haben wir auch keine Äxte mehr. Okay. 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 Ich glaube, so geht's. Wenn ich mich denn nicht erwischen lasse. Okay, ich hab ihn. Got it. Der Eineugier unter dem Blinden. Sagt das Achievements. Ich brauche echt wieder meinen Bumerang. Ja, das macht zwar wahrscheinlich Spaß, dann wirklich auch mal die Magie hinaus zu probieren, aber... Ja. Brauche ich nicht unbedingt jetzt hier... Oh, äh, oben soll ich schauen, ne? Bevor ich weitergehe. Wo komme ich denn sonst nochmal wieder hierhin zurück? Hoffentlich nie wieder. Oh, da ist der Bumerang. Oh, wie geil. Hätte ich das bloß gewusst. Okay, das ist der Elixier. Ist ja noch viel geil, dass ich jetzt den Bumerang wieder habe. Aber ich hab gar keine... Leider gar keine Herzen. So, alles abgegrast hier. Okay. Hartmax ab. Ach. Ach, der jetzt ist Bersus, der jetzt ist Pibi. Der Spriggan. Wahrscheinlich hier noch einer gleich. So, erstmal runter oder... Lass uns mal runtergucken. Ne. Guck mal hier. Und von der Seite aus kann ich es sogar kaputt machen. So, ich komme ja eh wieder hier hoch. So, diese Türen. Kriege ich die auf. It is locked immer noch. Okay. Guck mal hier. Ist da jetzt ein Wendler? Nein, hier immer noch nicht. Boah, sagt mir nicht, dass ich hier nicht wieder hochkomme. Okay. Mach mir keine... Mach mir keine Angst hier. Selbe Spiel schon wieder geladen. Aber in beiden Schlössern kann ich jetzt hier durch. Das ist schon mal was. Okay, noch einmal drumherum und dann nach rechts gleich. Nur wieder, das ist der Schlosseingang, ne? Im zweiten Schloss. Clearbone. Ui. Sind nicht unheftig. Ihr seid echt nicht unheftig, Leute. Wollt ihr gerade mit seinem Kopf werfen? Das solltet ihr es natürlich nicht machen. Also selbst als Skeletti. Würden die Skelette sagen, alles Skeletti statt alles Paletti? Wahrscheinlich, ne? Gehen wir erst mal nach außen. Oh, was bist du denn für einer? Hier, die Johnnies. Och, jetzt... Och, jetzt sind sie... Sind sie halb so wild. Okay. Ja, ich wollte euch ja einmal killen. Ach, so stark sind sie nicht. Ja, gut. Was? Wirklich? Wirklich? Nicht vorhandene Decke? Aber hier kann ich durch, oder? Ich brauchte jetzt das... Äh, andere Item jetzt. Was war das? Ich hatte in Bloody Gloss die Crush Boots. Ja, oh, wie geil. Das war ja mega cool. Oh, warte mal, bevor ich da weitergehe. Mal kurz das an den Anfang. Weil wann komme ich nochmal wieder hierher, ne? Gibt's hier noch was? Oh! War Fatigue, okay. War Fatigue. Wesentlich schwächer, aber gehen... Also machen wir stärker. Okay, gehen wir wieder hoch. Wo statt den Crush Boots ziehe ich das aber jetzt? Die Bloody... Was waren die... Die Bloody... Waren das die Bloody Gloves wieder? Gucken wir mal. Defense ist erstmal wichtig. Ja, die Bloody Gloves. Das war ein cooler Effekt, ey, mit dem... Mit den Crush Boots. Ich dachte so, oh, hat das nicht geklappt? Und dann... WING! Ging's weiter. Oh! Rip of Blood! Okay. Oh. Relics. Ups, was hab ich ausgemacht? Ne, ich hab was ausgemacht. Kein Bäusen mehr. Na, endlich. Geld verdienen. Das ohne mich aber, dass hier oben nix ist, ey. Werden sie ja auch ne Wand da hin machen können. Wenn du eh nicht... ...da irgendwas haben möchtest. So, das war richtig hier. Ja, können wir hoch. Vielleicht sind die Crush Boots jetzt das Entscheidende. Ups. Oh, ne, die ziehen echt viel ab, ey. Die Clear Skeletons. Was soll sie jetzt echt die Skelette nochmal gefährlich machen hier, ey? Okay. Also, wo... Wo, wo? Rechts? 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 Habe ich hier alles? Habe ich. Ist da ein Safe? Ja. Ist da ein Safe? Und zum Glück war da einer. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Oh, nice ein Stein. Aber ich gehe hier noch nicht durch. Lass mal kurz gucken. Was haben wir hier? Lurki. Okay, für was ist da? Ah, vielleicht sind es die anderen Türen jetzt. Oh, das wäre natürlich... Oh, das wäre natürlich... Floodgate Key. Lurki. Golden Hue. Skull Design. Okay, das sind wahrscheinlich die anderen. Dann soll ich jetzt alle Schlüssel haben, ne? Ach, wie gut. Ich glaube, ich habe alle Moves. Ich habe die Crush Boots. So. Ah, bevor ich da aber weitergehe. Wobei, Moment. Also mal kurz auf die andere Seite, dann wieder zurück. Und ich will das mal oben gucken. So, weil hier in der Ecke war ich ja noch nicht. PlatinumTip, okay. Oh, 30 Schaden mehr. Wie geil. Dann hat er so ein Quadrat vorne dran. So, lass uns mal kurz hier gucken. Ah, auf der Seite war ich schon von da. Jetzt möchte ich aber auch mal gucken... Oh, jetzt möchte ich aber das mal gucken. Moment, ich möchte am Eingang gucken. Jetzt, wo ich den Flieger hier habe. Möchte ich am Eingang mal gucken. Was hier zur Phase ist. Da kann ich hier jetzt auch durch. Und dann komme ich wieder zurück. Und dann gucke ich erstmal... Dann gucke ich, äh, was... ...bei dem... ...bei der Dracula-Treppe... ...mit den Crush-Boots, was wir da oben machen können. Das ist ein gutes Gefühl, weil man jetzt tatsächlich den ganzen Schüssel machen kann. Richtig rum? Ja. Soll ich mir raten? Ja, auch? Ja, okay. So. Da geht's gleich hoch. Ich will mal kurz am Anfang wieder gucken. Hier ist was. Vielleicht steht da jetzt wieder was? Nein. Mal sehen, was denn hier jetzt ist. Vielleicht ein anderes Körperteil von 3 Kühl. So, jetzt brauchen wir die Crush-Boots wieder. Bloody Glove gegen Crush-Boots. Oh, wie geil. Oh, wie gut. Dann gib mir... ...den Bloody Glove, bitte. Okay. Hu, hu, ha. Ein bisschen Erdnuss-Butter wieder. Was haben wir hier? Magical Armor. Ordentlich runter. Aber MP-Consumption is down. Okay. Das ist nett, aber... ...jetzt nicht mehr so nützlich, muss ich sagen. Aber das wollte ich nochmal checken hier. Natürlich. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt diesen kleinen Umweg genommen hab. Zeit vor, dass es kein Randomizer ist. Boah. Das wird heftig sein. Aber echt, ey, wie schon gesagt, ich werd mir noch nen Speedrun anschauen danach. Also nicht mit euch gemeinsam, natürlich. Ähm, weil das ist eh schon jetzt hier schon über 8 Stunden lang. Wir werden wahrscheinlich hier in Richtung 9 gehen oder 8,5. Je nachdem, wo wir gleich zum Endboss kommen. So, ich wechsle oben da wieder zum anderen Schloss. Wobei, ah, nee, ich kann das auch in diesem Schloss machen. Ich will ja auch mit dem Crush-Bootster einmal oben schauen. Aber einmal, um zu sehen, hey, ähm, was werden da für Abkürzungen genommen? Was ist der ideale Weg, ne? Sind wahrscheinlich auch, ähm, Clips vielleicht mit dabei. Also Wallclips und sowas, dass man durch die Wand durchtaucht und irgendwelche Kollisionsabfragen nicht beachtet. Vielleicht ist ja auch sowas mit dabei, ne? Ups, falsch rum. Hier boosten. Das Beste ist hier echt, dass man wirklich in jeder Richtung dann boosten kann von Anfang an. Also einfach den hier machen. Ohne dass das, äh, inoffiziell geht's ja auch eigentlich, ne? Was ist denn von hier auf der Night? Aber da muss man ja mit nem, mit dem Guard Cancel und dem Backdash dann machen, das machen. Das muss man ein bisschen üben, das geht aber eigentlich ganz gut. Und hier haben sie es quasi offiziell eingebaut, so hoch. Ne, 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 ne. Das gibst du mir schön wieder. So. Kurz hinknie, ich will erst mal nach oben. Da bin ich. Da wollte ich hin. Ne, an andere Seite wollte ich hin. So, Crush Boots. Kann ich das mal auflassen. Hier. Was war das? Passage somewhere has opened. Okay. Weiß man nicht wo. Candlestick live max up. In welchem Schloss sind wir gerade? Castle A hat sich... Oh, da ist der Bossraum. Wir sehen ihn jetzt da in der Mitte. Du Motherfucker. Okay. Hier ist es versteckt. Dann wechseln wir einmal in die Dimensionen und machen das mit den Crush Boots jetzt da auch. Und... Wir machen die letzten Räume und gehen zum Boss. Wir haben ein paar Prozentpünchen übrig bleiben am Ende, aber who the fuck cares. So, hier noch... Oh, warte mal. Wäre hier was? Nee. Okay. So. So, Jars. Und Max up. Und ein Glas. Und die Kaiser... Oh, Kaiser Mail. Okay. Worn by Emperors. Trotzdem weiter unten. Aber mehr Intelligence und mehr Luck. Und mehr Strength. Meine Defense geht enorm runter. Nee, nee, nee. Nee, mein Freund. Das ist so nicht erlaubt. So, auch hier. Also, ich werde das mal kurz... Ich werde nochmal... Ich will... Ich will das einmal voll machen. So. Und wir sind im Castle B, ne? Da baue ich die Crush Boots nicht mehr. Come on, Bloody Glove. Come on, Bloody Glove. So. Also, wo wollen wir hin? Rechts. Rechts. Rechts, rechts, rechts. ... So, vielleicht ist hier ja noch irgendein Boss. Warte mal. Das war doch ein Boss zwischendurch. Jetzt ist es ein normaler Typ. Ja, curse mich wie du willst. Das ist hier nur ein Schaden. Das ist jetzt ein normaler Johnny. Das war ein Boss-Verhalt. Ich kann nicht tanken. I don't care. Tod? Tod. Den Rest würde ich ignorieren von euch. So. Und da oben. Ach, der ist schon nett. Die Kleinen sind mir relativ egal. Okay, hier komme ich. Der sah ein bisschen so aus, als ob ich das vielleicht machen kann. Okay. Wahrscheinlich grün Einschlag. Blau zwei Schläge. Das andere drei Schläge. Live-Max ab. Hier rechts die Sachen connecten nochmal. Zwei, oder? Ja. Über den ich... Ach, ne, Pile. I don't care about you. Aber die ziehen wir jetzt wirklich nur noch einen ab. Komm. Oh, doch, drei. Bei denen. Ich hab gedacht, zwei reichen für die blauen. Weil einer reicht für die grünen. Ist hier oben noch was? Na. Aber die beiden killen wollen wir trotzdem nochmal. So. Die Räume connecten. Ja, wir hätten noch ein bisschen Clean-Up, was wir machen können. So noch ein paar Türen, die wir noch nicht geöffnet haben. 94, 97%. Wobei, äh, ein guter Prozentsatz wird ja auch nochmal der Schüssel in der Mitte sein, das wir jetzt aufgemacht haben. So. Wo geht's durch? Oben geht's durch? Oh, unten geht's auch durch. Ah, da unten. Okay, warte mal. Ich geh aber erstmal oben. Unten ist auch nochmal ein Warp, glaub ich. Können wir auch mal aktivieren. Aber erstmal die letzten Räume jetzt hier mitnehmen. Frage ist es, in welchen von den beiden Schlössern wir dann sind. So, ist das ein Safe. Das ist ein Safe. So, wir haben das kombiniert. Gehen jetzt bei diesem... Okay, ja, zwei Räume rechts. Also einer und dann der nächste... Äh, zwei Räume links. Und dann geht's runter. Oh, nicht in dem, sondern einen weiter. Geht's runter. Problem dessen kann ich auch nochmal ein bisschen mal Herzen sammeln für... den Bumerang. Hier geht's so runter. Mal checken, wo wir hier gelanget sind. Mimic. Okay. Der Mimic. Null steht da, bei Mimic. Oder, ne, das ist vielleicht ein Nuller und kein Mimic. Das die Holy Books halt immer bei sich haben. I don't get it. Oh, hier, nicht verschwenden. Die schaffe ich auch so. Das wollen wir nicht. Kommt hier vielleicht nochmal ein Boss sogar? Ne, ein Life Max up. So. War hier nicht ein... Da. Oh, ja, da hab ich was übersehen. Das wollen wir nicht. So, drei. Eins, zwei. Mit der Platinum-Tip. Hier, nein, einen drüber, ne? Hier waren wir noch nicht. Joa, das, äh... Vielleicht könnt ihr machen, wie ihr wollt, Leute. Silk Cursion. Alles für ein paar Gardin-Gees. Komm, auf der Seite war da unten Warp. Hier nicht. Also, bei Castle A ist ein Warp. Nicht so vorbei. Jetzt bin ich bei 97. Ja, 97,1. Ja, ich sehe auch einen Raum da unten, wo ich noch nicht gewesen bin. Und hier die eine Lücke, die wir haben. Ah, ja. Und hier kann man, wenn es so überlagert ist, was Grünes war ich nicht... Was Grünes war ich nicht im Blauen, was Blaues war ich nicht im Grün. Sodass man das eigentlich ganz gut absehen kann. Ist der Weg dahin fix oder so? Nicht so fix, ne? Ich würde es vielleicht selber machen, wenn ich wirklich 200 plus Prozent haben möchte. Oder die Wohnung voll einrichten. I don't really care about that. Und zu die Wohnung einrichten, wenn das Schloss eh verschwinde, wenn ich Dracul gleich weghaue. Oder Maxim das Böse aus der Seele prügele. So, ganz nach links, ne? So, wir Castle B sind wir. Also das A- und B-Castle-Gimmick funktioniert gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich jetzt nur eine andersartige Interpretation des Inverted Castle. Ergibt so wahrscheinlich mehr Sinn vom Levelaufbau. Aber natürlich, es kann recht uniform wirken. Na, ich muss mal zusammenfassen. Also, Army of Dissons war nie mein Lieblings. Ich muss auch hier sagen, es macht Spaß. Es sieht gut, halbwegs gut aus, trotz der Farbpalette. Das Boosten macht fun. Die Musik ist immer noch gewinnungsbedürftig. Sie ist jetzt nicht wirklich braut und schlecht. Aber man merkt, dass der Soundchip, oder der nicht vorhandene Soundchip vom GBA, besser gesagt, auch hier, hatte ja keinen dedizierten Soundchip, sondern die CPU musste da Funktionen mit übernehmen. Und wir hätten dadurch eben das ja vielleicht nicht so edler gebsweig. So, hier, geh, versuch ich da runter. So, Quatsch. Moment. Mal wieder hoch. Ähm. Man gewöhnt sich zwar an die Musik, aber es geht auch geiler. Auch auf dem GBA. Ich glaube, das ist durch den Namen und Programm, wenn die mit einem anderen Soundchip möglich gewesen wären. oder richtig orchestriert, dann würde diese Dissonanz wahrscheinlich, die zwischendurch ab und zu mal reingehauen wird, auch gar nicht mal so schlecht klingen, in bestimmt so ein bisschen bewusst Art, also, ja, nicht ganz artonal, weil, aber ein bisschen schräger, ne? Eine Dissonanz eben, ja? Nicht die, das ist ja der, das ist ja der, der, der Name der, äh, Kontraste. Harmonie und Dissonanz. Das Gegenteil genau voneinander. Die Harmonie der Dissonanz. Dadurch, dass alles nicht gleichgeschaltet ist, ist es doch dann umso harmonischer. So. Würden wir irgendwo fix hinkommen? Hm, diese, die anderen Türen muss ich ja haben. Na gut, wir sollen, wir sollen das mittlere. Ah, wenn ich jetzt hier schon mal unten bin, verdammt, komm, dann lass uns noch diesen, diesen einen Streifen kann ich ja noch, das kann ich noch aufdecken. ist ja nicht so weit. Ah, und ich, ah, vielleicht, hier gibt es doch Sinn, dann noch mal kurz die Lücken hier, sich zu suchen, weil dann habe ich auch volle Herzen mit dem Bumerang. Und hier können wir jetzt mit dem Jumper rauf. Das ist hoffentlich ein cooles Item noch. eine Walk Armor. Restores Hit Points when a user is in motion. Okay, das ist mir den Hit auf die Defense Capabilities nicht unbedingt wert. Hier fehlt der eine Raum da unten, ja, unten links hier noch im... Also, in Karselag kriegen wir die eine Lücke. Oben in der Mitte. Ich weiß nicht, wie ich hier ganz rechts in der, im Eisenkugel-Labyrinth da war der eine Part, wo wir nicht hingekommen sind. Ich hätte gedacht, ich komme von der anderen Seite dahin, aber dem war wohl nicht so. Na gut, einen kleinen Part werden wir kriegen. Wahrscheinlich werden es nicht die 200% werden, ey. Egal, bis dahin. Ich hoffe, dass ich dann noch mehr Herzen gleich eingesammelt habe. Oh, wir haben die ganzen Blood-Parts auch noch nicht wirklich, ne? Ich habe es zwei. Da muss doch eigentlich noch ordentlich was sein. Die sind auch extra versteckt dann. Eins, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, wir gehen nach oben. Wir sind oben. Wir sind in Castle B. Beginnen wir erstmal mit Castle A runter. So, ähm, links und dann rechts. hier werden wir einmal sammeln. Wie viel brauche ich denn? Wie viel habe ich? 2, 11. Ah, jetzt sind die Pi. Wie viele Herzen habe ich? 2,92. Ui. Das ist ordentlich. Aber das sollten wir einmal voll machen, jetzt kurz vor Ende. Da gibt es sonst eine bessere Gelegenheit als das und oh, 923, ne? Da nehme ich noch den oh, der gibt ein Experience. Okay, das, mit dem machen wir das nicht. Der hat ein Experience gegeben gerade, der Pansen. Ja, gut. Das brauchen wir natürlich nicht. 8,30. Oh ja, es wird unter 9 Stunden bis, sage ich mal jetzt. Ich hatte mit, wie gesagt, so 6 gerechnet. Maximum, aber man sollte den Tag nicht von dem Abend loben. So, Long Plays von dem Game wahrscheinlich, wo Leute, die wissen schon, wo sie hingehen oder dann so Tool Assisted Long Plays, die gibt es ja auch bei YouTube. Also nicht nur Speed Runs, sondern ich habe auch eigentlich eine ganz interessante Sache, wo Leute dann normale Playthroughs erstellen und die dann recorden, aber die dann eben mit Safe States gemacht werden und dann ein bisschen so ein normales Gameplay zeigen, aber doch den idealen Weg durch solche Labyrinthe wie hier finden. Und dadurch kriegst du einen guten Überblick über das Spiel und auch wie man es vernünftig spielen kann, ohne die Sucherei bei solchen Sachen. Aber dann wäre jetzt so ein Long Play wie das hier und das ist ein Let's Play, aber ein Long Play, Let's Play kannst du ja so nicht machen. Tool Assisted Long Play zum Beispiel bei World of Long Plays machen sie das recht häufig. Das steht auch, der Großteil ist dann mit so Tool Assisted gemacht. Ich denke mal, die machen dann immer ein Save und wenn es dann nicht in die richtige Richtung gegangen ist, wieder zurück zum Save und den nächsten Part. Und da dauert der Harmonion auf Dissonance Durchlauf zweieinhalb Stunden oder so. Da seht ihr schon den Unterschied, ne? So haben wir es. Ja. Aber ja, für so Long Play ist interessant, wenn du wirklich auch mal so die reine Footage haben willst und das Spiel drin so knackig, aber nicht als Speedrun eben, sondern Carol gefüllt die ihr anschauen möchtest. Das bringt schon einiges. Ich mach's ja lieber Let's Plays statt Long Place. So. Ne, nicht Castle B. Ich bin Castle... Oh, ich bin Castle B. Oh. Na gut, auch egal. Macht ja nichts. Also, oder mal gucken, ob's ein richtiges Castle gibt oder ich bei beiden das machen muss. Ach, Curse. Muss ich gecursed werden. Das war nicht so nötig. Dann werden wir hier einmal saven. Vielleicht gibt's noch einen Warp da unten, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das Ding da in der Mitte ändert so mehr an wirklich Symphony of the Night. Da, wo man Shaft und Dracula bekämpft hat im Inverted Castle. Was? Das war im Inverted Castle, ne? Schon ein paar Monate her, wo wir das letzte Mal das mit dem Rando durchgespielt haben. In der Rando schon... Oh, ich hätte da unten gleich safen können, ne? Ich dachte hier so aufgegangen. Hä? Äh? Wie hieß es nicht, irgendwo ist bloß aufgegangen? Vielleicht ein Schloss A? Hä? Ah! Doch, vielleicht schon. Es taucht zwar auch jetzt hier auf der Map von Castle B auf, aber ich... Habe ich das in Schloss A kaputt gemacht? Dieses Item? Diese... Was war das? So eine blutige Statue in der Hand? Okay, shit. Dann sind wir doch im Falschen. Es ist doch nicht egal, welches man nimmt. Oder mir fällt sonst nicht ein, was ich weitermachen kann. Dann wäre ich wieder bei einer Sackgasse. Und das wollen wir ja nicht. Das ist nicht so cool. So. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. Zoom, zoom, zoom. Mittlerweile auch die Steuerung intus, ey. Und der Controller hat es unglaublich gehalten für den Großteil. Nach einer Stunde musste ich den anderen auswechseln, also dass er wieder aufgeladen hat. Oh, den habe ich ja zwischendurch nochmal aufgeladen. Genau, es ist ja nicht nur eine Ladung jetzt hier. Weil die PS5-Controller normalerweise auch ein bisschen fixer durch sind. Das springen wir mal. Echt, der bringt echt nichts, ey. Ein Experience. So, andere Seite. Mann, 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 Mann. Du, da, du, da. Mann, 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 Mann. Oh, du, da, dey. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, du, da, dey. Okay. So. Versaufen wir mal, dass das jetzt hier war. Ich speichere es da weiter unten. Na, kommst du mal an? Och, allen Hitpoint. Päusen geht nicht mehr. Haha, du Arschgeige. Poisson not anymore. Kein Fisch für dich. Ah, ist auch nicht für mich. Oh, das Herz. Ja, das Herz. Das Kreuz. Das Herz mit dem Kreuz. Das Kreuz mit dem Herz hier. So, Arabaki, du kamst mich mal. So. Hier ist der andere Safe. Wobei ist ja auch egal. Da unten ist ja eh noch einer. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass das da unten jetzt offen ist. Oh, und jetzt kann ich den Part mir mal angucken. Das ist hier. Und die Silver Armor. Ich habe mitgenommen 97,3. Bei beiden 97,3. So zwei, drei Räume. Oder gleiche Anzahl von Räumen bin ich nicht reingegangen bei beiden. Geh mal runter, mein Freund. So, das ist korrekt, oder? Das ist unkorrekt. Einen runter und dann links. Das ist korrekt. Oh, bei dem hier sind wir. Okay. Ups. Gorgon. Gorgon von Zola. Da ist es offen. Oh, wie geil ist das? Da ist es offen. So. Leute, Endspurt. Endspurt. Oh ja, kann ich mir vorstellen, warum da noch einiges ist. Da haben wir bei weitem noch nicht alles gefunden. Oh. Oh. Na gut, das sieht echt aus wie bei Symfony hier. Das haben wir wahrscheinlich direkt aus Symfony übernommen. Stopp. Oder meine Mami schießt. Just, du bist es. Lüdi, geht's dir gut? Sie hat ihr Bewusstsein verloren, aber ich denke, wir haben es zeitig hier hingeschafft. Maxim, du hast es geschafft, dein echtes Ich dir zu bewahren. Ja. Auf die eine Art oder die andere, aber ich glaube, ich habe mein Limit erreicht. Ich bitte dich. Bringe mich um. Was redest du da? Ich kann das doch nicht. Ich kann nicht mehr mich halten. Ich kann den Impuls nicht mehr bekämpfen. Aber ich kann doch nicht dein Leben beenden. Dann werde ich dich zwingen, mich zu töten. Verteidige dich. Ja, jetzt die Frage. Habe ich ein Item sozusagen, um durch das Böse zu schauen? Oder ist das ein Finish oder so? Ja, wir haben gesaved vorhin, ne? So, ich gebe mir mal das Bolt Book wieder. Komm, Maxim. Was jetzt? So. Habe ich noch einen? Ups. Ah, shit. Ich wollte mein Special benutzen. Ähm. Müssen wir natürlich Spell Book ausmachen. Sag mal. Aber der zieht doch auch nicht ab, ey. Tja. Danke dir, tschüss. Ich wollte von deiner Hand sterben. Maxim. Ich wollte dich befreien von deiner... Von deinem... Äh. Verhexten Schicksal. Das ist genug. Du musst nichts mehr weiter sagen. Kümmer dich um Lüdi, bitte. Maxim. Ist nicht das gute Ending, ne? Gucken wir uns das hier erstmal an. Oh. Scheint so, als ob du wieder zu dir gekommen bist. Haben wir... Wurden wir gerettet? Ja. Wo ist Maxim? Maxim ist... Ah. Tschüss. Es ist okay. Du musst nichts mehr sagen. Ich... Ich... Ich habe keine Idee, was passiert zwischen euch beiden. Zwischen euch beiden passiert ist, aber... Du musst dir nicht selbst die Schuld geben. Sich selber die Schuld geben ist das gleiche als... ihm die Schuld geben. Da hast du recht. Maxim würde dir zustimmen. Jedenfalls. Lass uns nach Hause. Wir werden das... Nochmal durchdenken. Wir werden alles herausfinden, wenn wir uns ausgeruht haben. Das klingt gut. Lass uns nach Hause, Lüdi. Castlevania Harmony of Dissonance. Das kann es ja noch nicht sein. No. Producer Igarashi und die ganzen anderen Leute. Hier kann ich überspringen. Wollen wir sie wahrscheinlich einmal angucken. Wir haben ja den Save da gemacht. Ich würde... Mir würde jetzt nicht direkt einfallen... Hm. Habe ich... Habe ich ein Item übersehen? Ich habe ja noch nicht alle Teile von Dracula. Eventuell ist es das. Alle Teile von Dracula einsammeln... Und die wieder beleben lassen... Und die dann gemeinsam mit Maxim umbringen oder so. Das ist es noch nicht. Ähm... Wir werden... Wenn das hier mal durch ist mit dem Teil... Ich werde mal wieder Pause machen und nicht beenden. Das Let's Play. Und da mal schauen, wenn es etwas ist, was wir jetzt... Wo es jetzt nicht heißt, muss man noch eine Stunde extra spielen. Das wäre vielleicht doch ein bisschen viel, ne? Ich war Just Belmont. Danke, Spiel, dass du das gesagt hast. Ähm... Würde ich noch mal gucken, dass wir ein vernünftiges Ende erspielen. Weil das kann es ja noch nicht sein. Gibt es noch ein Fragezeichen oder so? Boss Rush Mode. Game Start. Select Data. Da sind wir. 195,8. 15.000 Gold haben wir wieder gesammelt. Castle Treasury. Wo schmeißt er mich raus? Okay. Ich gehe noch mal hier kurz runter. Das ist echt... Ich habe wahrscheinlich wirklich das ganze Ding direkt aus Symphony of the Night genommen, diesen ganzen Part hier. Nee, das wollen wir nicht noch mal. Was passiert, wenn ich mich umbringen lasse eigentlich? Wollen wir probieren. Oh, warte mal. Habe ich... Habe ich irgendein Item, was ich benutzen kann? Oh, jetzt habe ich das verwendet. Dass ich da einmal unverwundbar bin. Ja, mir fehlen drei Teile von Dracula. Vier Items sogar. Also vier Relics. Mir fehlt auch noch ein Spellbook. Das ist einige, die ich noch nicht habe. Hm... Könnte ich denn irgendwas equippen? Oh, warte mal. Die beiden Bracelets. Maxim, ich trage die beiden Bracelets. Siehst du nicht, dass wir Freunde sind? Siehst du nicht, dass wir zusammengehören? Ich wehre mich nicht, weil wir Freunde sind. Wenn ich es darauf anlege, dass er mich trifft, trifft er mich einfach nicht. Hallo? Vielleicht, wenn ich schlage, trifft er mich besser. So. Ich lege den Ring unten, ne? Gut, Leute. Ich mache hier mal die Pause. Na? Ich gehe nochmal rein ins Spiel. 195, 8. Das hat er da jetzt nicht gespeichert. Und im anderen ist es da... Hm... Interessant. Ja, ich checke doch mal, was Phase ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einem Moment für euch. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Meine Intuition, die war tatsächlich richtig. Natürlich ist das nicht das richtige Ende. Und natürlich müssen wir auch alle Teile von Vlad einsammeln. Das Ungeile ist, dass wir das natürlich kreuz und quer verteilt über das Schloss machen müssen. Und... Ups, das wollen wir uns hier nicht natürlich angucken. Die Credits können wir uns später dann anschauen. Und ich habe mal gecheckt, ich habe mir mal eine Karte hier angemacht, die im Internet gerade hier ist. Um mal sie gegenzuprüfen mit meiner hier. Und wir sehen eben ein paar Sachen. Also ein paar Sachen, die ich checken kann, habe ich hier. Notmal, ihr seht hier in der gemischten Map die Räume, die noch blau und grün sind. Die ich jeweils in den anderen Locations mir angucken kann. Und Türen, die ich noch nicht geöffnet habe, ganz links zum Beispiel. Sowohl im Castle A als auch im Castle B. Das sind hier so Optionen. Aber manche Sachen, die sind richtig gut versteckt. Und bei einem zum Beispiel hier, wo ich hier gerade unten bin beim Ballrätsel. Ihr seht es, da gab es ja diesen Part, wo ich nicht wusste, wie komme ich denn da hin? Das sieht irgendwie so aus, als ob ich da irgendwie rüber kann. Wisst ihr, was da das Rätsellösung ist? Oh, da komme ich nicht hin. Was soll ich machen? Wieso nicht durch die Wand durchsliden, von der keiner was wusste? Oh Mann, Leute, ihr macht mich alle fertig, ey. Okay, ich kann schon verstehen, dass man sowas potenziell probiert. Aber da haben wir zum Beispiel den Fang of Blood. Das ist Fang of Blood. Einer seiner Zähne, einer seiner Reißzähne. Increases Defense. Okay. Ein paar Sachen brauchen wir noch. Ich gucke mal jetzt hier auf die Liste, wir machen das mal, wir machen das mal gemeinsam jetzt hier. Wenn dann, das packen wir dann drauf aufs Let's Play und dann holen wir uns das beste Ending, so gut es geht. Ähm, was fehlt uns denn noch? Ähm, ich gucke mal hier kurz auf Blood. Also, welche Teile von Blood fehlen uns denn noch? Uns fehlt das Auge von Blood, zum Beispiel. Wobei, na gut, bevor ich dann beide hier in, äh, auf die Map da drauf gucke und versuche, den Scheiß hier zu suchen. Wir können ja erstmal die Sachen angehen, die wir sowieso, sowieso schon gesehen haben. Also, der, in Castle B, ganz unten der Raum, der hier in der mittleren Map blau leuchtet, also ganz unten in der Mitte. Ähm, und Castle A war, wo habe ich noch einen grünen? Hatte ich, war da nicht noch? Ach, nur, da habe ich den gerade geholt, den Castle A. Okay, okay, ähm, und ich kann ganz nach links, ich sollte, ich muss da eh da nach unten hin im Castle B, dann. Das heißt also, ich gehe jetzt hier erstmal wieder rauf. Und dadurch, dass wir, äh, jetzt die Warp-Funktion haben mit dem, mit dem Kreis da. So, warte, ach, die Arabakis hier, ich hatte die schon alle ganz vergessen, ey. An die würde ich mich ungern nochmal weiter erinnern wollen. Und dadurch, dass wir den Raum gewechselt haben, sind natürlich alle wieder da. Moment. Oh shit, ich hätte damit abkürzen können. Ich hätte, oh, ich hätte damit, Moment, komme ich damit wieder jetzt überhaupt raus? Hatte ich mich das gemacht? Oder doch? Oh shit, Herr Schmidt, der Ball rollt ja jetzt nicht mehr. Das heißt, alter Verwalter, ich hätte das voll easy machen können dann. Ich hätte das voll easy machen können. Ich hätte mich nicht beeilen brauchen. Boah, ihr macht mich fertig. Aber ja, es müssen eigentlich fünf Teile vom Blatt sein, wenn wir drei haben. Dann noch zwei, die wir finden müssen. Ich, ich würde mal wirklich schätzen, das ist bei den Parts, die wir noch, äh, zu suchen haben. Ey, das, das hat's übrigens wirklich gebracht, wenn wir jetzt mal das durchtauchen können. Ah ja, und, ähm, ja, wir haben ja noch zur Hilfe die Anzeige, stimmt, auf der rechten Seite. Da habt ihr recht, hätte ich jetzt gesagt, aber ihr habt ja nichts gesagt. Aber ich hab's im Kopf so, als ob ihr was gesagt hättet. Ja klar, die Anzeige zeigt, wir haben auch das Relic of Blood. Ne, ah, hätte ich mir nicht sparen können. Das ist einfach nur der Part hier. Okay, ah, wir gehen hoch. Äh, wir können ja so durchs Warpen sehen, wo mir noch was fehlt an wichtigen Items. Ne, hier haben wir zum Beispiel alle wichtigen Items eingesammelt. Ja, die haben leicht dezente Hilfen hier noch reingepackt, die Leute von M2. Ja, das kriegen wir echt. Da brauch ich, glaub ich, nicht auf die Map im Internet schielen. Erst, wenn wirklich wir alle Sachen abgesucht haben und dann nichts mehr ist. What can I do for you? Hier ist was anderes jetzt, wie so ein kleines M, ein Brief mit einem M drauf oder so. Und mehr ist fertig. Aber ja, wir gehen wieder oben zur Warpfläche. Und dann checken wir, was wir machen. Ich glaube, im anderen Schloss wollten wir jetzt den einen Raum da unten. Und weil ihr beide Sachen nicht checken möchtet, sind nah beieinander. Relativ nah beieinander. Ich glaube, das ist jetzt einmal so ein Weg machen. Aber ja, warum nicht, ne? Also wenn wir eh schon so weit gekommen sind, wird sich auch ein bisschen komisch anfühlen, das jetzt wirklich mit dem Ende zu belassen. Das wäre nur semi-nice. So, ich möchte oben zum Gelben. Oben zum Gelben hoch. Und das geht links rum. So, ich mache auch den offiziellen Save jetzt hier einmal. Da haben wir schon mal den Bang of Blood. Durch die Wand durchs Leiden. Keinerlei Hinweis auch davon. Oder war das When the Eyes of the Goddess? Irgendwas? Ne, da war ja gar keine Augen der Göttin. Was redest du da? Mit Kalt. Und mir fehlt ja auch noch eins der Bücher, zum Beispiel. Genau. Und, ne, eigentlich ist da auch noch Platz für ein Extra-Ralic. Vielleicht sind es ja doch sechs. Fünf fühlt sich richtiger an als Zahl. Aber vielleicht sind es tatsächlich sechs. Ist hier noch was? Ne, haben wir alles eingesammelt hier. Na gut. Na gut, äh. Oh, ich kann das doch in der Luft machen. Okay. So, also. Wir sind in Schloss A. Ich will zu Schloss B. Schloss B. Unten links. Wäre cool. Unten links. Schloss B. Das heißt. Oh. Unten links komme ich gar nicht in das Schloss B. Ich gehe jetzt mal zu Schloss B. Durch das Gatter. Durch. Gatter die Patter. So. Ja, unten ist da ja kein... Obwohl doch, der ist doch im Warp. Okay. Gehört er zu dem, oder ist das einer der anderen? Jetzt bin ich da oben. Ich glaube, der gehört zu den anderen. Jetzt bin ich da links. Jetzt bin ich hier. Ja doch, das ist schon okay. Ja doch, das ist okay. Das ist okay. Hier können wir das dann nehmen. Da kann ich auch schnell da nach unten hin. Vergleichsweise. Dann bin ich auch auf dem Weg nach oben, um mal das mit der golden leuchtenden Tür mir anzugucken. So. Also links, links, links. Links, bis ich gar nicht mehr links kann. Und dann runter. Ohne das Stockwerk zu wechseln. Na? Oh, habe ich schon. Nicht hier hin. Nee, 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 nee. Ach nee, doch. Es war nur Geld. Okay. Ich dachte schon, der hat mir hier was aufgedrängt. Aber das sollt ihr nicht tun. Ah. Richtig rum. Ja. Links, bis nicht mehr links geht. So, 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 so. Bumerang. Den nochmal holen müsste. Das wäre doch scheiß ein Dreck. So, links, bis nicht mehr links gibt. Ah, warte mal. Bin ich hier in meinem Raum in der Nähe? Bin ich. Ich glaube, ich habe noch Items gefunden, ne? Lass uns die mal ablegen. Boote in ganzem Furniture. Guck mal, wie viel Kandelabe der drei ich jetzt hier habe. Also, wie gibt es da überhaupt? Gibt es da noch mehr? So, das Rappel voll hier. Irgendwas weiß ich bestimmt noch, was ich noch nicht gefunden habe. Na gut, äh. Jetzt mal wieder durch, bis wir nicht mehr durchzumalen können. So. Also hier runter. Und dann nicht nach links, sondern runter wieder. Tschüss, wir wollen doch vernünftig das hier abschließen. Tschüss. Runter. So. Dass man da unten durchtauchen kann durch den Johnny, ey. Und? Ich habe die Bullets-Zip, okay. Kein Glove. Oder... Causes Bullets to fire from the Whip's Arm. Aber... Ja, okay. Damit verschieße ich Kugeln. Auch so ein bisschen Castlevania. Adventure, die Adventure, oder? War das nicht auch so bei... Castlevania, die Adventure, also im Game Boy? Dass du da Kugeln aus der Heidsche verschossen hast. Okay, den Part haben wir. Das heißt, ich habe nur keine Überlappung in der Mitte. Die Tür, die wir da rechts sehen... Äh, links sehen. Ganz links. Ich muss also einmal hoch und dann links, 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 links. Und dann hochklettern. Oh, warte mal, warte mal. Da ist doch was. Da bei beiden. Ah. Ah. Nee, erstmal nicht. Ich gehe da, wo ich hingehen wollte. Das ist eine, wo wir nicht drüber gestiegen sind bisher. Da ist ja eine Lücke da. Also erst... Ja, dieser eine Weg, der so aufgestellt war, dass man dann nur mit dem Boosten da durchkommt. Nach oben boosten. Also das hier. Ist bei beiden ein bisschen weiter links und hoch hier. Ist bei beiden jeweils die Lücke. Das habe ich bei beiden nicht gemacht. Aber könnte das der eine Part sein, der bei beiden ungleich ist. Hier sehe ich ja wenigstens, wo ich hin möchte. Ich muss nur einfach richtig... fahren. Und wenn das noch nicht alles sein sollte, kann ich hier mal noch auf die Map gucken und schauen, wo noch mal ein paar Relics sind. Und hoffentlich, dass es die alle von Dracul sind. So. Rüber, rüber, rüber. Er hat mich erwischt. Das ist nicht nice. Maxim, wir wollen dich doch retten. Wir haben bum, 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 bummerang. Aber schon gesagt, kommst du immer wieder bei mir an. So, hier. Ah, guck mal, hier zeigt er auch an. Hier fehlt mir noch ein Item, ne? In dieser Location. Ich muss einfach mehr mal auch auf die Item-Anzeige auf der rechten Seite achten. Ah, aber es ist Furniture, die mir hier fehlt. Hm. Kein wichtiges Relic. Und gehört es auch noch zur gleichen Location, da wo ich hin will. Will ich hier hin? Ich will hier hin. So, lass mich hoch. Ähm. Okay, ich muss physisch hoch. Abkürzen ist nicht. Abkürzen ist nicht mit uns Skelettos. So. Da können wir jetzt mal checken, was Phase ist. Ist das die Tür? Nein, hier ist das Safe. Den nehmen wir mit. Jetzt haben wir die 9 Stunden durch. Verdammtes Bestes Ende, ey. Ich pack tatsächlich nochmal ein Stündchen drauf. Das ist dann das längste Let's Play. Zunächst einmal aus den Rekords von Mystic Quest im Auge haben. Also das ist am Stück Let's Play, meine ich. So. Das geht jetzt doch auf. Lurky, okay. Shit. Das war nicht das, was ich dachte. Also Shit ist gut, aber Shit. Hm. Oh, da sehe ich, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich wieder was. Mal gucken, wo dann Lücken in den Türen sind. Bei beidem bin ich da noch nicht gewesen. Wahrscheinlich auch durch einen Lurky. Jetzt sind wir bei Castle A. Wie komme ich da hin? Muss ich unten rum lang, oder? Hm. Wie komme ich da hin? Am besten. Wie gedacht oben lang, aber oben lang können wir leider nicht abkürzen. Ich müsste sowieso drum herum gehen. Also wieder runter und zurück, oder? Fuck, fuck, fuck. Der Part hier, ey. Aber ich könnte auch oben rum. Gehuppt wie gesprungen, ne? Ne, ich sollte unten rum. Ein bisschen kürzer, auch wenn es wieder der gleiche Weg ist. Och, diese langen Wege, ey. Verdammt, und ich könnte diesen Raum in beiden Varianten checken. Oh, boy, oh, boy. Ich glaube, wenn es das jetzt nicht ist, bevor wir dann noch drei Stunden hier on air uns da durcharbeiten, vielleicht suche ich dann doch mit der Map nach den Items und dann treffen wir uns sozusagen wieder gemeinsam hoffentlich mit allen Dracula-Teilen vor dem richtigen Bosskampf. Das wäre ja was, ne? So, runter und dann durch. Mal dran vorbei. Ich muss mir echt wirklich nachher, nachher ziehe ich mir schön in Ruhe wirklich eine Speedrun rein, ey. Das ist einmal effizient sehen. Ist die, okay, die weint die Blutskelette hier raus. Die Red Skeleton, die gar nicht mal so Red sind. So. Hier sind wir wieder. Wie viel geben die jetzt eigentlich? 7,89? 7,88 auch. Die geben ein ein Experience Point. Das ist wirklich exponentiell, ey, mit jedem Level. Nicht fix, sondern die geben auch exponentiell weniger dann einfach. So durch. Ach, nicht oben durch. Okay. Hier durch. Und dann oben durch. Ey, ohne das Boosten hätten wir die vierfache Zeit gebraucht, ey. So. Huchen dann links. Ja, natürlich. Hier kommen wir so nicht vorbei. So kommen wir hier nicht vorbei. Hm. Huchen dann links. Das müsste das wahrscheinlich aber auch ein Warp, denke ich mal. Alle, alle diese, das sind, denke ich mal, wirklich diese Lurki-Türen. Das sind vielleicht wirklich Warps, ne? Ansonsten sehe ich Lücken auf der Map. Das sind versteckte Sachen. Irgendwo habe ich das Auge von Vlad gesehen, weiß ich noch, wo wir dran vorbeigegangen sind, aber ich konnte da nicht hinspringen. Das habe ich noch im Kopf. Aber wo das war, kannst du mich jagen mit. I have no idea. Ist richtig rum? Guck gleich mal. Nicht richtig rum, aber irgendwie möchte ich einmal das Ende jetzt hier sehen. wenn da wahrscheinlich nichts ist jetzt, weil ich schon alles geholt habe. Aber ich wollte nochmal gucken. Ja, das muss ich wirklich über die Map dann mal ermitteln. Irgendwo hatte ich nämlich das Auge gesehen. Da kann ich mich gerade dran erinnern. Ich wette, das ist ein Warp da unten, ey. Ich wette, das ist ein Warp. Hier rum? Nein. So. Ein und dann runter. Ja, die okay. Sie hat eine Warp. Jawohl. Wechseln wir auch mal. Da muss ich wohl die Map bemühen. Ah. Also meine Internet-Map, die ich hier habe. So, auch das. Ja, die Warps sind jetzt besser verzahlt. Weißen wir mal genau. Also jetzt haben wir kein bis auf das mittlere Ding. da wirklich kein Überhangsmandat, nennen wir es so. Wo sehe ich hier eine Lücke in der vorhandenen Map? Wo bin ich noch nicht durchgegangen? Ne, das sind wahrscheinlich nicht die Lücken jetzt hier, sondern es ist das fucking Ja, also die eine Lücke sehe ich. Ja, da wo ich bei den beiden einmal nicht hochgesprungen bin, aber können ja nicht zwei Blood-Items gleichzeitig sein. Es ist wahrscheinlich wirklich hier in den Ecken. Also irgendwo hier war das Eye of Blood, aber dadurch, dass es in dem Raum war, wo man es schon sehen konnte, wo wir nur mit den entsprechenden Items noch nicht hin konnten, kann man es nicht finden. Okay, Leute, dann geht es hier wieder die Pause und ich check, dass wir die anderen Sachen dann mal auch bekommen, bis in einen Moment. so, da bin ich wieder. Ich habe mal die Online-Karte konsultiert und tatsächlich Draculas Eye das Auge ausgemacht und das sollte gar nicht mal so weit weg von hier sein, dadurch, dass wir jetzt hier in einem Warp sind. Noch mal auf die Augen achten. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier, ich muss ins Castle A. Mal sehen, ob ich jetzt gerade ins Castle B gegangen bin. Ich bin im Castle A. So, ich muss nach oben. Ein Glück, dass das hier geht, ey. Das wäre so ein Abfuck, wenn das nicht gehen würde. Da holen wir schon mal das Eye of Blood. Das soll hier irgendwo sein. Müssen wir mal kurz gucken, was die Map hier sagt. Ne, nicht hier, ein weiter. Jetzt müssen wir mal checken. Hier oben sind wir ja gewesen. So, hier oben noch nicht. Warte mal, hier, oder? Da ist es! Fucking Eye of Blood. Okay. Relics, Eye of Blood. Power to negate curses. Ich kann nicht mehr gecursed werden. Ich habe zwei Relics hier noch offen. Eins ist auf jeden Fall von Blood noch, aber, oh, scheiße, vielleicht sind es tatsächlich noch sechs Teile. Gut, dann machen wir hier noch mal die Pause und ich konsultiere die Karte noch mal und dann gucken wir mal, was das nächste Teil von Blood ist. Bis gleich. Wie nervig, ey. So, und es sind wohl tatsächlich noch zwei Sachen, die hier auf der Map nicht angezeigt werden. Eins in Castle A, eins in Castle B. Wenn ich es richtig korrekt jetzt hier sehe, sollten wir nicht zu weit weg sein. hoffentlich von dem Ring von Dracula, der wohl auch dazu zählt, also es sind sechs Sachen am Ende, der sich, wir werden gleich sehen, hoffentlich nicht so weit von hier weg befindet. Aber wenn ich es richtig interpretiere, sehe ich jetzt hier, ey, das wäre jetzt wirklich eine Sisyphus-Arbeit geworden, also, ich hätte wohl jede Wand noch mal abgesucht, oder wahrscheinlich habe ich das damals auf dem Game Boy Advance gemacht, ne? Aber das Let's Play, ohne das beste Ending zu beenden, wenn wir so viel Arbeit investiert haben, und Spaß, aber auch Arbeit natürlich, das wäre ein bisschen schade. So, machen wir das einmal, ohne die acht Stunden sind freies Gesuche. So, runter, runter, runter. Let's, oh. Alle drei mit einem Feitschen schwingen. Die müssen echt mal den neuen Indiana Jones gegen Dracula antreten lassen. Das wäre der Hammer. Die machen ja neun Indiana Jones, ne? So, Moment. Das ist der richtige. So. Also, hier ist der eine safe. Den können wir gerne mal benutzen, wenn wir jetzt was das Eye of the Light haben. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, und ich bin ja in Castle A. Ja. Müsste ich die nächste Ausfahrt links nehmen. Die hier. so. Hier durch. Jetzt sind wir in diesem Durchgang. Der Durchgang ist noch nicht das Wichtige. Dann gehen wir hier einmal durch. Hier ist es wichtig, weil, so, wo sind wir jetzt hier? Da oben seht ihr, geht's noch weiter in einen rechten Raum, der schon komplett blau ist. Das heißt also, den hatten wir schon gesehen, aber wahrscheinlich bin ich noch nicht herangekommen an den Schilder. Oh, guck mal, noch hier. Von wegen merken wir uns das, ne? Wahrscheinlich jetzt genau das Gleiche, dass ich da in diesen Raum rein kann. Hier. Oh, fucking hell, ey, wirklich. Da hatte ich den Double Jump noch nicht. Schaut euch das an, es wird nur blau angezeigt, ohne dass da was konkret blinkt oder so. Das heißt also, das ist Wladimirs, Wladimir seinen Ring, okay. Boah, hätte ich nie im Leben gefunden, ey. Da, jetzt ist es auch da drüben angezeigt. Relics. Wahrscheinlich das ist das ganz Letzte. Increases Luck haben wir jetzt hier auch nochmal gekriegt. Und wir brauchen, was sagt die Map denn hier? Ich check mal kurz. Wir brauchen noch Draculas Herz. Draculas Herz, ist im B-Schloss, okay, oh, ich sehe es hier auf der Map. Castle B. In der Nähe des Clock Towers, nicht ganz beim Clock Tower, aber in der Nähe, wo wir Legion bekämpft haben, okay. Ha? Okay, das ist ja auch hier, ich gucke gerade auf die Map, wo wir drauf sind. Das ist in dem Bereich, wo auch keine zerbrochene Wand angezeigt wird, sondern eine versteckte. Deshalb gehen wir jetzt einmal zurück. Machen wir es einmal direkt. Ähm, wo kann ich denn am besten warpen? Ich muss wieder ganz hoch und in den... Oder komme ich... Nee, doch, ich muss in den Clock Tower. Dann auf B warpen und dann kann ich eigentlich durchlaufen, glaube ich. und wir müssen ja eh bei B sein, um dann das zu finalisieren. Wir sind fast bei 300 angekommen, ne, mit den Herzen. Das ist ja mal was. Ich kann das tatsächlich auch in der Luft machen, ey. War ich total verdödelt. Aber nicht beim Runterfallen, oder? Ah doch, beim Runterfallen gibt es auch, aber nur... Oh, nicht nur einmal. Ich kann das so oft machen, bis ich... muss den Double Jump gemacht haben. Okay, es gibt ein spezifisches Timing. Ja, auch wieder. Aber egal, wir gehen hoch. Da oben auch der Agulas Herz und dann holen wir uns das Best Ending. Und ja, die Annahme mit dem Equipment der beiden Bracelets, also meins und das von Maxim, sollte uns hoffentlich dann auch den Zugang zum richtigen Finale geben. So, jetzt hier nochmal hoch. Weißt du, man bräuchte hier echt eine Funktion, dass man von einem Schloss ins andere ohne die Warpfelder dann irgendwann, ne? Kurz vor Ende, einfach um das zu finalisieren, so dass man einen Button drückt und dann bist du einfach im anderen, im gleichen Raum, aber im anderen Schloss. Ne? Einfach so. Sowas muss eigentlich als Quality of Life Feature mit dabei sein. Natürlich erst, wenn man sich das absolut verdient hat. Was natürlich erstmal gemacht werden muss, aber so diese Lauferei jetzt hier ist nicht das Geilste, ne? So eine Bahnfahrt könnte man damit füllen, aber ich spiele das jetzt hier nicht in der Bahn. Ich habe mir extra die Advanced Collection jetzt hier, also die Castlevania Advanced Collection auch auf der Switch geholt, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, ein paar Wochen später eine längere Bahnfahrt hatte. Ich habe es natürlich nur bei Steam gespielt, da. Ist nur so, bei Steam auf der Switch mit drauf. Äh, Moment. So, ach, wir wollten zu B wechseln erstmal. Das ist natürlich quietschi Quatsch. Schloss B. Wir bleiben dann auch in B. Das sind dann immer noch nicht alle, alle Items, die wir kriegen sollen. Ah, warte mal, jetzt kann ich auch hier mal gucken, Moment. Wir hatten ja in A, diese Ecke, die uns da angeschafft. Vielleicht gibt es hier ein cooles Item noch. Wobei es kann sein, dass ich hier den Doppelsprung schon hatte. Ah ne, hier, guck mal. Hier gibt es noch einen Life Max Up. Das akzeptiere ich. Die sollten wir nicht einfach so fliegen lassen, wenn der nicht nötig. so, wo will ich überhaupt hin? Runter. Dann hier entlang. Oh, nicht die Axt. Verschwindibus! Axtus! Die sollten aus Ghosting Goblins mal Metroidvania machen. Na? Also ja, da werden die knallharten Jump'n'Runs dann wieder weiter gemacht, aber so ein richtiges Ghosting Goblins Metroidvania finde ich Hammer. Also eins in den 90ern wäre toll gewesen. Ich will zu diesem roten Safe kommen, der ein bisschen zu meiner rechten ist, weil das müsste tatsächlich die Location sein von dem Herzen Draculs. Dem kleinen Schweinchen. Dracul, du Sau! So, sind wir fast da. Gleich. Das ist der Safe-Raum da? Wo ich schon tausendmal drin war? Och nee! Wirklich? Und das sehe ich jetzt erst? Ihr seht's auch, oder? Oh, fuck off. Oh, fuck off. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ah, fuck. Heart of Blood. So, äh, Relics. Haben wir alle, alle. Keine Petrification, increases Luck. Was sagen meine Statuswerte eigentlich? Fast 500 HP, fast 300 Herzen, 211 MP, Level 46. Ich weiß nicht, ob dann die Blood, die Blood-Sachen sich in den Anzeigen hier niederschlagen. Jetzt kann ich natürlich den Raum wahrscheinlich auch, ähm, im anderen Schloss dann mir da angucken. ist da auch im Castle Label, sagt die Map, der ist natürlich auch im Castle Label, das steht jetzt nicht drin, als ob da ein wichtiges Item drin wäre. Ähm, was habe ich gequipped? Die Sachen hier. So, das heißt, jetzt müssen wir wieder, äh, wir müssen da in die Mitte kommen, das heißt also, ich muss wieder hoch und dann runter, dann sollten sich mit den Gedöns of Blood ähm, sollte sich die Tür da unten öffnen. Hoffe ich mal. Glump of Blood. So, hier hoch, oder? Ja, und dann wieder den Weg zurück, den wir gemacht haben. Dann holen wir uns das beste Ending. Ich hoffe, dass es das jetzt war. Okay, die letzten beiden hätte ich noch gesucht, wie blöd, oder ich hätte gedacht, vielleicht sind es fünf. In Erwartung war fünf, oder waren es auch sechs bei Simon's Quest? Das habe ich nie so richtig gespielt, muss ich sagen. Also das originale NES, Simon's Quest. Das hatte mein Kumpel, der das NES hatte, bei dem ich NES Sachen gespielt habe, aber ich natürlich nie selber, bis dann die ganzen Collections gekommen sind. Immer so ein bisschen drauf gehofft auch, wie bei vielen Sachen, das Super Mario All-Stars, warum gab es kein Castlevania All-Stars, warum gab es kein, ich weiß nicht, den großen Goblins All-Stars hätte nicht besonnen. Dann gehen wir mal Castlevania All-Stars, ne? Die ersten drei Castlevanias mit Super Nintendo Optik als Collection auf einem Super Nintendo Modul wäre der Hammer gewesen, hätte ich direkt gekauft. Okay, sowas gab es in der Form von Ninja Guiden, so drei NES Titel mit ein bisschen Aufwertung auf dem Super Nintendo, aber die waren leider nicht ganz so geil aufgewertet, also ich denke eher Super Mario All-Stars Style Upgrade. Muss nicht alles wie Super Castlevania 4 aussehen, aber beschwert er den nicht, wenn dem so gewesen wäre. Okay, falsche Ecke. Der Specter. Lass er mich vorbei. Kannst du reingucken. Das war die Tür, die mit dem Anhänger von Kollegah, der nur aufging, so jetzt hier runter, spring nochmal hoch. Und wir ziehen natürlich auch die beiden Bracelets an. Save brauchen wir noch nicht. Die beiden Bracelets ziehen wir an. Alles dann wird's richtig rund. Die ganzen Gegner hier umbringen wahrscheinlich gar nichts. Nee, ich kann nicht gecursed werden. Haha, du Ninski. Ich hab alles von Blood. Natürlich muss man Dracula erstmal wiederbeleben, um ihn umbringen zu können. Weil, wie willst du ihn sonst töten? Wenn denn nicht mit Wiederbelebung vorher? Den Save können wir nehmen, obwohl wir da unten sowieso einen haben. Was sagen eigentlich meine Items? Genug Potions, Mana Prism, Big Mana Prism, Turkey, Anti-Venom. Ja, das sind wahrscheinlich etliche Boss-Fights, die ich machen muss. Gibt man ja so mehrstufige Dracula-Fights. So viel mehr aufleveln als das kann ich, glaube ich, nicht. Da hätten wir einen Aufzug nehmen können, ne? Egal. So, einmal rechts, einmal links einfallen lassen. Also nur hier. Da. Draculas Überreste leuchten! Fuck you, Dracula. So, hier saven wir. Ich würde es, warte mal, beim A haben wir die Map leider nicht vollgemacht, ganz. Ich würde es hier, okay, hier einmal vollmachen. Wo läuft der schon hin? Lass mal schnell equippen. Okay, was wäre denn das Beste, was ich equippen kann, dem Bloody Glove für die Abwehr? Oh, da. Den Viking Helm, okay. Keramic Mail ist schon das Beste. Würde ich sagen. Frage, ob ich sie dann deequippen kann, die Scheiße. mal sehen, was das jetzt bedeutet. Lüdi! Sie hat mir noch, aber verdammt, ich bin zu spät. Willkommen zu der Party, Just. Du bist zu spät. das ist der Böse, ne? Maxim, Maxim, oh, sein Geist lebt nicht mehr in mir. Und, ich schulde das alles dieser Frau. Schau, die Kraft, die sie mir gegeben hat. Verdammt nochmal, keine Gnade für dich. Wer braucht Gnade, das sind, das ist eine schwache Drohung von einem unwürdigen Gegner. Okay. Frage ist es, habe ich jetzt schon meine Sachen verbraten? Nein. Gucken wir mal, ob ich ihn so schaffe. Sag mal, nervt mich nicht. jetzt. Ich brauche nicht den Crashing Stone, fuck, ich habe doch den Platinum-Tip, oder? So... Taaah... Also das ist ein Angriff da, der schadet mir einigermaßen. Das ist ja nicht so sehr, okay ich hab' ihn, ah das, dieser Anhänger, du hast es für mich getragen. Maxim, bist du das? Warum lebst du noch in mir? Ah, der richtige Maxim kommt da raus. Ich dachte, du warst tot. Erinnere dich Maxim, du bist stärker als das. Du hast recht, aber vergleichen mit dem Training, was wir hatten, das ist ja nichts. Warum? Warum kann ich mich nicht von dir befreien? Weil ich mich dazu entschieden habe, dich nicht zu befreien. Just, bring mich um. Ich spüre starke Magie am Werk. Die Überreste. Solange ich diese Kraft habe, brauche ich diesen Körper nicht hier. Hier, nimm ihn doch. Da, da ist er. Dracul! Der Dracul-Geist. Ah, ich bin nicht stabil, aber dein Blut wird mich wieder ganz machen. Nimm es, wenn du es kannst, aber unterschätze nicht die Kraft eines Belmonts, okay? Dann lass uns beginnen. Ich werde mich, ich werde mich freuen, dich zu zerstören. Ja, jetzt geht mir mal schön, äh, jetzt kann ich die geilen Sachen wieder anziehen. Armplates, Leggings, ne, da gibt's besser aus, ne? Da, da krieg ich was. 255, der Bloody Glove. 278, die Twilight Cloak. So, gehen wir zurück. Äh, und die Magie. Nicht vergessen. Wo bist du denn? Ah, okay, das hilft vielleicht nicht so viel. Oh, aber den, den Part kennen wir doch. Oh, warte mal. Shit, das sollte ich nicht machen. Machen wir Spellbook wieder aus. Das holen wir für später. Oh, ja, wenn das so ist. Ich kann ja dein Feuer zerkauen. Das ist ja cool. Ja, gut, das ist ja noch lange nicht seine reine Form. Aber wir können ja alle Items anwenden, die wir haben. Was? Ach, der Kopf wahrscheinlich, ne? Okay, ja, ich treffe ihn am besten mit dem Bumerang. Ja, das Timing ist nicht so geil. Oh, ich hab' ihn. so. Stufe 2. Komm, ein großes Monster, oder? Ja, ui! Wirklich ein großes Monster, okay. Äh. Was nur einen Schaden macht. Okay, noch einen. Ist es das, oder gibt's noch eine dritte Stufe? Komm. Und ich nehm' mir auch mal schön Big Mana Prison noch ein. Oh, richtig, komm. Alles raus, was keine Mie gezahlt. Ding, 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 ding. Ah! Dracul! Ich hab's dir doch gesagt. Unterschätze nicht die Kraft meiner Blutlinie! Du Schwein! Also ist das die Kraft von Belmont. Ja, du wurdest doch schon von so vielen Belmonts zernichtet. Du Abkömmling, du grausiger Abkömmling von Maxim. Du bist es nicht würdig, mein Gegner zu sein. Ich werde nun von dieser Welt verschwinden, aber ich finde das auch, äh, befriedigend auch dir, oder ein oder andere Art. Mit den verhexten, äh, Kräften von dir, ja. Dein Schicksal wird es sein, äh, mich auf alle Ewigkeit zu jagen. Oder, ja, die Belmonts, ne? Zu prädestinieren. Haben wir's geschafft? We did it! Got it! Ending of Dissonance. Wo, wo bin ich? Im guten Ende, Maxim. Du bist wieder zu uns zurückgekommen. Ich bin am Leben. Du hast deine eigene Kraft, äh, verwendet, um ihn aus deinem Körper zu drängen. Es war nicht meine Kraft, es war deine und Lüdis. Was ist mit Lüdi? Hast du sie gerettet? Sie ist noch nicht zu sich gekommen, aber ihre Bisswunden sind verschwunden, als Dracula verschwand. Oder als Dracula in die Flucht geschlagen wurde. Irgendwie so. Ähm, sie bekommt wieder Farbe zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie wieder aufwacht. Ich verstehe. Sücht, sücht, sücht. Sücht, äh, vergib mir bitte. Es ist alles nun hinter uns. Jeder wurde gerettet, also gibt es nichts mehr zu sagen. Danke dir. Äh, oh. Es scheint so, als ob Lüdi wieder aufwacht. Hä? Sücht? Was mache ich hier? Ich denke, dass ich von Maxim gebissen wurde. Beruhige dich. Du musst nur einen schlechten Traum gehabt haben. Zwinker, zwinker. Fühl doch mal deinen Hals. Ach, da ist ja nichts. Da gibt es ja nichts. Ah, da war es nur ein Traum. Hey, erzähle die Wahrheit. Psst. Schnauze! Wollen wir dir erzählen was? Maxim, du bist wieder zurück? Ja, aber eigentlich... Ja, Maxim, ich bin sicher, dass du erschöpft bist. So, lass uns erst reden, weil wir wieder nach Hause gegangen sind. Nein, ich will doch... Komm schon, Maxim. Nichts ist passiert. Wir überlassen es bei dem. Es ist gar nichts passiert bis hierhin. Nein, das ist nicht richtig. Du solltest doch... Ben, was du getan hast. Was, Maxim? Ich kann dich noch nicht umbringen. Was hast du gerade gesagt? Hört mal auf, ihr beiden. Wir sind doch Freunde. Fängt gar nicht jetzt an. Wir sind gerade jetzt wieder zusammengekommen. Äh, eigentlich, Lüdi. Ich werde mir deine Geschichten zu Hause anhören. Bis dann. Lass uns über andere Sachen reden. Du hast die Lady gehört? Ah, okay. Ha, ha, ha. Es war eine Weile, aber... Es ist schön, dass wir drei wieder zusammen sind. Ja? Das ist schon wirklich eine Weile her. Da ist es. Das beste Ending. Es gibt noch ein weiteres. Aber das ist leider so ein Mittelding. Da nur... Also lohnt es sich jetzt nicht wirklich. Ich wollte es mit einer guten Note beenden lassen. Das könnt ihr gerne euch dann anderswo nochmal anschauen, wenn das jetzt für euch Komplettismus-mäßig wichtig ist. Und natürlich noch eine Handvoll Items. Ich glaube, wie viel stand jetzt hier? Waren es 200,6% oder so, die man holen kann? Da waren ja noch... Ein Buch habe ich nicht gefunden, ne? Und eine Handvoll Items, die bestimmt auch noch hier irgendwo da rumhängen. Ähm, und natürlich die Leute, die dann ihre Einrichtung komplett machen wollen. Grundsätzlich, lass uns zitieren. Ich habe das schon ja vorhin gesagt. Hey, haben wir wieder Spaß gemacht. Es war ein bisschen verworrener, als es sein musste. Ähm, man merkt, dass sie doch ein bisschen hier gestreckt haben, hier und da. Und ganz ehrlich, so... Auch wenn das jetzt ein Spiel aus dem Jahr 2002 ist, ne? Und das natürlich auch Sinn der Sache ist, ähm, dass man da selber Kunden und so macht. Die Map kann gerne ein bisschen aussagekräftiger sein. Da ist ein Item markiert, was wir noch nicht geholt haben. Da ist, äh, eine zerbrechliche Wand markiert oder irgendwie sowas. Weil so dieses Ganze nochmal komplett absuchen, das ist so semi-geil. Leider. Ansonsten, Leute, vielen Dank. 9 Stunden, 40 Minuten. Viel länger, als ich dachte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr es schon macht, äh, sag ich großen Dank, dass ihr mich supportet unter patreon.com.sharpigehaven oder steadyhaku.com.sharpigehaven. Werdet ihr das wahrscheinlich dann zuerst auch, äh, gesehen haben. Wenn ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiter hier unterstützt. Und checkt auch gerne die anderen Let's Plays hier aus, die nicht Castlevania Harmony of Dissonance sind. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Gregor. Ich sage Tschüss. Bis dann.